Nice, dass du reinschaust hier zum weiteren Platin-Guide auf meinem Kanal Madmas Gaming. Mein Name ist Marco und ich freue mich mit dir zusammen innerhalb der nächsten Stunden hier in The Plague Tale Innocence einmal die Platin zu erspielen. Wir müssen dafür insgesamt vier Gold, neun Silber und 22 Bronzen Trophäen einsammeln und die Herausforderung besteht eigentlich nur so ein bisschen darin, das Ganze unter zehn Stunden zu schaffen. Warum? Weil das Ganze hier im Rahmen der 30 Tage 30 Platin Challenge auf meinem Kanal entsteht und normalerweise ist die Platin hier mit 12 bis 15 Stunden angesetzt, aber ich denke wir werden das auf jeden Fall auch ganz leicht unter den zehn Stunden hinbekommen. Normalerweise heißt es in ein bis zwei Spieldurchgängen kann man das schaffen, allerdings werde ich versuchen das Ganze in einem Spieldurchgang zu machen. Ich habe mir dafür hier unten links auf dem Monitor ein paar Notizen mit notiert, wo man die einzelnen Sammelobjekte zum Beispiel findet, beziehungsweise welchen Loot wir wann brauchen, um was zu verbessern, um dann auch Trophäen zu bekommen. Und so werden wir auf jeden Fall hier durch den Guide zusammen einmal durchgehen. Ich werde dir dann immer zeigen, wo du das entsprechende Loot findest und unten über die Videobeschreibung wirst du auch nochmal die Timelinks sehen, in denen du genau siehst oder über die du dann an die Stelle im Video klicken kannst, wo du genau siehst, wie du was im Einzelnen bekommst. Also sprich, welche Trophäen du bekommen kannst und welches Sammelobjekt du wo bekommst. Okay, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass das Spiel für, ich glaube, roundabout 40 Euro aktuell im Playstation Store zu kaufen ist. Im letzten Monat war es sogar als Playstation Plus Abo eines der Titel, die man für Ome bekommen konnte, sofern man natürlich Mitglied einmal ist. Und auf dem Weg habe ich mir das auch geholt. Und ja, wir werden jetzt einfach mal loslegen und starten ein neues Spiel. So, Audioausgabe hat Voreinstellung Standard. Jo, das ist alles okay. Den Schwierigkeitsgrad gibt es nicht wirklich. Und bzw. keinen Variablen. Von daher können wir auch einfach loslegen. Die Schwierigkeit von der Platin steht auf dreieinhalb von zehn. Ist nur deshalb auf dreieinhalb, weil es halt wirklich mit den einzelnen Sammelobjekten eine gewisse Herausforderung ist. Du trödelst, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie staubschlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine zehn Jahre mehr, Amicia. Oh, Witze, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Okay. Aber wir können uns jetzt hier noch nicht viel schneller bewegen. Leon an. Das Raubtier aus Gaën strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon. Du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Ja, Leon. Ich habe keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Finde etwas für uns, Leon. Ja, ich werde das so machen. Die einzelnen Cutscenes, die werde ich wegdrücken. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater. Ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Ach, wenn sie nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du, du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter der Runen. Na los. Und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Folge mir. Hey, warte. Okay, jetzt können wir auch endlich ein bisschen schneller laufen. Natürlich. Und, ja, also die einzelnen Cutscenes, die werde ich auf jeden Fall überspringen. Weil so werden wir auf jeden Fall sicherstellen können, dass wir auch unter den 10 Stunden das Ganze schaffen. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Müssen wir hier einmal gucken. Die heiligen Äpfel des, ähm, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Mhm. Wenn du sechs der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis zehn gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Yes. Okay. Also, das haben wir ja schon gewusst. Bereit. Dass hier die Steine liegen. Wie gesagt, ich habe das hier alles bei mir auf dem Laptop hier links nochmal notiert. Beziehungsweise auf dem Tablet. Dann mal los. Und jetzt einmal hier die sechs Äpfel, hat er gesagt. Zwei. Drei. Vier. Ja, ja, ja. Fünf. Kein Stress. Weiter so, Amicia. Sechs. Sieben. Acht. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Jooo. Haben wir. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Yes. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk. Von dir. Oh ja. Hatte ich fast vergessen. Okay. Einen Trophy kriegen wir jetzt hier nicht. Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell. War so unsere kleine private Challenge. Okay. Okay. Was hat er gewittert? Leon. Warte auf mich. Oh, Leon. Ja, mit dem Loot, das ist wirklich so die gewisse Herausforderung hier. In dem einen oder anderen Guide, den ich auch gelesen habe, ist es so, dass gesagt wird, dass man es im ersten Durchlauf auf keinen Fall schaffen kann, so viel einzusammeln. Aber das stimmt einfach nicht. Also man kann wirklich genug einsammeln, um auch wirklich alles so weit zu verbessern. Aber im Detail zeige ich dir das gleich noch mal, wenn es dann so weit ist, wenn wir ans erste Sammelobjekt oder an die ersten Sammelobjekte kommen. Okay. Da ist die Wutz. Ja, also... Das brauchen wir jetzt nicht machen, weil die Sau wäre sowieso abgehauen. Ich habe keine Steine mehr. Hier müssen irgendwo noch welche sein. Hier nehmen wir die Steine mit. Genau. Gehen wir hier links um. So, hier wären auch nochmal Steine gewesen. Jetzt müssen wir aber hier nur schauen. So. Und... Action. Perfekt. Lässt dich der Hunger immer so genau ziehen. So, wie gesagt, die Cutscenes, die werden wir einfach überspringen. Du kannst dir das ja ganz in Ruhe anschauen, falls du es noch nicht gespielt hast, das Spiel. Das Wildschwein. Es blutet. Ich werde das hier einfach überspringen, damit wir das auf jeden Fall ganz easy in der Zeit hinbekommen. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Ich glaube, wir hätten auch rechts gehen können. Aber ist jetzt nicht schlimm. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Okay. Und schon ist das beschauliche... Beschauliche Wäldchen. Wollte sich nicht ducken hier. Amicia. Auf einmal zu einem düsteren Wald geworden. Leon, komm her! Das... Ist das Wildschwein. Aber... Leon war das bestimmt nicht. Leon! Kommt, Leon! Ich bin hier! Ich komme! Leon! Okay. Auch das überspringen wir einfach an der Stelle. Und dann haben wir im Prinzip den... Ja, Prolog. Prolog? Ja, Prolog. Haben wir soweit hinter uns. Und... Wir kommen dann jetzt ins Kapitel 1. So. Und jetzt müssen wir einmal schauen... Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Hier müssen wir einmal die Leiter hoch. Und hier oben gibt es nämlich schon das erste Sammelobjekt, was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Und zwar hier hinten diese Entenpfeife ist das meine... Ach, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. So, da gucken wir auch nochmal rein. Pfeife, genau. Okay, so eine Tonpfeife. Haben wir einmal mitgenommen. Perfekt. So, und hier hinten um die Ecke gibt es jetzt auch gleich die erste Trophäe, die wir mitnehmen können. Das Gute ist ja... Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Das Gute ist ja, dass wir hier... Ja, da wollen wir ja hin, Theo. Danke. Genau. Genau, jetzt machen wir das einfach mal. Zack. Die müssen wir einfach nur alle kaputt machen. Und dann bekommen wir nämlich hier noch eine Trophäe. Direkt am Anfang. Also du siehst, hier liegen auch genug Steine. Da hinten blinkt nochmal was. Die müssen wir uns nochmal holen. Oh, ich hatte schon vergessen, dass wir hier wirklich beide brauchen. Aber wenn wir die jetzt noch haben... Zack. Bekommen wir einmal die Trophäe mehr Übung. Genau, schließe die Zielübung ab. Also das kann halt vergessen werden. Und was ich eingangs noch sagen wollte, ist... Dass du halt über die Kapitelauswahl auf jeden Fall auch wieder ganz gut zu den einzelnen Sachen springen kannst. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Sag die Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Oh, die Pest. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Okay. Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Da haben wir den Viebelschub gehabt. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Okay, einmal hier rein. Und jetzt gehen wir einmal nach rechts. Und müssen einmal schauen. Ähm, jetzt könnten wir theoretisch da hinten einmal zu der Mutter gehen. Die wird uns dann auch nur sagen, dass wir nach oben müssen. Müssen wir aber gar nicht jetzt so machen. Wir gehen einmal hier hin. Holen uns jetzt hier den Zimt. Genau, Gewürze. Also das sind Kuriositäten. Die müssen wir auch sammeln. Siehst du jetzt insgesamt 26 Stück. Ja, wie gesagt, findest du einmal hier oben. Nachdem wir im Kapitel 1 einmal hier direkt das Haus betreten haben. Und dann im Haus nach rechts einmal gegangen sind. Und bevor wir zur Mutter gehen, hier die Leiter hoch. Ja, und dann müssen wir... Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Jetzt müssen wir nach oben gehen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Jetzt muss ich aber selber erstmal schauen. Äh, wie kommen wir hier nach oben? Genau, hier kommen wir nach oben. Ich muss immer ja auch ein bisschen schauen. Ich muss immer auch ein bisschen schauen. Ich habe mir natürlich die Notizen gemacht. Und ich habe das auch schon über einen anderen Account einfach mal probiert. Warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Und soweit funktionieren meine Notizen. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat. Okay. Also die zweite Kuriosität. Genau, das haben wir auch. Und mehr können wir jetzt hier nicht machen. Jetzt müssen wir einmal hier rein. Müssen wir unseren Bruder nämlich abholen. Ugo. Ja, hier blinkt zwar noch was. Das kannst du alles in Ruhe untersuchen oder dir anschauen. Wir müssen das jetzt hier nicht machen. Wo ist er? Ugo? In seiner Burg. Der kleine Ugo. So. Ugo, komm her. Komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für ein Spielchen. Und schon sind wir im Game. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Ich hätte uns das Kett geben sollen. War es denn wirklich verstärkt? Er gehört der Inquisition. Oh nein. Nähe. Ab dir den Kaffee. Ich rumpf am Arsch. Das wird dich leeren. Wie sie alle abgeschlachtet werden jetzt hier. Nein. Ich sehe euch an. Ugo ist nicht hier. Hey du. Komm schon. Ich sag es nicht noch einmal. Von der Inquisition. Wo ist Ugo Peru? Okay. Wir können jetzt hier nicht schneller. Also ich kann mich wirklich nur so schnell, nur so schnell bewegen gerade. Amicia. Was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall versuchen, das Ganze jetzt in einem Spieldurchgang hier zu schaffen. Auch mit allen Sammelobjekten. Falls es tatsächlich was fehlen sollte noch irgendwie, dann werden wir auf jeden Fall hingehen und später über die Kapitelauswahl vielleicht noch das eine oder andere dann einsammeln. Das heißt vielleicht, wir werden es auf jeden Fall tun. Aber der Plan ist auf jeden Fall, in einem Spieldurchgang alles hinzubekommen. Nein, nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du lieber die Arbeit deiner Herren warst. Sie wissen, dass es wüsste wir nicht. Weiter, weiter, weiter. Okay. Jetzt dürfen wir es gleich soweit geschafft haben. Und dann bekommen wir auch die Trophäe. Also eine Trophäe. Wir bekommen jedes Mal ein Trophäe für den Kapitelabschluss. Und die werden wir jetzt hier auch erhalten. Das können wir überspringen. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise. Ja? Ja. Ja. Versperrt die Ausgänge. Niemand darf hier lebend raus. Wir müssen doch durch den Garten. Durch das Gras. Da können sie uns nicht sehen. Wartet. Mama. Psst. Aber hier gibt es jetzt nichts zu sammeln für uns. Generell ist Kapitel 1 und 2 für uns wegen Loot auch relativ gnädig, ne? Der Gärtner kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja. Der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen. Blumen. Und Äpfel. Mehr hast du nicht zu bieten? Hat geklappt. Psst. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du. Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Wir müssen los. Wir müssen hier hoch, Amicia. Helf ihm. Ich helfe dir hoch. Vorsicht, wir runterkledern. Komm schon, kleiner Mann. Aber Robert, der ruhig ist kein Freude. Wie lange kann das dauern? So. Vorsicht. Wir müssen hier einmal die Steine nehmen. Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Ja. Okay. Also mit L1 können wir jetzt das Ganze einmal so. Das war das wie ein Geräusch. Gehen wir. Genau. So brauchen wir die Schleuder nicht nehmen. Und werden auch nicht entdeckt. Müssen wir aber jetzt hier auch nicht rennen. Atmen, Ugo. Wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Nein, Amicia. Deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Wollen wir das jetzt so machen. Das war knapp. Da habe ich aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Hätten die uns schon fast entdeckt hier. Okay. Werfen wir mal einen Topf hier rüber. Na komm. Los jetzt. Niemand da. Genau. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Okay. Es ist zu. Er muss jetzt hier einmal durchs Loch. Wir sind in der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Ugo. Es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Okay. Nur Mut. Einmal durchschicken. Den kleinen Mann. Jetzt macht er gleich die Tür auf und dann kommen wir einmal nach drüben. Gut gemacht. Da ist jemand in meiner Hand. Los. Gnade. Wartet. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Oh, was ein Spruch. Kommt mit. Und Attacke. Aber wie gesagt, bloß nicht rennen. Das machen wir dann. Dann werden wir wahrscheinlich uns hier einmal sonst auffällig machen, wenn wir da durchgerannt werden. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid. Ich. Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Ugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Was hat er denn? No, atme. Atme. Sag, Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Ugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Na komm. Komm, Ugo. Folge mir. Du kannst herkommen. Ja. So, einmal hier rüber. Hopp. So geht das. Danke. Okay. Einmal ins Gras. Gut, dann weiter. Mit Ugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja. Dann habt ihr mehr Zeit. Okay. Einmal hier rüber. Komm, 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 komm. Okay. Perfekt. Hier wäre auch noch ein Topf gewesen. Ähm, einmal gucken. Wir haben noch den Topf aus. Komm, Sienna. Mutter und Ugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst. Kommt her. Wir kommen. Kommt, 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 kommt. Los. Beeilte euch. Ei, Mutter. Was brauchst du denn so lang? Das gibt's doch gar nicht. Gut gemacht. Danke. Hier lang. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Hier gibt's nochmal ein paar Steine. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja. Aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Oh, Schöpnopf. Überlass das mir. Was zur Hölle war das? Also jetzt einmal warten, bis er sich dann gleich wieder von diesem Teil abwendet, von dieser Vogelscheuche. Und dann können wir nämlich auch wieder weitergehen. Dann muss ich halt jetzt einmal umdrehen. Müssen wir kurz warten. Geh schon. Na los. Und turn around, please. Yes. Einmal der Mudder folgen. Oh, ihr lebt hier entlang. Ja, ja, ja. Okay, das können wir auch wieder überspringen. Und jetzt einfach rennen. Einfach rennen. Oh, das war aber... Ui, das war aber knapp. Beim kleinen Büro. Ja, wir müssen links. Können wir nicht geradeaus. Lauf einfach weiter. Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen. Das geht nicht. Wir dürfen uns nicht stoppen. Was? Was? Amicia. Hugo. Wo? Wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da am Boden, Amicia. Ja, ja. Irgendwas. Wir werden hier. Wir werden hier. Wir werden hier sterben. Nein. Wir müssen die loswerden. Oh nein. Sie sind überall. Was sollen wir tun? Kommt schon. Yeah. Team Luftwaffe. Streck. Und zack. Das Erbe der Runes. Genau. Die Trophäe bekommst du automatisch, wenn du Kapitel 1 einmal abschließt. Jo, da sind wir auch schon im Kapitel Nummer 2. Wie gesagt, das ist noch relativ freundlich, was den ganzen Loot angeht. Es wird dann gleich doch etwas schwieriger, beziehungsweise etwas mehr. Und da werde ich dir auf jeden Fall noch mehr hier nach links gucken müssen, um dir dann noch mehr zu zeigen. So. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir müssen jetzt hier einmal in diesen Anlegesteg. Hier ist das Anlegesteg. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Natürlich. Das hier ist. Ne, das war nicht hier. Dann kommt das erst gleich. Da kommt gleich noch so ein Steg. Und auf dem Steg müsste dann auch noch ein Amulett liegen. Wir schauen mal. Wie gesagt, ich habe mir natürlich Notizen hier gemacht, aber da muss ich natürlich auch immer noch mal gucken, weil das relativ, das sind ja nur so Stichwörter, die ich mir dahin geschrieben habe. Wo sind denn nur alle? Es steht hier zum Beispiel direkt am Anfang im Dorf nach rechts am Anlegesteg. Und du hast gesehen, da war noch ein Anlegesteg. Ein Amulett. Oh, Mama hat mir mal eins geschenkt. Ein Amulett, noch ein Geschenk. Genau, perfekt. Mir auch. Das muss jemand verloren haben. Wir sollten es mitnehmen. Es könnte nützlich sein. Es wird uns beschützen. Oh, Äpfel. Ugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Wir sind, glaube ich, ein bisschen faul. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Alter. Dann frisst hier einen Chicken. Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein. vergammelten Apfel essen. Verzeihung. Bitte wartet doch. Madame. Ja, die wollen nichts mit uns. Was haben sie denn nur? Die waren ängstlich. Okay. Nach der kleinen Brücke jetzt müssen wir nach rechts und dann wieder nach rechts. So, dann müsste da gleich auch noch ein Sammler-Gehlzeug sein. Wir nehmen mal Steine mit. Ist da jemand? Und zwar hier. Hier gibt es einmal. Ist das Seife? Yes. Nicht anfassen. Wer weiß, wer die benutzt hat. Jawohl, Ugo. Oh, sorry. Start. Hier. Einmal die nächste Kuriosität. Die Seife. Die nehmen wir mit. Also, Amis hier sagt zwar, wir nehmen sie nicht mit, aber wir haben sie jetzt mal mitgenommen. Okay. Und dann müssen wir einmal schauen. Ich glaube, hier müssen wir weiter. Und dann müsste es hier. Sieh mal, da hat jemand Wasser auf die Türen gemalt. Komm zurück. Das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also, lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Hier ist die Pest. Okay, jetzt müssen wir hier nach rechts, meine ich. Jawohl. Und hier können wir ihm einmal einen Apfel absnacken. So wie die Dinge im Moment stehen. Ja. Oh, danke. Und dafür bekommst du jetzt eine Trophäe. Dafür, dass du ihm einmal hier diesen Apfel gegeben hast. Knurren der Magen. Ade. Genau. Finde etwas zu essen für Hugo. Perfekt. Haben wir das auch. Und müssen, glaube ich, hier wieder zurück. Und einmal hier wieder nach oben. Ich glaube, hier müssen wir weiter. Genau. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Wie gesagt, ich muss natürlich auch selber erst nochmal schauen, wo wir das alles im Detail finden. Hört sich nicht nach einem Fest an. Okay. Ah, okay. Ja, ja, ja. Hier werden die Leute verbrannt. Jetzt müssen wir hier einfach abhauen. Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Ja, scheinbar, Hugo. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, Einda, schnell! Einda! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Ich muss nur warten, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Okay. Was soll dieser Lärm? Müssen wir ihn einfach mal ablenken, damit wir gleich mit unserem Vigo einmal hier vorbei können. In den Angriff gehen wir jetzt noch nicht. Das bringt noch nichts. Hier die Steine wieder mitnehmen. Genau. Und einfach hier an ihm vorbei. Das ist schon okay so. Fast geschafft. Dem haben wir es gezeigt. Dem haben wir es aber gezeigt, Ugo. Okay. Und weiter rennen. Komm, 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 Ugo. Geh doch rüber. Okay. Hier haben wir die Kiste. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hier mit dem Schieben. Aber wenn man das einmal so ein bisschen raus hat, wie man das Ding hier bedienen kann, dann ist das relativ easy. Einfach das Teil hier hinter schieben. Und dann können wir einmal hier hoch. Genau. Amicia. Ist meine Heldin. Okay, okay. So. Einmal hier oben. Die Schleuder ist aber echt laut wie die Sau. Hilf mir beim Schieben. Na gut. Was ist denn, was die sich einen abstöhnen? Hier, beide. Okay. Hier hoch. Und jetzt müssten wir gleich, glaube ich, in ein Haus kommen. Gut. Wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Ugo. Oh. Nee. Wenn es nur so einfach wäre. Endklinge. Nein, schnell, schnell. Oh, nein. Die Leiter hochklettern. Du zuerst. Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Ja. Geh hoch. Sie wird nicht halten. Nein, nein. Hab ich doch gesagt. Sie sind da. Okay. Ugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her. Auf diese... Da bist du ja. Ich hab was zum Raufklettern gefunden. Ja. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Attacke. Pass auf. Na los, komm schon. Oh. Kleiner, starker Mann hier. Unser Ugo. Ich hab solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad. Wir... Wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Wir beiden wollten das gesamte Gebiet umstellt haben. Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Ah ja, okay. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Ich hab was gehört. Sehen wir mal nach. Mach keine Dumme. Naja, geh mal gucken. Geh mal gucken, was da ist. Oh. Shit. Alter, geh du auch mal da gucken. Schlagt Allah. Nein. Okay. Ist nicht schlimm. Willst du auch gleich sehen. Checkpoints hier, die sind wirklich auch gut gesetzt. Also von daher. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Kinder jagen. Hä? Okay. Der war leider etwas zu weit oben. Der Typ hier unten mit der Sichel. Aber jetzt passt das. Jetzt kommen wir hier easy vorbei. Also hier können wir da so einen Tontopf nochmal werfen. Den werfen wir einfach mal hier hinter. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Und den nehmen wir wieder mit. Dann haben wir wieder einen im Inventar. Passt. Können wir so durch. Und ich glaube, jetzt können wir auch weiter rennen. Da drüben bewegt sich was. Nein, nicht schon wieder. Was jetzt? Ich glaube, wir hätten an dem sogar vorbeirennen können. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Hier nehme ich einfach rein. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Okay, okay, okay. Ügo, du musst da durch. Ügo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Ügo, bitte. Nicht versuchen. Tun. Ügo, er ist hier. Ügo, tu doch was. Mach's Loch auf. Ich kann nicht mehr, Miescher. Witze, wir müssen weiter. Noch ein kleines Stück. Ja, Liedsch und Dodo Wutz. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Nein, 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 nein. Hier können wir doch rein. Hier entlang. Habt keine Angst. Ja, danke. Kommt rein. Puh. Okay, jetzt sind wir hier drin. Gehen wir direkt einmal hier nach oben. Und zwar, will ich einmal schauen. Genau, hier oben muss es was für uns nämlich geben. Ein Sammelobjekt, also weitere Kuriositäten. Perfekt. Seid ihr sicher? Vielen Dank. So, und jetzt müssen wir einmal hier, ich glaube, mit der Frau sprechen. Oder? Oder hier hinten an die Werkbank, glaube ich. Hey, hallo. Was wollen hier nochmal von mir? Oder war das hier oben an die Truhe? Ach, wir müssen, glaube ich, wir mussten hier oben an der Truhe bleiben. Genau. Also. So. Das ist besser. Einmal überspringen. Hugo! Lauf doch nicht einfach weg. Sie passen euch. Gut. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Genau. Einmal ein Werkzeug. Und. An der Werkbank könnten wir dann theoretisch jetzt was machen. Müssen wir mal gucken. Wir gehen jetzt einmal aus dem Haus. Und dann direkt links müsste hier irgendwie Leder liegen. Leder. Perfekt. Genau. Gut, dann an die Arbeit. Und. Komm schon. Ganz ruhig. Konzentrier dich. Was wir hier verbessern, das habe ich mir nämlich auch immer aufgeschrieben, weil das ist schon wichtig, damit wir hier, ah, wir können eh nur die Bänder jetzt momentan machen. Aber später wird es halt interessant, dass wir da wirklich eine Reihenfolge haben, weil es gibt natürlich auch da wieder spätes Beklinge. Ich sollte mich bei Clary bedanken. Ja, bedank dich mal. Ah. Ugo, warte, nicht rausgehen, das ist doch verrückt. Ugo, komm zurück. Ugo. Ey, der geht immer ab. Oh nein, er wird uns noch umbringen. Wirklich ein kleiner Sprinter hier. Ugo, bitte. Es tut mir leid. Warte. Oh mein Gott. Oh Gott. Ugo. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Es tut mir leid. Komm, 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 komm. So, und jetzt werden wir das erste Mal hier kämpfen müssen. Nein, lass ihn los. Da warst du also die ganze Zeit. Nein, passen wir. Ahm. Ich wollte das nicht. Tja. Aminia, Aminia. Ugo, ich, ich komme. Und wir nehmen direkt die Steine hier mit. Einmal hier nach oben. Jetzt kriegen wir nämlich hier unseren ersten Boss. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Ugo. Kleinerer Boss ist das. Lass mich los. Ah, lass mich los. Hör mit der Zappelei auf. Aminia, Aminia. Wir warten noch auf deine Schwester. Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen. Warum muss ich hier herkommen? Bitte. Schwingt mich nicht. Okay. Jetzt müssen wir den, glaube ich, einmal schlagen lassen. Damit er sich so mit dem Rücken nämlich zu uns dreht. Weil er hat nämlich hier hinten. Hinten am Rücken hat er nämlich solche Dinge. Genau. Damit verliert er seine Rüstung nämlich langsam. Ich will, dass ich nicht. Ich lasse uns gehen. Zu spät. Ich lasse dich in Ruhe. Na komm. Schlag schon. Das war zu knapp. Ja, das glaube ich. Mit der Keule, Alter. Jawohl. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein. Es fängt mich nicht, dass du tun. Bitte. Aminia. Ja. Weiter. Nur der Tod einer von uns wird stärken. Und der Sieg. Und Feierabend. Feierabend. Jo. Und da haben wir schon Kapitel Nummer 2 hinter uns gebracht. Die Fremden. Also die Trophy kriegst du auch ganz automatisch. Jetzt gucken wir einmal hier rüber. Schau am Müsia. Ich. Ich komme. Jo. Jetzt sind wir schon im Kapitel Nummer 3. Und da müssen wir jetzt einmal schauen. Jetzt gibt es nämlich hier gleich schon Schwefel. Da hinten hat es schon geblinkt. Hier müssen wir einmal mitnehmen. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh. Darf ich eine anzünden? Ja. Wenn du willst. Mach, Ygo. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Bitte. Tschö mit dir. Oh. Wir können es noch nicht nehmen. Wir sind noch zu weit weg. Ygo. Mal schneller. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Zack. Hat er auch die größte Kerze genommen, gell? Okay. Perfekt. Einmal Schwefel. Hallo. Ygo. Hier ist vielleicht jemand. Oh. Okay. Jetzt gibt es hier noch einen Rosenkranz, meine ich müsste das sein. Oh. Eine Halskette. Ja. Genau. Perfekt. Das ist also ein Geschenk 3 von 11. Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. So. Und hier müsste jetzt Alkohol nochmal liegen. Perfekt. Genau. Das haben wir auch. Aber wie gesagt, ich muss hier immer mal schauen, dass ich auf jeden Fall alles mitnehme. Dass ich hier nichts vergesse. Und ich denke, dann passt das auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wo genau wir jetzt da hin müssen. Oh. Das weh, sie geht es auch nicht mehr. Müssen wir hier an den Altar? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, der Altar war eigentlich egal. Vergib mir. Die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Zu fest getrickt. Ähm. Dip, 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 dip. Mal schauen, wo wir da hin müssen als nächstes. Ach, hier hoch. Genau. Einmal hier hoch. Hier, sieh mal. Ein zerbrochenes Fenster und da... Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Ugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht. Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte. Es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Ja, das hörten wir wirklich nicht. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Okay. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten. Das bezweifle ich. Stoff. Genau. Und hier müsste nochmal Schwefel sein. Perfekt. Genau. Okay. Fast. Als nächstes müssten wir wieder Stoff mitnehmen. Den Geruch kenne ich. Genau. Hellkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Okay. Der Alkohol, den haben wir auch. Dann müsste ich nochmal gucken. Also wie gesagt, hier liegt überall ein bisschen was rum. Genau. Hier gibt es nochmal Leder. Das war auch korrekt. Müssen wir alles mitnehmen. Ist halt schon wichtig, dass wir den ganzen Kram auch wirklich einsammeln, weil ansonsten wird uns dann später einfach vielleicht das ein oder andere noch fehlen. Ein Salpeter haben wir hier nochmal. Blumen, die sind wunderschön. Und hier die erste Blume. Das ist auch ein Sammelobjekt übrigens. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Ugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Ugo. Schon gut. Superwaffe mit den Nelken werden als Gottesblumen bezeichnet. So. Dann hier einmal Steine und Stoff. Genau. Und dann muss es als nächstes nochmal Seil und Schwefel geben. Das müsste hier sein. Ja, perfekt. Also das ist immer ganz gut, wenn das auch wirklich so kommt, wie ich das hier sage, weil dann funktioniert hier auch meine Notiz soweit noch. Ist es für mich gut? Ist es für dich gut? Also das passt auf jeden Fall. Okay. Hier einmal der Priester. Ich lasse es mal kurz laufen, so habe ich ein bisschen Zeit, um einfach hier zu gucken, ob das soweit passt hier von mir. Geht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte. Jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Okay. Das Wappen von Robert Derun. Wir sind seine Kinder. Derun. Wir suchen... Pater. Warum wurden Kreuzer auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen. Immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber. Beulen. Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und... Was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte... So, jetzt kriegen wir erst mal die Fackel. Oh mein Gott. Wieso bleib in meiner DS? Sie haben ihn gefressen, Amicia. Sie haben ihn gefressen. Sie haben ihn gefressen, Amicia. Sie haben ihn gefressen. Genau. Aber wo sind sie hergekommen? Sie haben ihn gefressen. Wieso sind das so viele? Gott, stirbt es fein. Sie sind überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Ja, aber das ist auch wirklich gut. Das ist ein Albtraum. Sie müssen hier raus, Amicia. Amicia, ich weiß. Los, weiter. Das ist ein Mönch. Der andere Bruder. Wir müssen da raufklettern. Ein halber Mönch. Ich muss die Fackel ablegen. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte. Beruhige dich. Er geht nicht an der Syko. Wir haben ja noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Feuer. Wir brauchen Feuer. Wir brauchen Feuer. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns vereilen. Weg mit euch. Putsch, geht weg. Beruhige dich, Ugo. Das Licht beschützt uns. Verstehst du? Na gut. Komm schon. Amicia. Das tut sie also heim. Ratten. Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen, durch die Krypta. Okay. Amicia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Genau. Hier muss es einmal Leder geben. Hier hinten ist auch noch was. Ein bisschen Schwefel. Das hatte ich jetzt gar nicht auf meiner Liste. Aber Stoff muss es hier noch geben. Also du siehst, selbst hier gibt es an der einen oder anderen Stelle nochmal Sachen, die ich mir so nicht aufgeschrieben habe. Aber, ähm, ja, ist nicht schlimm. Alles, was wir mehr finden, das passt soweit. Hier werden noch Steine. Und hier müssen wir mal gucken. Ah, die musst du runterholen. Okay, perfekt. Amicia. Hier haben wir noch ein bisschen Schwefel, aber den haben wir jetzt an der anderen Stelle schon mitgenommen. Oder da haben wir anderen Schwefel auch schon bekommen. Und daher passt das. Hier können wir, glaube ich, nicht durch. Und hier müssen wir einmal die Leiter hoch. Du zuerst. Hier oben gibt es nämlich auch noch ein bisschen was. Ja. Okay. Was haben wir hier? Haben wir einmal Salpeter. Hier haben wir ein bisschen Leder. Und hier müssen wir einmal das Ding abschießen. Genau. Und jetzt schwingt es nämlich die ganze Zeit. Und das ist für uns ganz gut, weil dann kommen wir jetzt gleich auf jeden Fall hier durch. Hier oben gibt es nochmal Steine. Und ansonsten war hier nichts mehr. Nein, genau. Okay. Perfekt. Dann passt das soweit auch. Guck halt immer nur mal, dass das hier auch wirklich mit unserer Liste so einigermaßen passt. Nicht, dass wir noch irgendwo was vergessen. Wir müssen halt bei dem Loot doch einigermaßen gut hier durch, um dann die einzelnen Profäen auch zu bekommen. So, siehst du, das schwingt. Und wenn das schwingt, müssen wir einfach einmal hier mit. Und jetzt hier einmal rechts über die Absperrung. Hier hinten finden wir nämlich jetzt noch ein paar Sachen. Was ist das? Einmal den Sudkessel. Nein, das riecht nach Bier. Sie müssen es hier gebraut haben. Genau. Und dann haben wir hier noch Alkohol. Salpeter. Ein Seil. Und was haben wir denn hier noch? Jetzt gucke ich gerade nochmal. Ja, genau. Das passt alles. So, ich gehe aber hier nochmal hier rüber. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass wir nichts vergessen haben. Genau, das passt. Das ist den Alkohol und das Seil haben wir. Okay, passt perfekt. Jetzt gehen wir einmal hier mit. Ja, ist doch gut, Ugo. Ah, die schreien wirklich ganz schön da rum, ey. Okay, perfekt. Also, Stoff haben wir. Das haben wir. Und gibt es hier noch irgendwie was? Nee. Okay, und bei der Werkbank. Jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir auch hier gleich das Richtige am besten herstellen. Und zwar die Tasche. Nehmen wir jetzt einmal. Das sollte mir die Sache erleichtern. Genau, jetzt können wir nämlich mehr Materialien einsammeln. Das ist schon mal gut. Also, deshalb macht es auch Sinn, das wirklich nach einer gewissen Reihenfolge hier zu machen. Und nicht einfach irgendwie drauf los, das Ganze zu verbessern. Weil dadurch, wenn wir jetzt natürlich mehr Sachen sammeln können, also mehr Loot aufnehmen können, dann macht es uns das natürlich auch ein bisschen einfacher. Keine Ratten. Oh nein, nein. Das Licht, schnell ins Licht. Und sie sagt noch, keine Ratten. Wie, was sollen wir tun? Ei. Den Schinken. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Komm mit. Oh Mann. Okay. Salpeter. Steine. Und dann gibt es hier nochmal Lede. Und Stoff. Genau. Einfach mal schauen, dass wir das auch alles haben. Jetzt haben wir auf dem Fenster Vorsprung hier nämlich noch was liegen. Nehmen wir auch mit. Die drei Heiligen. Ach, wie schön. Okay. Perfekt. Einmal hier durch. Hier gibt es jetzt auch wieder ein bisschen was zu sammeln. Müssen wir aber erst mal schauen. Genau. Einmal hier den Alkohol. Da lang. Dort sind wir in Sicherheit. Also das ist halt wirklich wichtig, dass wir das alles hier wirklich mitnehmen. Nicht drunter fallen. Nicht drunter fallen. Damit uns da nicht hier, wenn du hier willst, zuerst immer Steine. Da hinten haben wir nochmal Schinken. Gehen. Okay. Da haben sie auf jeden Fall ein paar. Kleine Hugo. Hugo. Geht's dir gut? Bleib wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann hier nichts passieren. Aber was ist mit dir? Ich glaube, das war's für uns beide. Bewegen uns gemeinsam. Okay. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Ich finde das schon cool gemacht. Sehr gut. Generell von der Idee und vom Spiel an sich. Ist wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Sieh nur, da ist dein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja. Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Ich bin auf keinen Fall durchs Gitter. Wieso will ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. So, hier haben wir einmal ein bisschen Schwefel. Rühr dich nicht komplett, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber bereich nicht. Und jetzt hängen wir das Teil nicht direkt da rein, sondern wir gehen nochmal hier hinter. Hier, wo die ein paar Leute abgenagt haben. Hier gibt es nämlich nochmal Seil und Leder. Genau. Und den Schwefel haben wir. Beziehungsweise war das jetzt Schwefel oder Salpeter? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wir haben das alles mitgenommen, was es hier mitzunehmen gab. Das passt. Da hängen wir das einmal hier rein. Und einmal hier drüber. Perfekt. Okay, das haben wir auch. Seil und Leder. Amicia, 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 komm schnell! Amicia, Amicia! Was ist denn? Ugo, antworte mir! Hä? Hab ich den jetzt vergessen? Los, los! Hab ich den jetzt vergessen? Nein. Ugo! Ugo! Wollte schon sagen. Okay. Einmal schauen. Und zwar, hier müssen Stöcke sein. Genau. Gibt es nämlich gleich diesen Latrinenraum oder was auch immer das sein soll. Hier müssen wir auf jeden Fall einmal rein. Hier gibt es nämlich noch ein bisschen was zu sammeln. Salpete, Leder, Seil und Alkohol. Also alles, was die, was unsere Heldin hier braucht. Perfekt. So, jetzt nehmen wir einen neuen Stock. Einmal hier durch. Und einmal hier abzünden. Was hat er gefunden? Keine Ahnung. Dir nochmal Steine mitnehmen? Doch, doch, doch. Das kriegst du hin, Amicia. Sehr schön. Perfekt, genau. Äh, wo haben wir denn weitere Stöcke? Wait. Hä? Kann das sein, dass die Ratten hier ein bisschen zu weit nach vorne kommen? Ich muss doch eigentlich jetzt mit einem, mit einem Stock nochmal hier hinter. Aber das Problem ist, hier gibt es halt jetzt keinen Stock mehr. Oder sehe ich das gerade nicht, wo die hier liegen sollten? Das ist jetzt strange. Weil, die fressen mich auf dem Weg. Das ist echt seltsam. Na, wir gucken mal. Ich kann hier nur einen Stock nehmen. Ach, ich hätte den da oben runterschießen sollen. Scheiße. Ich falle verbrennen zu schnell. Damit kann ich die nicht lang genug auf Abstand halten. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Das war echt. Ja, lass mal fallen, Amicia. Oh, Mann. Ich hab vergessen, wir müssen die beide runterholen. Ey. Okay. Jetzt holen wir uns hier die Steine. Und jetzt passt's auch. Jetzt kommen wir hier auch durch. Ja, ich sag ja, also es geht da schnell wirklich was vergessen. Und jetzt können wir nämlich auch zurück. Jetzt können wir uns hier nochmal einen Zweig abholen. Perfekt, danke. Und dann kommen wir hier hinten auch auch an den an den nächsten Teil, wo wir hier das Feuer nämlich entzünden können. Einmal hier den Stoff mitnehmen. Gut, du kannst dir das Feuer anmachen. Alkohol. Lede. Hier ist auch nochmal Seil. Und den Alkohol können wir jetzt nicht mitnehmen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir gehen nochmal hier nach oben. Weil hier oben gibt's nämlich auch noch was. Und zwar hier nochmal Kreuzritte Tappet. Und zwar ein Kuriosität. Oh, diesen Sudkessel, den hab ich vergessen. Das war dort, wo wir das schwingende Licht einmal hatten. Wo wir hinter diese Absperrung gegangen sind. Den haben wir uns ja auch einmal angesehen beziehungsweise mit Dreieck aktiviert. Und hier jetzt in dem Fall dieses Kreuzritter Teil. So, dann einmal hier hinter. Hier gibt es nochmal ein Werkzeug und nochmal Schwefel. Okay, das war's an der Stelle. Zumindest was jetzt erstmal hier den Raum betrifft. Wie gesagt, der eine Alkohol, der da jetzt liegt, oder den einen Alkohol, das Flächen, das können wir jetzt leider nicht mitnehmen. Wir können halt auch noch nichts anderes jetzt irgendwie craften, weil wir dafür noch nicht die Fähigkeit haben. Weil später können wir das machen und dann können wir auch Alkohol, der irgendwie zu viel irgendwo rumliegt, können wir dann auch ganz einfach mitnehmen. So, okay, perfekt. Ich muss einmal schauen. Hier müssen wir nichts mehr runterschießen. Können wir einmal hier rüber. Ja, momentan ist es noch relativ überschaubar, was jetzt auch den Loot betrifft. Wir haben jetzt dabei das erste größere Kapitel auch hier jetzt wirklich gehabt, wo es darum geht, mal ein bisschen was einzusammeln. Wir sind nämlich jetzt hier gleich durch. So. Müssen wir mal gucken. Zweimal Seil. Jetzt muss ich einfach mal schauen. Genau, da haben wir noch die Werkbank und jetzt schauen wir einfach mal, was wir hier vielleicht verbessern. Wir verbessern jetzt hier einmal den Beutel. Das sieht schon viel besser aus. Genau, also unsere Schleude ist das in dem Fall. Da läuft das Ganze jetzt ein bisschen präzise. Okay, ja. Und das meine ich, war es jetzt hier auch in dem Kapitel gewesen. Wir müssten nämlich jetzt gleich hier durch sein. Los, kletter hoch! Und dann bekommen wir noch mal eine Trophäe. Ich mache dann einen ganz kleinen Break. Was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja. Wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Aber ich schneide das alles so, dass es natürlich hier auf jeden Fall passt. Was ist das da an den Wänden? Ich, ich weiß es nicht. Wir sind im Nest. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir, wir sind in ihrem Nest. Ja. Dann werden sie gern schön wütend sein. Warum? Vielleicht haben die ja nur auf Gesellschaft gewartet. Oder auf ihr Futter. Amicia, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Ja, glaube ich. Amicia. Da drüben. Ja, genau. Licht, wir haben es geschafft. Wir sind da, also. Sieht so ein bisschen aus wie bei Metal Gear Solid Snake wieder. Nein, laufe ich, laufe! Hände ich, lass uns in Ruhe! Yes! We did it! Und wir haben Kapitel 3 abgeschlossen. Das bedeutet also, wir bekommen auch hier jetzt wieder ein Trophäe und wir überspringen aber hier einmal die Katzi. Also, an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch zur nächsten Trophäe und wir bekommen jetzt das nächste Kapitel einmal. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein. Das überspringen wir. So, okay, da sind wir im Kapitel Nummer 4 und wir müssen einmal hier unten an den Brotsteg. Da oben! Eine Windmühle! Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Man will uns hier direkt ablenken. eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Unten gibt es gleich erst mal ein bisschen Stoff. Hey, Ugo, wo willst du denn hin? Stoff und Schnaps. Nee, und Alkohol. Ja, Luftblasen! Sieh mal die Blasen! Ja, Ugo. Die Blasen! Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon! Einmal hier am Baumstamm. Hier gibt es ein Sammelobjekt. Was ist das? Und zwar einmal hier dieses hermetische Gefäß. Das Zeug da drin sieht komisch aus. Das auf jeden Fall dürfen wir nicht vergessen. Und dann hier nochmal an dem Lagerfeuer. Jemand kann her, um ein Buch zu lesen. Blut. Da gibt es ein bisschen Salpeter, falls dir der noch fehlt. aber sicherlich nichts Gutes. Und ein bisschen Schwefel. Vielleicht sind die Ratten gekommen. So, jetzt einmal hier nach oben. Nach links. Und zwar hier an dem Wagen. Hier gibt es nämlich nochmal ein bisschen Leder und noch Steine. Und genau. Genau. Das war es eigentlich erstmal gewesen. Das müsste so weit passen. Wie gesagt, ich muss immer mal schauen. Das ist auf jeden Fall. Die Inquisition. Sie sind hier. Sie sind hier. Wie haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das hängen? Steine? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Jetzt lassen wir den erstmal weggehen. Und dann können wir einmal jetzt müssen wir hier erst durch die Blumen. Ich weiß auch schon nicht mehr genau. Genau, jetzt müssen wir das draufwerfen. Ich hab da drüben was gehört. Jetzt guckt er danach und dann geht er wieder weg. Das ist quasi dieselbe Spielmechanik, wie wir es auch einmal im Garten hatten, wo wir noch mit der Mutter da unterwegs waren. Oh, hier go. Den siehst du wirklich gar nicht. er doch da hinter uns ist, er. Okay. Nein, nichts. Nein, nichts. Gar nichts. So, und jetzt hier einmal weitergehen. Und hier unten werden wir jetzt gleich einen Typen umbringen können oder umbringen müssen. Und zwar ihn hier. Amicia, guck mal. Wir gehen ein bisschen weiter vor, dass der andere Typ uns nicht hört hinter uns. zack. Jetzt haben wir ihn einmal gekillt und es ist so, ähm, normalerweise haben die Gegner jetzt auch noch Loot bei sich. Hier nehmen wir noch den Stoff und das Leder mit und da oben hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber nimm einfach mit, was du hier kriegen kannst. Und er hat jetzt auch was fallen lassen, Steine in dem Fall. Steine wären jetzt nicht so schlimm, die könnte ich jetzt mitnehmen. Ich mach das aber nicht, ähm, weil ich dir einfach zeigen möchte natürlich, dass es auch ohne, dass du den Kram hier bei den Typen sammelst, ähm, schaffen kannst, ja. So, jetzt müssen wir einmal hier hoch, meine ich. Da gibt's nämlich nochmal eine Drohe. Das nehmen wir mit, den Kram, der da drin ist. Komm, 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 komm. Ja, 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 ist okay. Fuck. Ich weiß nicht, ob. Ja, passt. Hat noch gepasst. Äh, verpiss dich. Ja, okay, irgendwo anders hin, aber nicht, äh, hier hin. Nicht hier zu uns. Perfekt. Okay. Okay. Ähm, dann müssen wir den Typen jetzt hier einmal ablenken. das Geräusch. So, dann können wir Ugo einmal hier reinschicken. Los, na gut. Was? Oh nein. Aufgepasst. Fuck. Jetzt hat er uns wieder gesehen. Ah. Okay, ist nicht schlimm. Neustart vom Checkpoint. Ich sage, die Checkpoints hier, die sind wirklich ganz gut gelegt. Also da muss man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen. gucken, ob wir das brennt hier irgendwo eine. Oder ist das Ugo? Okay, okay, jetzt dreht er sich um. Geht dahinter. Also es ist relativ knapp hier, aber das passt schon, dass der uns gerade eben gesehen hat, das war halt ein bisschen ein bisschen doof. Hier siehst du jetzt, also es passt auf jeden Fall. Einmal hier unten rein und perfekt. Also diesmal war es sauber. Ist schon okay. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Was war denn das? Okay. Los. Na gut. Jetzt ist nämlich auch der Typ da hinten nicht mehr da, der uns da suchen könnte irgendwie. Tja, ja, warte mal. Lassen wir den einmal und ein zweites Mal. Jetzt will er es genau wissen. Vorher hat er nicht so genau geguckt, aber jetzt auf jeden Fall. Jetzt will er sich das ganz genau ansehen. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Okay, hier einmal ein Werkzeug und zweimal hier was zum Werfen und du siehst schon, hier drüben steht jemand. Das bedeutet also, wir müssen hier auf jeden Fall uns erstmal mit so einem Tongefäß nochmal ausstatten, damit wir das Ganze einmal hier hinterwerfen. Jetzt wird er mal gucken. Genau. Pascht. Und einmal hier runter. Oh nein, Sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sagt Senior Nikolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem fünfjährigen Jungen, Hugo de Rune, braunes Haar, blaue Augen. Rennen die von mir? Warum? Sch. Der Hauptmann der Propone Garde will ihn leben? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nikolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Oh nein. Sie suchen uns. Hier gibt es nochmal Seil. Das nehmen wir mit. Und hier ein paar Steine. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die auf jeden Fall hier platt machen. Den Typen. Am besten, wenn er hier unten so ein bisschen ist. Ups. Ja, ja, ja. Ja, komm. Laufweide. Und da hinten siehst du vielleicht schon, da gibt es auch nochmal ein bisschen Alkohol. Den nehmen wir gleich mit. Ja, jetzt können wir ein Unmöglicher irgendwie killen. Aber jetzt. Jetzt bist du fällig. Koleisch. Ich sag, hier den Alkohol noch mitnehmen. Den auf keinen Fall vergessen. So. Hier gibt es ein Tone-Face. Jetzt werfen wir das einmal. Das ist halt das Ding, weil die haben momentan, wir sind noch nicht so ausgerüstet, dass wir Gegner besiegen können, die gepanzert sind, also die so einen Helm haben. Und ey, 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 komm. Und deshalb müssen wir die hier so ablenken. Das ist aber überhaupt kein Thema. Vorsicht bei der Landung. Ja. Komm, 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 komm. Jawohl. Einmal draußen. Perfekt. Und jetzt gehen wir hier an die Werkbank und einmal schauen, was wir jetzt hier verbessern. Und zwar einmal die Tasche. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Perfekt. Also du siehst auch, das passt halt von dem, was wir jetzt hier, oder was ich hier mir jetzt aufgeschrieben habe, was wir hier verbessern sollen. Dann auch, weil wir natürlich im Vorfeld den ganzen Kram auch eingesammelt haben. Wenn wir da irgendwas vergessen würden, wäre halt schon shitty. Nein, warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun? Werden sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen. Verstanden? Verstanden. Ha! Und alles ist gut. Okay. Hugo! Und seine Welt ist in Ordnung. Ich muss ihm einfach nur sagen, es ist alles gut. Wo bist du? So, jetzt hier einmal nach rechts, bevor wir da... Das sind Beulen vom Biss. Zack. Einmal Seil. Einmal Alkohol und einmal Stoff. Und dann gibt es auch hier noch Tagebuch eines Alchemisten. Das ist noch ein Geschenk. Das auf jeden Fall mitnehmen. Und jetzt gibt es gleich eine Trophäe und dafür müssen wir einmal Hugo beim Versteckspiel hier finden. Und dafür gehen wir hier ganz hinten nach links. Jetzt können wir auch... Wir können hier, glaube ich, auch kriechen an der Stelle. Damit er uns nicht hört. Jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo hier, da ist er. Jetzt schleichen wir uns einfach an. Und... Zack. Hey, hey. Hab dich. Einmal die Trophäe. Das ist der richtige Moment für deine Spielchen. Yes. Einmal die Trophäe bekommen dafür, dass wir mit Hugo Versteckspielen gespielt haben. So, dass die Wachen dich erwischen. Mach das ja nie wieder. Tut mir leid. Okay, jetzt müssen wir hier einmal in... Sie sind hier. Einmal in die kleine Hütte. Glaubst du wirklich, dass er uns von dem Biss bewahrt? Das ist ein... Hey, Schweinchen. Versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Hier Nikolas Hilfe. Und unsere. Schinken. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Fast recht. Hab Vertrauen, Bruder. Okay. Hier drin müsste es genau noch eine Truhe geben. Und hier gibt es Lede und Seil. Genau. Und wir müssen einmal hier durch. Ich weiß gar nicht. Wir könnten wahrscheinlich Hugo auch sagen, dass er hier warten soll. Aber wir können uns... Wenn wir Hugo sagen, dass er warten soll, dann können wir nicht so weit weg gehen. Das ist das Problem. Ansonsten kriegt er halt Angst. Kriegt er Panik. Jetzt müssen wir mal hier kurz warten. Oder wir lenken ihn ab. Ich glaube, wir müssen ihn ablenken. Aber wir müssen erstmal warten, bis der Dude da oben vorbei ist. Und dann können wir da in den Busch... Wir müssen halt auf jeden Fall einmal hier hinter... oder ihn hier hinter locken, dass er... dass er einmal hier weg geht. Dass wir hier durch können. Perfect. Okay. Jetzt steht er hier. Er steht hier. Der andere Typ ist da. Da warten wir noch mal einen Moment. Niemals hier. Ja, das ist halt alles ein bisschen sneaky hier. Was wir machen müssen. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir müssen uns halt einfach nur die Zeit nehmen. Ich will ja jetzt auch nicht zu sehr durchrushen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall warten. dass der eine wieder ein bisschen weg ist. Jetzt dürfte es, denke ich, nur den... den Typ hier interessieren. Jo. Passt. Nimm, 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 nimm. Okay. Und einmal hier hinten durch. Ich meine, hier hinten liegt noch was an dem... Nichts. Da liegt da noch was an dem Wagen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Jetzt muss ich erst mal gucken. Da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall warten, bis der Typ hier weg ist. Ich meine, hier gibt es nämlich auch noch was. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Ah, hier gibt es nochmal Steine. Sollten wir ihn nicht vergraben? Wurde er gebissen? Ja, hast du ihn angefasst? Ja, hast du ihn angefasst? Aber das machen wir nicht. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Bäume. Und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Nee, hier ist nichts. Okay. Okay, okay, okay. Das passt soweit. Jetzt sind wir einmal rum. So, jetzt haben wir nur das Problem. Jetzt haben wir hier den Dude stehen. Und wir müssen eigentlich nach da unten. Jetzt muss ich erst mal überlegen, wie wir das hinbekommen. Entweder vielleicht ganz links außen. Ich weiß halt nicht, ob er uns dann sieht. Hm, das wird schwierig. Müssen wir mal gucken. Aber was wir auch machen können, nein, wir machen das anders. Wir locken ihn. Was ist es? Was war das? So, jetzt müsste er... Genau, jetzt geht er nämlich davor. Perfekt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nämlich einmal hier durchzugehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Okay, hier hätten wir nochmal Steine. Da vorne steht eine. Aufpassen. Und hier einmal über die Mauer. Hier hinten gibt es nämlich nochmal... ...ne Truhe. Und da drin haben wir einmal Alkohol und Salpeter. Da drin stampft auch wieder einer rum. Also, du siehst, hier sind echt viele Gegner. Wir müssen uns echt... ...hier ein bisschen zusammenreißen. Wir müssen echt gucken, dass wir hier einigermaßen gut durchkommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt... ...bevor er sich umdrehen kann. Oh, 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 oh. Das war knapp. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Ja, wir gehen drauf. Einmal. Einmal schön. Du bist den Bauch. Oh Gott. Jetzt sind wir hier hinten. Hier wollten wir gar nicht hin. Okay, wir versuchen mal hier ein bisschen... ...bisschen schneller. Oh, komm. Ja, weiß ich nicht. Geh mal gucken. Geh mal da hinten gucken. Was? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Okay, 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 okay. Diesmal ein bisschen schneller. Oh, jetzt können wir die Steine auch mitnehmen. Why not? Also normalerweise sollte sich nicht viel ändern, nachdem wir da irgendwie mal durch einen Checkpoint wieder durch sind. Also normalerweise sollte von unserem Loot das alles so ein bisschen bleiben. Aber okay. Okay. Also hier den Alkohol und Salpeter. Das nehmen wir mit. Dann passen wir jetzt hier ein bisschen besser auf. Schade. Das hat jetzt nicht so ohne weiteres geklappt hier an der Stelle. Da läuft eine. Da ist noch eine. Den habe ich vergessen. Der Sturm ist mitten in der Nacht übers Lager gezogen. Alle Feuer wurden vom Wind und Regen gelöscht. Ein Rattennest hat sich direkt unter ihren Füllen verliebt. Und hier einmal den Topf. Okay. Jetzt müssen wir einmal überlegen, wie machen wir das hier am besten. Ich meine an dem Karren da unten, beziehungsweise an dem Steg. Da ist auch noch was. Ich glaube... Ich glaube, jetzt müsste ich ihn killen können. Oh. Halt's Maul. Okay. Die suchen uns jetzt zwar, aber wir haben uns noch mal ein bisschen aus dem Staub gemacht. Ich glaube, die kriegen uns jetzt nicht. Ja, hier ist schon viel los. In der Ecke. Alle, du kommst doch jetzt nicht. Habt ihr keine Hobbys? Pisst euch. Sie sind über alle Berge. Ja. Mann. Was sie einen weiten Weg auf sich nehmen hier. Nur um nach was zu suchen, was gar nicht da ist. Ja. Okay. Und nur, weil wir den Typen hier platt gemacht haben. Dann müssen wir nicht so eng sehen. Okay. Hier Steine. Wie gesagt, ich nehme das nicht mit. Ähm. Die lassen natürlich manchmal auch anderen Kram fallen. Also Schwefel oder so. Ich glaube, Leder. Leder weiß ich gar nicht, ob das mal wirklich so fallen gelassen wird. Hier haben wir nochmal Stoff und Seil. Sehr gut. So, und jetzt gehen wir einfach hier unten lang, am Wasser. Ich meine, das müsste so weit. Äh. Fuck. Ich hab gemeint, das würde passen. Aber wir müssen den vielleicht erst zurückgehen lassen. Mit deiner Schippe und deinem Kalk oder was auch immer du da hast. Ich glaub, Kalk. Kalk haben die damals auch wegen der Pesta viel eingesetzt, ne? Okay, okay. Jo, passt. Passt so weit. An dem sind wir auch vorbeigekommen. Ähm. Ich glaub, hier war nix. Ne, hier ist nix, ne? Hier ist nix zum Looten. Aber hier müssen wir einmal rein. Ach, verbarrikadiert. Ja, aber warte mal. Hier ist irgendwo ein Eingang für der, für der Ugo. Ugo! Ugo! Wait. Ah, hier. Sieh mal, Ugo. Du kannst sicher da durchkriechen und von innen aufmachen. Ja, Ugo! So, einmal Leder. Schwefel. Und ich glaube, hier hinten liegt noch was. Genau. Und hier wäre nochmal Salpeter, falls du das noch brauchst. Wir gehen jetzt hier nicht durch die Tür. Du siehst, da steht eine. Wir gehen jetzt einmal hier wieder durch die... durch das Fenster raus. Oh, und wir halten uns weiter links. Und ich gucke einmal auf die schlaue Liste von mir, ob das alles noch soweit passt. Genau, Salpeter wäre hier noch gewesen. Und. Okay, jetzt müssen wir einmal gucken. Ich meine, hier müssen wir lang. Jo, wir haben hier Steine. So, ich weiß nicht, wie läuft der? Ne, der läuft nicht einfach. Den müssen wir einmal ablenken. Bist du nicht verrückt? Oh, 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 fuck. Oh, das könnte... Das ist halt ganz gut, dass das trotzdem irgendwie noch funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten. Wow, fuck. Und die durchsuchen wirklich hier fast alles. Müssen einfach ein bisschen aufpassen, dass die uns jetzt hier nicht finden bei ihrer Suchaktion. Vergess es, sie sind über alle Berge. Absolut. Keine Chance. Ich glaube, ihr könnt wieder heimfahren. Ich glaube, ihr habt keine Schnitte gegen unsere absoluten Stealth-Skills hier. Wir wollen mal gucken, ob die Aufnahme auch noch am Laufen ist. Aber es passt noch alles. Okay. Okay, er müsste jetzt gleich, glaube ich, wieder auf Wanderschaft gehen. Müsste wieder seine Patrouille hier ablaufen. Genau, jetzt geht er wieder los. Und dann sollten wir eigentlich einmal da um die Mauer gehen können. Das scheint nicht zu klappen. Also, das ist ein bisschen doof jetzt. Wir werden hier unseren Tonkrug einsetzen können. Einsetzen müssen. Lassen wir die beide dann da vorlaufen. Mal gucken. Scheiße. Der geht nicht weit genug weg, der Typ. Da war nichts. Hab ich mir schon gedacht. Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir wieder ein Ablenkungsmanöver starten. Mal gucken, ob das klappt. Ja, nicht du. Der andere. Der andere. Der hier. Alter. Ich glaube es nicht. Alter, ich glaube das nicht. Okay, wir können auch noch einen ganz anderen Trick probieren, dass wir einfach hier... Dass wir den hier hinten in die Ecke werfen. Den Kram. Der fühlt sich auch noch angesprochen, der Dude. Wenn ich das nämlich nur hier hinwerfe, wenn der andere in der anderen Ecke steht. Mal gucken, ob das dann geht. Also ich meine, wie ich das hier schon mal so angetestet hatte. Von dem Weg, wie es am besten laufen könnte. Ich glaube... Okay, 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 okay. Hauptsache der andere dreht sich jetzt nicht schon um. Boah. Alter, das war knapp. Glaube ich. Okay. Wir rennen. Wir rennen! Hier ist eh unser Ausgang. Ja, 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 komm. Wuh. Ich glaube auch. Es bringt absolut nichts. Also ich glaube, das war richtig, richtig, richtig knapp gerade. Wuh. Okay. Aber gut, manchmal muss halt auch... Muss halt auch knapp sein. Zug, was ist da los? Tja. Ugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll, Ugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Na komm. Oh, wie fliegt hoch. Wir können leider nicht schneller laufen an der Stelle. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Okay. Es ist auch nicht mehr so... ...weit und so lang. Dann kommen wir ja auch schon ins nächste Kapitel. Mama. Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut. Hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Ugo. Boah, hier alles voller Blut. Eine Blutlache. Äh, es läuft mir in die Schuhe. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Hm. Aber leider ist das so. Okay, hier einmal den Alkohol mitnehmen. Am Wagen. Und wir rennen weiter. Immer dem Weg hier nach. Immer den Facken her. Wir brauchen Feuer. Wir müssen hier raus. Ach, es ist ja. Da oben ist Feuer. Ja. Los. Komm. Komm. Okay. Es war knapp. Jetzt einmal Ugo hier über die... ...über die Mauer. Okay, jetzt müssen wir aber einmal schauen. Genau. Hier kriegen wir noch mal Schreine. Jetzt müssen wir hier einmal die... Ja, ich glaube schon. Alte Schwede. Ich glaube mir auch, Ygo. Ist echt schon hart. Okay, hier können wir noch weiter. Und hier hinten müssen wir gucken. Hier gibt es auch wieder ein bisschen was einzusammeln. Jetzt mal gibt es nämlich hier eine True. Perfekt. Und da haben wir einmal Schwefel und einmal Salpete. Genau. Okay. Wir nehmen eine Fackel mit. Wir machen die aber noch nicht hier an. Wir brauchen die nämlich erst hier vorne. Beziehungsweise einen Stock. Gehen wir. Okay, und einmal hier hoch. Und das Feuer anmachen. Perfekt. So, hier gibt es jetzt nichts einzusammeln. Einmal das Feuer anmachen. Und hier aufpassen. Nicht durch das Blut. Das macht uns viel zu langsam. Gehen wir einmal hier rum. Und hier oben an den Feuerwagen. Wow. Okay, perfekt. So, und hier haben wir noch mal Leder und Stoff. Perfekt. Perfekt. Was ist los, Hugo? Warum haben sie die Schweine getötet? Ja. Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Das kann schon sein. Der ist so schwer. Ich, 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 nicht reden. Was? Nicht aufgeben. Schieben. Und nicht reden. Es sind aber echt eine Menge Ratten. Aber es sind auch eine Menge tote Schweine hier. Ist schon heftig. Okay. Wir können einmal aufhören. und Hammer. Hammer, wirklich hier. Wir haben es geschafft. Jetzt einmal direkt nach rechts. Und hier gibt es nämlich noch, ich meine, ein Werkzeug. Hugo, aber was ist, wenn es mich Lauchensius ist? Hast du das bedacht? Leder und ein Werkzeug. Genau, perfekt. Und dann müssen wir einmal gucken. Ah, warte mal. Wir müssen hier nochmal in die kaputte Windmühle. Es ist so dunkel. Vielleicht ist da unten ein Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. Hier Stoff und Salpeter. Und dann müssen wir einmal hinter diesen, äh, hinter das Gebäude. Und ich meine, da gibt es nämlich die nächste Blume. Genau. So, einmal dahin die. Ich weiß gar nicht, da können wir nochmal rein. Na komm. Das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du. Bitte. Super der Zeitpunkt. Wir müssen uns reinsammeln. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Okay, und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier, doch wir müssen, glaube ich, hier direkt. Genau. Mach's noch rum. Könnt ihr mich vornherum, glaube ich, eh gar nicht rein? Äh, es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Hm, wait. Wir müssen... Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Hm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier was an der Werkbank machen müssen. Wir nehmen die erstmal nicht mit. Weil ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Sondern wir gehen erstmal nach oben. Und oben gibt's, glaube ich, noch ne... Wir gehen nicht gerade aus, sondern wir gehen nach rechts, meine ich. Genau. Was soll das sein? Wirklich hübsch! Alter, halt das hier drin. Okay. Wir gucken nochmal ganz kurz unten, weil ich meine, hier kommen nämlich gleich auch die... die Ratten wieder. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Deshalb hing auch hier der Schinken in der einen Ecke da schon. Ähm, ich will nur gucken, nicht, dass wir hier irgendwie was großartig vergessen haben. Ne, aber das passt soweit. Ich glaub, hier gibt es nix mehr. Und hier nebenan war die Werkbank. Ähm, wir haben da jetzt nichts gemacht. Aber ich glaub, das ist auch nicht weiter schlimm. Och, wie hätten wir auch so durchgehen können? Ne, das ist jetzt erstmal nicht weiter schlimm. Wir nehmen die nun mal nicht mit. Ähm, wie gesagt, ich hab mir da jetzt auch nichts notiert, aber das macht überhaupt nix. Gehen einfach mal geradeaus. Wer seid ihr? Magister Lorenzio. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Sie sind hineingelangt. Oh nein! Ich finde da einen Weg, sie abzulenken. Oh, die Schinden. Gute Idee. Aber sie fürchten sich so. Ach, tut mir leid. Erstmal das Licht aus. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein! Na, schön. Nein! Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Okay, hier drin war, glaube ich, ganz rechts noch was. Oh nein! Da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Seil und solpeter. Ohne das Ignefer gehen. Wie sollen wir... Das Ignefer. Ähm, genau. Jetzt brauchen wir hier draußen einmal den Sack. Wir brauchen Fleisch. Tod oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Wir brauchen das letzte Schwein auf dem Bauernhof. Wir füttern es. Mhm. So was in der Art. Ja, Hugo. Wir füttern jetzt alle Tiere, die hier auf dem Bauernhof sind. Ach, dessen Schweinchen. Lecker Futter. Äh. Amicia, da kommt eine Tür. Amicia. Mann. Muss ich die aufmachen? Hä? Ah, okay. So ist es gut. Und gut, Herr, wenn du sonst gebaut seht. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Okay, und wir müssen nämlich, glaube ich, jetzt einmal hier außen rum. Der macht zu, genau. Dann müssen wir hier einmal nach links. Da ist deine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Da, genau. Perfekt. Hugo. Hör zu. Schmoll ruhig. Aber bleib in meiner Nähe. Hör. Kletter hoch. Hugo. Schwitzt kein Wort mehr mit uns. Falls du dich jetzt wunderst, ähm, was hier hinter mir quasi jedes Mal da so aufploppt, das sind manchmal hier nur so diese, also hinter der Facecam, hinter dem Part, wo ich jetzt zu sehen bin. Das sind nur diese Teile, bei denen da manchmal steht, ähm, dass Hugo dort bleiben soll. Hugo, sieh lieber nicht hin. Also hier bleiben oder irgendwo hingehen soll. Kommandos, die du ihm quasi geben kannst. Und wir nehmen uns einmal die Steine. Und machen die Lichter aus. Nein, Amicia, was machst du noch? Ja, was? Tut mir leid, bitte. Hör auf, du bist doch noch. Wir haben keine Wagen, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo. Ja. Es gab keinen anderen Weg. Aber ganz genauso wie die anderen. Kommt, hier rüber. Okay. Hier ist jetzt, meine ich, nichts mehr. Also weder hier noch da, wo das tote Pferd liegt. Ähm, wir müssen einmal hier runter. Genau. Passt auf, wo ihr hintretet. So, hier haben wir noch ein bisschen Alkommunik. Das ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Ähm, na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel. Das sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf. Eine alchemische Vereinigung. Levita Extractum Sic. Das ist, ähm, einfach Alchemie. Das ist Latein. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und hier, Lukas. Wird er sterben? Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam. Es ist nicht gefährlich. Na gut. Und wir haben E-Kniffe. Wir können jetzt quasi Feuer machen. Wir können Feuer machen. Yeah. Und das müssen wir jetzt auch gleich beweisen. Achso, wir müssten es vielleicht auch einmal machen. So, es ist... Oh, oh, raten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein! Das ist easy, alles easy. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Hm, wow! Oh! Es macht Feuer! War... Ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja. Die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia? Kannst du vorausgehen? Natürlich. Ratten! Zurück! Das Ekniffer! Würfe es in die Glut! Hoffentlich schlagen wir die Flammen nicht ins Gesicht. Haben wir ein Glück, dass hier überall Glutberge sind. Ey, Ugo ist echt pissig, ne? Er hat keinen Bock mehr auf uns, der kleine Mann. Das sind ganz schön viele. Ich bahne uns den Weg. Alter! Wo ist denn das jetzt hingeflogen? Hallo? Das gibt's doch nicht. Mann. Gewiss? Poldemite. Los, komm! Lauf! 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 Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er uns? Zu uns zum Fluss! Also ich glaube, der könnte das auch, der Lukas. Und ich meine, dieses Stroh, das brennt auch nicht unendlich lang. Also ich meine, der Lukas könnte das nicht machen. Aber er macht's irgendwie nicht. So, und ich meine, hier jetzt an dem brennenden Wagen. Hier ist auch noch mal, genau, Alkohol und Späfer. Das ist schon geil gemacht. Wir haben noch ein bisschen was. Wo soll es jetzt gehen? Lukas! Hier entlang! Komm! Lauf! Leute, Lauf! Es kann nicht mehr wieder! Und einmal entkommen. Jo, und da haben wir Kapitel Nummer 4 auch schon fertig. Der Lehrling. Perfekt! Und haben wieder eine Trophy dafür bekommen. Ja, Kapitel 5. Hier gibt's jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu sammeln. Und zwar müssten wir da jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4 Sammelobjekte einmal mitnehmen. Komm, Ugo, ab hier laufen wir. Und hier müssen wir jetzt einmal schauen, direkt hier am Boot. Wenn wir dem Aqueduct folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Chateau d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Ugo. Frösche! Am Chateau d'Ombrage. Scheint die besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Ugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja. Hast du einen gefangen, Ugo? Hm, Ugo, hast du einen gefangen? Müssen wir mal gucken. Hier hinter dem Baum. Hier gibt's gleich was. Und hier oben siehst du vielleicht schon, da blinkt auch die nächste Blume, also das nächste Sammelobjekt. Hier gibt's jetzt noch Salpeter, können wir jetzt nicht mitnehmen. Wo willst du hin? Und hier hinten ist auch noch was. Mal auch mal schauen. Das ist nach Leder. Ugo! Perfekt. Einmal mitgenommen. Schauen wir hier einmal geradeaus und dann gleich nach links. Und da müsste uns nochmal Leder begegnen. Oder müssten wir nochmal Leder bekommen. Genau, einmal hier hin. Ah, nicht hier. Aber dann darf... Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Ugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Ah, Spielverderberin. Wo ist weiter? Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Okay, hier müssen wir nach links. Genau, hier. Und dann einmal schauen, einmal schauen. Da müsste jetzt irgendwo... Ich muss mich auch dann immer orientieren. Das ist natürlich schon... Ah, da. Da, da, da. Da müsste Leder kommen. Perfekt. Okay, Leder. Und einmal hier runter. Und dann kriegen wir nämlich hier das nächste Sammelobjekt. Und zwar noch ein von den Blumen. Na komm. Sie sind so hübsch. Wie heißen die nochmal? Gladiolen. Ach ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Ugo, das sind Blumen. Mhm. Mhm. Okay. Und weiter geht's. Einmal die Gladiole. Genau. Oh, guck mal. Ich hab's vergessen, jetzt das letzte Mal hier noch aufzurufen. Aber hier siehst du, das sind im Prinzip alle Sachen, die wir jetzt gesammelt haben. Wie gesagt, die Timelinks und so, das stelle ich dir ja auch alles ein. So. Okay. Hier haben wir die Kiste gehabt. Hier müssen wir einmal weiter. Und dann da unten links gibt's, meine ich, nämlich auch noch was. Müsste nochmal Stoff liegen. Das ist seltsam. Was ist das? Hier einmal Stoff. Und ich meine, war hier hinten noch was? Genau. Hier hinten war nochmal Schwefel. So, und jetzt kommt gleich die Überraschung. Die Musik kündigt's ja schon mehr oder weniger an. Amicia, Lukas, komm schnell her! Das ist echt heftig. Schlachtfeld. Oh mein Gott. Sind Sie alle tot? Tod? Ja. Wir können nicht weiter. Amicia. Ich glaub schon. Wir müssen dem Aquädukt folgen. Okay. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Ugo. Wir haben keine Wahl. Ne, haben wir echt nicht. Ob wir ihnen wehtun? Geh einfach weiter, Ugo. Los. Hier drüben zu diesem aufgespießten Typen. Hier hinten. Die sind jetzt nur am Anfang so langsam gelaufen. Ja. Hier. Hier. Hier wäre noch Salpeter. Genau. Ähm. Und dann müsste es jetzt hier einmal Katapult geben. Dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Hier unten ist noch Leder. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Hier ist noch Stoff. Und hier haben wir noch Schwefel. Genau. Und ich meine, hier dahinter war auch noch irgendwo wie was. Ah, ist schon echt heftig, ne? Wie viele hier liegen. Hier gibt es nochmal das Seil. Ja. Und ich glaube, das war es hier an der Stelle. Jetzt muss ich nur gucken, weil ich bin jetzt ein bisschen anders ist abgelaufen. als, ähm, als ich das normalerweise hier ablauf. So, mal gucken. Hier müsste nämlich jetzt irgendwo noch eine Holzkiste, glaube ich, sein. Müssen wir mal gucken. Ah, ich hoffe, wir verpassen die jetzt nicht. Ähm. Ja, wir haben es ja jetzt nicht eilig oder so. Wir müssen da echt mal gucken. Nicht, dass wir da irgendwo hier was jetzt verpassen. Ähm. Weil es ist schon wichtig, dass wir auf jeden Fall den ganzen Loot mitnehmen. Jetzt müsste jetzt hier eine Holzkiste irgendwie wo kommen. Da liegt doch was, oder? Holzkiste? Und da haben wir einmal Seil und Alkohol. Perfekt. Ist schon maximal ekelhaft. Hier noch eine Kiste. Da haben wir Steine und Schwefel. Einmal hier unten drunter durch. Perfekt. Und hier Alkohol und Schwefel. Genau. Wie gesagt, wir nehmen das, wir müssen das alles mitnehmen. Das ist echt wichtig. Einmal die Sternen. Ich glaube, das, wie gesagt, das bleibt nicht unendlich lang an. Ich glaube, das kann ausgehen. Wir gucken mal. Ja, genau. Das brennt nämlich immer weniger. Okay. Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Gelootet. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Wir haben gelootet. Ähm, wait. Genau. Hier Alkohol und Steine. Können wir jetzt aber nicht mitnehmen. Gerade mal schauen. Wie gesagt, ich will nicht, dass wir irgendwo was vergessen. Aber hier war, meine ich, nichts mehr. Ne, müsste soweit passen. Hier an dem kaputten Karren kommt noch was. Schwefel und Salpeter und noch ein paar Steine. Das hier machen wir mal einmal an. Perfekt. Gibt es noch mal ein paar Steine und ein bisschen Alkohol. Alkohol. Alle holen. Okay. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Gewiss. Gewiss? Aber gewiss? Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ugo. Hör zu, du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Schön für dich, Ugo. Aber anstatt, dass er irgendwie so zwei, drei Stücke da rauszieht, wirklich einen Stock. Okay. Kommt. Kommt, ihr zwei. Gras, schnell. Er darf uns nicht sehen. Amicia. Seine Laterne. Ich. Schon klar. Alles klar. Er kommt. Was? Hä? 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 Mies hier. Oh, hier einmal die Steine. Komm, ich hebe dich hoch. Ja. Die mal einmal hier hoch. Und hier ist nämlich noch eine Kiste. Gibt's auch wieder ein bisschen, ja, ein bisschen Alkohol und ein bisschen Schwefel. Ähm, wir können mal gucken. Wir müssen ja hier eh was herstellen. Dann können wir das nämlich hier an der Stelle auch wieder mitnehmen. So, perfekt. Okay. Hier lassen wir jetzt einmal die Brücke hier runter. Und jetzt kommt nämlich hier ein Typ raus, der wundert sich. Hm? Was war denn das? Und wir können jetzt gleich hier... Ich glaube, wir können sein Licht nicht ausmachen. Das wäre cool gewesen, wenn wir es hätten ausmachen können. Ich weiß gar nicht, wenn wir den jetzt treffen. Muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Geht der nicht zurück? Nö. Ich glaube, der steht da einfach nur dumm rum. Jetzt nicht mehr. Okay. Hier unter der Brücke haben wir auch nochmal Stein. Und jetzt einmal hier zu dem Typen. Jetzt können wir einmal hier rein. Das wäre geil gewesen, wenn wir den Typen so hätten umbringen können, dass er innen mit seiner Fackel da reinfällt. Kletter hoch. Okay. Einmal dann nach oben. Müssen wir einmal gucken. Seil. Stoff. Nochmal so ein Topf. Jetzt muss ich aber nochmal überlegen, ob wir hier nicht mit dem... Genau, hier müssen wir nämlich den Beutel einmal pimpen. Dann haben wir nochmal Steine. Und hier den Beutel. Jawohl. Perfekt. Und jetzt macht es auch Sinn, warum wir wohin in dem Haus das in der Werkbank nicht gemacht haben. Warum wir da nichts gepimpt haben. Das hätten wir nämlich sonst jetzt hier wahrscheinlich nicht gekonnt. Hier ist nochmal ein Werkzeug. Das passt auch. Dann haben wir das für das nächste Mal. So, und jetzt müssen wir einmal hier rüber gehen. Komm, Lukas. Einmal den Wagen an. Wir müssen uns schieben. Nein, 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 nein. Nicht schieben. Verbrenn dich nicht. Ich wollte eigentlich, dass du den Kram da mitnimmst. Sie werden uns entdecken. Okay. No, 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 no. Oh, fuck. Ich habe Kreis gedrückt und dann springt sie manchmal so zurück. Wir müssen mal schauen, ob wir das so hinbekommen. Ich meine, das müsste passen. Ja. Okay, jetzt ist aber auch das Licht aus bei ihm. Und wir müssen auf jeden Fall einmal da nach oben. Das machen wir mit dem Wagen. Wir haben zwar hier Sticks und Stones. Also wir haben zwar hier Stöcke links. Aber es bringt nichts. Wir machen das einmal hier mit dem Wagen. Und irgendwo gibt es jetzt gleich noch so eine richtig krasse Sneaky-Stelle. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen was aufpassen. Bisschen was beachten. So, okay. Das passt. Und hier einmal die Sichel. Nicht jeder kann sich ein Schwert leisten. Genau. Und das Seil. Perfekt. Jo. Also es läuft eigentlich richtig gut. Weil bisher wirklich alles das, was ich mir aufgeschrieben hatte und wo wir das finden, haben wir auch gefunden. Oh, mit dem Rangieren von dem Ding ist echt ein bisschen tricky. Okay. Okay. Ah, komm. Okay. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Müssen wir halt echt nur ein bisschen aufpassen. Da steht noch ein Typ. Mit der Laterne. Okay. Wah, wah, wah. Nein. Wir sind zu weit weggelaufen. Fuck. Oh mein Gott. Habe ich vorhin noch gesagt, die Checkpoints sind aber gut gesetzt. So, umso schissener ist er jetzt eigentlich hier gesetzt. Na komm. Oh nein, Soldaten. Okay, wir gucken mal. Ah, ihn kriegen wir jetzt nicht direkt gekillt. Ja, ist nicht schlimm. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf. Verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Ja, Lukas. Das hast du irgendwie schon mal gesagt. Aber das war nicht wegen dem Lärm, glaube ich. Das war einfach, wenn wir ein bisschen blöd waren. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ich glaube, die Sichel haben wir, genau, die Sichel haben wir aber schon als Sammelobjekt hier drin. Eine Sense. Kämpfen Sie etwa damit? Nicht jeder kann sich... Hilf mir beim Schieben. Okay. Ja, gut. Okay, einmal rumgedreht. Jetzt hören wir ein bisschen früher auf, mit dem Ding zu fahren. Okay. Aber unverzüglich. Alter, was die Ratten sich über die Herr machen. Okay, ich glaube, das... Ich glaube, das ist geil. Alter, die haben den aber gut... Gut vernascht. Oh Mann. Oh Mann. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Schhh. Wir finden eine Lösung. Da drüben. Eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Ach Mist, bewegt sich kein Stück. Hör mal in die Fackel. Nicht zu fassen. Wartet hier. Ich bin gleich wieder da. Ich warte auf dich. Ihr habt nichts besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Oh, nicht zu nah. Ich muss ein bisschen aufpassen. Endlich. Verdammt. Komm, 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 komm. Was machst du jetzt damit? Komm, 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 komm. Oh, das war knapp. Aber ich glaube, der Typ bleibt da eh stehen. Von daher. Ähm, okay. Jetzt gibt es hier hinter dem Dreieck, meine ich, nämlich einmal Kram. Aber ich glaube, wir können eh wieder zusammen gehen. Ähm. Die Luft ist rein. Ich komme. Hier hinter dem Brett mit dem Dreieck. Hier wäre auch nochmal Salpeter. Und hier oben. Die gibt es auch nochmal auf dem Fass. Ich weiß gar nicht. Oh, jetzt muss ich gleich mal in meiner Liste weiter scrollen. Stoff und Seil. Krampeter, Stoff. Genau. Und damit haben wir hier in dem Bereich auch alles. Wir klettern da hoch. Ja. Ist schon krass, ne? Wo wir hier lang müssen. Eigentlich. Okay, genau. Jetzt müssen wir hier einmal die zwei, die zwei gehängten. Gehängten. Ich glaube, das kann der ganz gut. Wir können hier nicht bleiben. Und hier einmal nach links. Genau. Räder. Da drüben ist jemand. Steine. Oh nein, was ist das für ein Horn? Das ist ein Olifant. Dieses Trinkhorn oder was? Ach nee, das war einfach zum... Für die Kommunikation. Also so ein... Ja, da haben die quasi Signale dann. Ähm. Weiter geschickt so. Und jetzt hier drin. Hier ist es ganz interessant. Ähm. Einmal hier rein. Hier einmal weiter. Und hier hinten steht eine. Das ist eigentlich ein Gegner. Wir müssen weiter. Oh nein. Hey. Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben. Aber den killen wir nicht. Hey, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen es anders machen. Genau. Einmal das hier rein. Und ihm einmal hier hinten das Licht schenken. Und dadurch sind wir jetzt der Ritter. Also wie gesagt, die Trophäe bekommen wir dafür, dass wir den Soldaten hier gerettet haben. Nein, nein, nein. Man würde mich hängen, wenn er rauskäme, dass ich euch ablaufen lassen. Geht nur, ich habe nichts gesehen. Gut. Damit ist er unser Best Friend. So. Und die haben wir auch weggetrieben. Er tut uns nichts und wir tun ihm nichts. Also, alles super. Mann, Amicia. Jetzt hier nicht mal ein bisschen besser halten können. Hier links. Gibt es nochmal Werkzeug und Schwefel. Und wir gucken gerade mal. Wir könnten eins davon herstellen. Dann würden wir aber auch den Alkohol verlieren. Wir hätten da noch zwei. Ich lasse das an der Stelle mal. Ich denke, das ist schon okay. So. Jetzt kriegen wir, glaube ich, hier eine neue. Wir müssen ihn überrumpeln. Wir kriegen hier einen neuen Skill. Was soll ich mit dem Zeug machen? Songnu, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst? Lukas. Gut. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, warte mal. Wir gehen nochmal hier hinter. Jetzt können wir nämlich auch den Schwefel mitnehmen. Nachdem er uns gezeigt hat, was dieses... ...Somnu oder wie auch immer sich das nennt. Und wir müssen, glaube ich, jetzt... ...hier genau einmal so betäuben. Das ist was, was wir zwar jetzt hier gezeigt bekommen... ...was ich aber eher selten benutzt habe. Waren wir denn erstmal platt? Perfekt. Schläft er? Ja. Riko. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Für immer. Für immer. Es wird Licht. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig... ...anders aus. Hier haben wir nochmal Steine. Und hier hätten wir nochmal ein Tongefäß. Und hier müssen wir jetzt... Ähm... Ach, warte mal. Hier ist noch die Ton. Wir haben noch Stoff. Und warum kriechen wir eigentlich noch? Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Weil hier... Das ist jetzt der Part, wo ich gesagt habe vorhin. Hier müssen wir ein bisschen sneaky sein. Ähm... Hier gibt's auch gleich nochmal ein Sammlerbeck. Ich lasse los. Aber er ist da hinten in der Ecke. Wir müssen natürlich jetzt erstmal... ...einmal hier rüber. So. Alkohol. Salpeter. Ähm... Und hier sagen wir jetzt einmal... Ich kann nicht. Ne, stimmt. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Da ist noch kein Feuer. Denkst du, du kriegst das hin? Ich kann nicht. Schaffst du das? Jetzt schon. Jetzt können wir hier das nochmal herstellen. Jetzt holt er uns einen Stock. Und... ...mit dem können wir jetzt gleich hier einmal durch. Yes. Perfect. Ähm... Ivo, du bleibst jetzt mal hier. Ich bin gleich zurück. Ich warte auf dich. Und wir gehen jetzt einmal hier... Also... Ich und Amicia. Wir gehen jetzt einmal hier lang. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir hätten wahrscheinlich ihm auch sagen können mit dem Katapult. Aber... Ich geh jetzt einfach schnell hier hinter. Hinter ist nämlich jetzt irgendwie noch so ein Sammlerbeck in so ein Richtungszeiger. Oder... Oder wie auch immer sich das nennt. Warte mal, wir müssen noch mal gucken. Lukas, ob uns das hier weiterhilft? Jakobs Stab. Das ist dein Entfernungsmesser. Wofür? Entfernungsmesser. Ja, genau. Ja, genau. Damit kann man den Schutzwinkel bestimmen. Total unnötig. Nein, gar nicht. Ich zeig's dir später. So. Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen, ob wir... Wo das war, ich glaube, wir haben nämlich jetzt hier nochmal die Möglichkeit, wir müssen noch irgendwo was holen. Okay. Ja, mal gucken. Wird schon klappen. Ich will halt jetzt hier nichts vergessen. Ich guck gleich mal auf die Liste. Meine nämlich hier um die Ecke hier irgendwo war noch was. Kannst du das übernehmen? Ja. Ich glaube, das müsste alles gewesen sein. Achso. Äh. Folgen. Kommt, die Luft ist rein. Und du darfst das machen. Jetzt hätte ich ihm fast... Jetzt wäre ich ihm fast losgelaufen ohne Ugo. Ich denke, das hätte aber auch überlebt. Absacke. Ach, fuck. Jetzt haben wir den Holzstab für hier vergessen. Ah, genau. Das war der Punkt, mit dem ich gerade gedacht habe. Wartet hier. Ich mach schnell. Ich? Kommt her. Na gut. Du musst nochmal ran. Das musst du machen. Ja. Lukas. Ich brauche nämlich noch einen Stock. Noch ein zweites Mann Stock mitnehmen. Kannst du das übernehmen? Alter, was das Ding schwingt, ne? Los, Ugo. Genauso. Denkst du, du kriegst das hin? Unverzüglich. Unverzüglich. Okay. Nein! Ich hab mir gedacht, die Viecher fressen mich schon wieder auf hier. Wie war das? Ich hab irgendwie das Gefühl, ich muss da nochmal nach links. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Komm. Oder ist das hier vorne links? Da können wir uns bei Ugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Lukas! Alter. Perfekt. Genau. So, hier haben wir Alkohol, Schwefel. Du, du, du. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch irgendwie großen, interessanten Shit haben. Aber wir haben hier noch eine Werkbank. Und dann gucken wir einmal. Wird da nicht noch irgendwie was. Genau, hier müssen wir nämlich einmal Munitionstasche auffüllen. Das sollte mir die Sache erleichtern. Perfekt. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir an den Stellen die ganzen Sachen wirklich so auffüllen, dass das passt. Steine? Der Karin ist mit einer Kette festgemacht. Ja, wir müssen auch gleich rennen. Los, los. Wir halten ihn nicht auf. Nein, lau. Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Ey, nein. Oh mein Gott. Wir waren doch eigentlich nah genug dran. Ah, hier hoch. Mal gucken. Ich glaube, wir haben, wir haben aber jetzt hier noch, genau, wir müssen die Munitionstasche doch nochmal verbessern. Das sieht schon viel besser aus. Okay. Oh man. Zum Glück brauchen wir keinen Run, in dem wir irgendwie nicht sterben dürfen oder so. Wir müssen nur vorsichtig sein. Macht euch bereit. Wir müssen nämlich los. Los. Jetzt aber. Wir halten ihn nicht auf. Nein. Lauf. Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Ich dachte, wir wären nah genug dran. Steine und hier Alkohol. So und jetzt müssen wir einmal hier oben. Und. Jawohl. Das haben wir auch platt bekommen. So hier nochmal Seil. Wir haben ja noch eine Fackel. und muss ich gerade mal schauen. Ups. Okay. Ich muss ja mal überlegen, ob wir jetzt. Ah, komm, wir gehen. Wir gehen weiter. Okay. War das smart? Ich glaube, es war smart. Okay, wir hätten hier nochmal eine Fackel. Ich überlege gerade. Wait. Wir müssen doch hier nirgendwo mehr noch rein. Also. Es war schön, dass wir jetzt das hier nochmal angeboten bekommen. Aber ich glaube, wir müssen. Ich helfe dir hoch. Wir müssen jetzt einfach hier drüber. Ich kann nicht. Amicia. Ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Ugo. Ugo. Denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los. Wir suchen noch mehr von ihnen. Ja. Wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Okay, jetzt gleich haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. Hier müssen wir uns nochmal verstecken. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten... Hier dahinter nochmal Seil und Alkohol. Hier geht man halt schnell dran vorbei. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt. Gaieren gehört uns. Was war das für ein Geräusch? Geht jetzt mal untersuchen. Okay. Ich hätte schwören können. Und hier unten ist noch was. Und dann genau, da müssen wir nur noch über die Mauer. Und ich meine... Genau, hier haben wir noch die Lede. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Nein. Ich glaube auch. Ein Schlachtfeld, ey. Brutal. Achtung. Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet... Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! So, und jetzt einfach rennen. Jetzt müssen wir einfach rennen. Jetzt kommt nochmal eine... Cut-Scene. Und dann haben wir auch... ...das Kapitel Nummer 5 schon abgeschlossen. Die Beute der Raben. Also du siehst, das geht wirklich... ...knall auf Hall hier. Und wir kommen... ...ins Kapitel Nummer 6. Jetzt überspringen wir auch wieder. Wer seid ihr? Meli. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey. Sei leise. Okay. Jetzt müssen wir einmal hier gucken. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Schweine haben die Schleuder. Ja, jetzt sind wir hier ohne Waffen unterwegs. Wir müssen jetzt hier einmal uns durch das Lager kämpfen. Und hier gibt es natürlich auch wieder die ein oder anderen Sachen, die wir mitnehmen können. Genau, hier wäre zum Beispiel schon mal Schwefel, falls ihr denn noch fehlt. Wie gesagt, wir können jetzt nichts herstellen oder so. Wir sind auf uns allein gestellt. Ohne Waffen. Wir haben zwar jetzt hier noch Melly zur Verstärkung mit dabei. Aber auf uns allein gestellt in Form von, dass wir halt wirklich überhaupt keine Waffen haben. Die Waffe. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihnen nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Okay. Oh, der Garen. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Na los. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher tausende. Aber wegen der Rappen kann man nur schätzen. Ich groß, allein mit diesen Mördern. Sie werden nicht zu. Sieht aus, wie ein er steht. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Dann wird er zum Hulk. So, hier hätten wir nochmal Seil. Meine, hier ist nichts mehr. Ne, hier war nichts mehr. Hier nochmal Leder. Und... Wir müssen den Weg freiräumen. Können wir hier weitergehen. Nochmal Salpeter. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Hier hätten wir nochmal Schwefel. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. Wie gesagt, einfach alles schön mitnehmen. Hier nochmal Alkohol. Okay, das war's soweit. Wir müssen den wieder ablenken. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Okay. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Yes. I'm ready. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Auf keinen Fall rennen hier an der Stelle. Pass auf die Flaschen auf. Und hier, genau. Keine von den Flaschen umwerfen. Weil, das macht Krach. Und dann hätten wir das Problem. Dass wir die da aufwecken. So, jetzt müssen wir hier einmal warten. Oder können wir schon durch? Ich weiß gar nicht. Wir probieren's mal. Hier gibt's auf jeden Fall einmal Leder. Und noch ein Sammelobjekt. Das Knochenspiel. So, und jetzt haben wir, glaube ich, ein kleines Problem. Was war das? Da ist was. Oh, fuck. Hey, halt! Halt, hab ich gesagt! Ja, hast du gesagt! Ah! Hab ich aber ignoriert. Wir kriegen das in einem... Wir kriegen das auf jeden Fall in einem Zug hin. Wir hatten sind auch über die Valois-Dörfer hier gefallen. Ah, okay. Guck mal, hier wird uns jetzt gezeigt, dass wir den Loot hier schon haben. Wir müssen den Weg freiräumen. Andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Ja, das klappt, wie gesagt, bei mir natürlich auch nicht immer alles auf Anhieb direkt. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Weil, wie gesagt, wenn das hier und da vielleicht auch mal schief geht, man weiß ja dann automatisch... Also, man kann ja automatisch danach versuchen, das direkt wieder besser zu machen. Und... Gut gemacht, Arthur. Dann los! Das ist ja jetzt hier auch kein Speedrun oder so, ja. Pass auf die Flaschen auf! Indem es da wirklich drauf ankommt, dass wir hier keinen Fehler machen und überall richtig easy durchkommen. Ein Knochen-Spiel. Für Hugo. Wenn mir in Sicherheit... Nein! Fuck you! Okay, diesmal hat es besser geklappt. Und hier ist auch noch was. Okay. Jetzt verstecken wir uns erstmal ein bisschen. Nein, der kommt doch jetzt nicht hier rein. Schwein gehabt. Aber wirklich. Okay. Ich weiß gar nicht, was hier oben ist. Ähm, ich war hier... Okay. Jetzt wissen wir, was da oben ist oder auch nicht ist. Okay. Das hier wird jetzt auf jeden Fall interessant. Ähm, hier steht nämlich jetzt ein Typ. Und ich meine, sobald wir jetzt hier reingehen, wird das, äh, wird das, äh, wird der getriggert. Genau. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quaselei. Oh, die machen mich noch irre. Hier, Batman! Batman! So, einmal den Stoff mitgenommen. Haben wir hier noch Alkohol? Sie schießen auf einen, auf einen Toten. Ja, so läuft das im Krieg. Ach. Hä, wo ist sie denn? Die ist schon durch. Alter Schwede. Ich muss nur einen Schwachpunkt finden und zack, nichts leichter als das. Okay. Da müssen wir jetzt eh warten. So lange habe ich mal über unsere Liste geguckt, ob hier noch alles soweit passt. Volltreff. Hierher, schnell, Sie sind hier. What? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir können ihr ja nicht helfen. Wir haben keine Waffen. Das war jetzt ein bisschen abiesel lame. Weil das Problem ist, ich glaube, ich kann, wenn ich jetzt hier... So, genau. Jetzt hat der nämlich da doof geguckt. Alkohol? Das sagst du mir, du bist doch gerade draufgegangen. Los. Okay. So, hier gibt es jetzt erstmal nichts. Wir müssen gleich einmal in dieses Zelt. Was für ein großartiger Sieg, verdammt. Ich sag's dir. Goyen. Na top. Ja. Gut gesehen. Dann sieh dich draußen mal um. Goyen gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch nur... Jetzt. Nach links. Jetzt. Sei bloß vorsichtig. Wir brauchen dich lebend. Attacke. So, hier im Zelt. Hier gibt es einmal ein Seil. Dann nochmal Stoff. Und hier gibt es nochmal Salete. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein. Keine Sorge. Das müsste ja passieren. Okay. Perfekt. Also, es läuft gut. Jetzt einmal hier rein. Und hier drin gibt es eine Kiste. Die müssen wir einmal von Melly öffnen lassen. Mal sehen. Das. Und das. Gar nicht mal über. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, mach. Wärst du so freundlich? Knack mal. So, Salpeter und Schwefel müsste da drin sein. Ich glaube, zwei Sachen, die wir eh nicht aufnehmen können. Aber so siehst du zumindest auch mal, falls dir was fehlen sollte, dass du das hier noch befasst. Nein, weiter. Ich komme schon. Genau. Genau. Haben wir eh keinen Platz. Das Barscht. Leise. Meli, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Ich sehe nichts, wenn du mit deinem Robbster im Weg bist. Okay. Alkohol. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also wir können einmal hier unten rein. Genau. Hier gibt es nochmal Schwefel. Und hier gibt es nochmal ein Pfund Sterling. Englisches Geld bringt ihr nichts. Aber uns bringt es was. Wir haben das nächste Sammelobjekt. Und es ist schon sehr wichtig, dass wir das auf jeden Fall mitnehmen. Und hier müssen wir jetzt mal gucken. Dass wir auf jeden Fall hier gut durchkommen. Hier auch wieder aufpassen. Hier gibt es überall diese blauen Flaschen. Hier gibt es nochmal Alkohol. Und wir dürfen nicht zu nah an diese schlafenden Penner kommen. Weil wir könnten die aufwecken. Lassen wir hier auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. So. Und ich meine, hier gibt es auch gleich nochmal... Bald haben wir weder Brot noch Wein. Hier gibt es nochmal Leder. Genau. Hier haben wir nochmal Leder. Und ansonsten ist jetzt hier, glaube ich, erstmal... Das war gerade wie ein Magnet. Die ist voll in dem seine Richtung gelaufen. Okay. Das war es hier an der Stelle. Was wir hier mitnehmen sollten. Hier liegt nochmal was auf dem Tisch. Nochmal Stopp. Genau. Siehst, hier gibt es wirklich einiges, was wir mitnehmen müssen. So, einmal gucken. Das ist alles schön und gut. Bruder, wir müssen hier ein bisschen nach rechts. Hier gibt es auch nochmal was für uns zu sammeln. Hier gibt es nochmal Salpeter. Aber da sind wir full. Fully full. Und ich meine, hier gibt es auch... Das ist auch nochmal Salpeter, was hier liegt. Ja, genau. Mein Bruder. Sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Die behalten wir für uns. Sie sind alles geil. Ruhige dich. Nein, nein, bitte nicht. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die Kleine. Die Meisten. Hier gehen vor die Hunde. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verzeiht euch. Achtet auf die Türen. Und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sich nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Yay. Und keiner bleibt bei Hugo. Warum auch? Achso, wir müssen erst mal... Genau, jetzt sagen wir erst mal... Hey, Hugo. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein. Hol mich bitte hier raus. Mach ich. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja. Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. Und zwar hier. Dein Einsatz, Melly. Melly. Auf, mach auf. Sperr auf. Oh, yeah. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. So, ja, ja. Käfig herunterbekommen. Schon klar. Aber wir haben hier auch noch mal eine Werkbank. Und da sollten wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was verbessern. Hugo kann noch mal eine kurze Zeit da oben bleiben, da ist er sicher. Ich sollte Hugo mit meiner Schleuder befreien können. Das sollte mir die Sache erleichtern. So, die Munitionstaschen noch mal verbessert. Und. Nein, Amicia. Ja, ist ja gut. Alles in Ordnung. Ich bin hier. Es war schrecklich, schrecklich. Diese zwei Sekunden waren so schrecklich. Du warst gerade eben, glaube ich, fünf Stunden wahrscheinlich da irgendwie in Gefangenschaft, ohne mich. Und jetzt war das so schrecklich. So, hier nochmal einen Tonkrug. Aber den können wir nicht mitnehmen. Okay. Dann lassen wir unseren Bruder mal frei. Vorher noch ein Herzkasper bekommen. Oh, Melli. Das schloss. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia. Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen. Und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Genau. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melli kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melli? Ja. Ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Ugo. Lass uns gehen. Böses Mädchen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Bist du dir sicher? Ja. Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. So. Hier nochmal Seil. Dann los. Penne. Nun, der hätte jetzt hier Alkohol noch. Aber wie gesagt, ich nehme das nicht mit. Ähm. Weil, wie gesagt, wir wollen das hier so machen, dass du auf jeden Fall siehst. Kriegst du das hin, Melli? Dass das mit dem Zeug passt, was wir hier finden. Haben wir nochmal ein paar Steine. Nehmen wir auch mit. Und hier drin müsste, was müsste hier drin sein? Leder und Alkohol? Jawohl. Leder und Alkohol. Okay, wir gehen hier weiter. Ich sehe nichts. Na los. Sie kann doch nicht einfach weg sein. Hier nach rechts. Und hier, hier kommt jetzt glaube ich eine. Ich meine, normalerweise kommt hier eine. Okay. Dann kommt da keine. Ich war irgendwie der Meinung, da käme eine. Aber okay. Wollt ihr noch mehr? Ich habe noch genug Auflagen. Ah, da unten ist er. Bam. Du liegst jetzt auch da rum. Unglaublich. Wirst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Ja. Okay, Alkohol lassen wir liegen. Ich hätte jetzt schon fast aufgehoben. Aus Reflex. Da steht noch eine. Oh, und hier. Genau, hier gibt es noch. Ein Sammelortik. Einmal die Kriegserklärung. Genau, jetzt müssen wir einmal da rüber. Ich will nur gucken. Den Typen machen wir erstmal platt. Weil der sieht uns sonst von der anderen Seite. Zack. Ja, die Schleuder ist echt verdammt laut. Okay. Und jetzt gibt es nochmal Seil. Und hier müsste irgendwie nochmal Leder rumliegen. Genau, da. Da ist der Leder. Hier gibt es nochmal Schwefel. Aber können wir nicht mitnehmen. Die Steine nehmen wir mit. Die dürfen auf jeden Fall. passen. So, okay. Passt. Und jetzt müsste als nächstes hier irgendwie die Cutscene kommen. Wo bleibt die Zwischensequenz? Das sind mal Steine. Nehmen wir mit. Hier auch zur Not. Die kriegen die Pflicht. Höre auf, wegzulaufen. Schleller, Alicia. Schleller, Alicia. Gebt uns die Kurier. Sie kommen hoch. Es kommt noch Zeit davon. Sonst gibt es hier nichts. Nein. Müssen wir gleich die Typen platt machen, die da unten sind. Und dann haben wir auch schon... Oh, den hätten wir zuerst machen sollen. Mellie. Mellie. Komm schon. Komm schon. Rech die Tür auf. Vorwärts. Okay. Und verteidigen. Sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch irgendwo gestecken. Perfekt. Amicia. Komm schnell. Zack. Yes. Und da haben wir auch Kapitel Nummer 6 schon fertig. Amicia. Arthur. Das war Arthur. Beeil dich. Okay. Ich habe nur kurz mal geguckt und die Zwischensequenz genutzt. Und jetzt haben wir auch die Trophäe beschädigte Güter. Oder so hieß sie doch, ne? Gucken wir grad nochmal. Beschädigte Güter. Genau. Kapitel Nummer 6 abgeschlossen. Passt. Passt. Perfekt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey. Verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Äh. Ich. Was? Nein. Hey. Eine Mühle. Ja. Wir nutzen sie zur Überquierung. Eine Mühle. Wow. Wow. Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Erst deiner Mühle. Hey. Langsam. Verschlossen. Ich mach das. Okay. Ne. Hier ist nix. Hier ist nix. Oh. Das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Steine und Stoff. Yes. Perfekt. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? In die... Na gut. Dein Einsatz, Melli. Also schön. Das Rad wird langsamer. Ein bisschen Optimismus vielleicht? Oh. Es funktioniert. Yes. Amicia, du gehst doch nicht ohne mich, oder? Nein. Will ich nie machen. Ich suche nur noch einen Weg, wie ich dich rüberholen kann. Du hörst dich an wie Arthur. Warte. Hä? Komm her, Ugo. Halt. Verstanden. Ach, fuck. Ich könnte es... Kriegst du das hin, Melli? Kriegst du das hin, Melli? Aha. Na halt. Ugo, kümmerst du dich darum? Hm. Hm. So wird ein Schuh draus. Ugo. Amicia, hilf mir rüber. Dann kann ich euch von der anderen Seite helfen. Na komm. Yes. Siehst du? Ein Kinderspiel. Ja, Melli, das ist gut. Perfekt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. So. Okay. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Zeug, was wir gleich wahrscheinlich mitnehmen können. Aber wichtiger an der Stelle ist, wir sehen hier einmal dieses Hufeisen. Das ist ein Sammelobjekt. Und um dort drüben reinzukommen, müssen wir einmal hier die Tür öffnen. Gut gesehen. Danke. Das Seil und das Werkzeug, das können wir schon mal mitnehmen. Und. Und. Komm Melli, wir versuchen hochzuklettern. Also schön. Wir sind bald zurück, versprochen. Na gut. Hier ist nicht viel. Na doch. So. Und da haben wir schon eine nächste Trophäe bekommen. Dafür, dass wir 13 Kuriositäten einmal eingesammelt haben. Und du siehst, wir haben jetzt schon 11 von 36 Stück. Wir sind reich. Das macht uns zwar nicht reich, aber Glück können wir gut gebrauchen. Wir kommen echt. Wir kommen echt gut voran. Wenn sich das Glück unter Pferdehufen fände, wären Hubschmiede die Herren der Welt. Wie poetisch. So. Okay. Und jetzt müssen wir einmal gucken, ob wir hier an der Werkbank noch was verbessern. Äh, ja. Ich meine nämlich einmal die Tasche. Also beziehungsweise, genau. Da haben wir die Tasche. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ansonsten machen wir erstmal nichts weiter. Jetzt können wir nämlich ein bisschen mehr hier noch einsammeln. Perfekt. Wir können hier durch. Na los. Versuchst du mich zu beeindrucken? Äh, nein. Gut. Ich hab grad schon gedacht, wir hätten was vergessen. Ach, Erde. Aber wir haben nichts vergessen. Zum Glück. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleich gemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Ja. Sie macht nur Spaß, Ugo. Ja. Sei wahr. Ja. Ähm, genau hier. Wir haben also Leute gelebt? Ja. Hier gibt's nochmal Seil. Ja. Aber sie sind fort. Woher sind sie denn? Woanders hin? So wie wir. Ja. So wie wir. Oh. Boah, Ugo. Boah. Boah. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Abgemacht. Okay. Die vierte Blume von 13. Passt. Perfekt. Okay. Und jetzt können wir einmal weiter. Glaub ich, hier war jetzt erstmal nichts mehr. Nur ein Abstecher. Oder? Ah doch, hier drin. Ist noch eine Kiesstuhl. Stoff und Alkohol. Beziehungsweise Leder und Alkohol. Stoff ist ja noch mal was anderes. Leder und Alkohol. Hat schon wieder einen Kater, der Kleine. So viel vergammelte Äpfel gesoffen. Äh, gegessen. Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut. Schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp. Hoppla hopp. Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist. Was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia. Ich hab solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Das hat's ja gebracht. Die drei Meter jetzt. Okay. Das können wir alles überspringen. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertraue mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesackte Leben länger. Wir müssten auf Stein stoßen. runter. Er trägt einen Helm. Genau. Steine. Devorantes. Was? Devorantes. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jeden den Helm vom Kopf. Machen wir mal was davon fertig. Genau. Gut. Und das nächste, was wir hier... So. Pam. Mission Komplett. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Und jetzt hier rechts müsste auch noch was sein. Leder. Und ein paar Steine. So. Und jetzt hier müssen wir mal gucken. Hier wird's jetzt ein bisschen... Bisschen tricky. Okay. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun hast. Ja. Hier ist mal Alkohol. Weißt du, wo die Schleifsteine sind? In einer der Kissen? Aber da herrscht höreliches Durcheinander. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Da liegt nämlich auch noch Zeug bei ihm. So. Ähm. Jo. Genau. So war das. Dieses Geräusch. Das kam doch von da drüben. Den locken wir jetzt erstmal hier rüber. Der hat nämlich keinen Helm auf. Oh, fuck. Jetzt hat er uns gesehen. Ja, egal. Wir lassen den umdrehen. Och, Mensch. Was war denn das? Das war ja mal mega dumm. Scheiße, da drüben, da ist einer mit Helm, du weißt, was zur Hölle war das? Echt, das war echt, das war echt schon mega dumm. Zack, Feierabend. So, jetzt einmal ihn hier. Deine Unsarpete. Zum Akkedukt. Oh, guck mal, der hat ein bisschen Schwefel, den hätten wir sogar mitnehmen können, aber wie gesagt, wir lassen es liegen. Du kannst das natürlich alles einsammeln, Hauptsache das passt für dich dann. Ja, jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen. So, wir lassen die erst mal sich ein bisschen verteilen, solange warten wir, das passt alles. So, ihn hier können wir zum Beispiel platt machen, ganz einfach nur mit einem Stein, aber er ist halt schon ziemlich nah. Das macht es natürlich nicht einfach, aber er geht weg. Und ich glaube, er bleibt einfach stehen. Das heißt, wir haben jetzt hier relativ freie Bahn. Ne, er bleibt nicht einfach stehen, aber das passt jetzt vom Abstand. Und Zack, jetzt haben wir den einmal platt gemacht. Sehr gut. Und jetzt kann er wieder hierher kommen, das passt auch. Und dann können wir ihm einmal, ähm, hier oben so eine Devorantes-Mischung gegen den Bratzel hauen. Ahm. Perfect. Okay, von ihm hier wollen wir nichts. Beziehungsweise nehmen wir nichts. Seinen Shit hätte ich schon gerne, aber wir nehmen es nicht mit. Und hier ist auch nochmal einer, der da irgendwie im Busch rum, umsucht, den machen wir auch platt. Hier lang, leider. Oh. Oh, 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 oh. Oh, no. Der pisst euch. Alter. Werft doch nicht so einen bösen Zahnschrocher dahin. Fuck. Wie konnte der denn da jetzt die alle alarmieren? Oh, mein Gott. Das ist halt... Jetzt siehst du auch einen Unterschied, wenn die, ähm... Wenn du den Checkpoint jetzt hier lädst, kannst du nicht bis, äh, direkt nach vorne hin, weil die Unterhaltung zwischen denen nicht mehr stattfindet. Und das bedeutet, die laufen direkt einmal los. Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, die... Die machen sich hier weit genug auseinander. Und... Du siehst, das passt ja doch irgendwie. Oh, Mann. Oh, Mann. Echt dumm, dass der da unten dann so Alarm schlagen konnte. Okay. Ja, dann müssen wir es anders machen. Fuck you. Schrei da nicht so rum, ey. Typ. Okay, und das hier hinten ist, glaube ich, eine ohne Helm. Ja. Und den kriegen wir einfach so platt. Ich glaube, wir hätten den gar nicht platt machen müssen, weil es hier hinten eigentlich nichts großartig für uns zu looten gibt. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Ähm. Ja, lieber einmal auf Nummer sicher gegangen. Ah, doch hier. Hier um die Ecke gibt es nochmal was. Okay, Stoff und Salpeter. Das freut mich. Ähm. Ja, er hat keinen Helm. Aber darf er direkt sterben? So, und hier gibt es nochmal ein bisschen was zu looten am Baum. Steine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na komm. Nichts zu berichten. Da wird echt Zeit, dass die Schleuder... ...dass wir die auf die höchste Stufe bekommen. Ihr macht das. Diesmal entkommen. Alter. Das gibt es doch nicht. Oh Mann. Das kann doch nicht sein. Also ich schneide das natürlich hier nicht raus oder so. Ach, Mensch. Echt. Immer bei dem Typ. Immer bei dem Lutscher da. Ich verstehe das gar nicht. Okay, wir haben jetzt am Ende mit der Schleuder ein bisschen Kacke geschossen, aber... Aber als ob das jetzt so viel anders gewesen wäre hier gerade an der Stelle. Ja, das war jetzt auch nicht so viel anders. I don't know. Okay. Egal. Gucken wir mal weiter. Wir nehmen jetzt hier den... ...den Stoff und... ...das Salpeter noch mit. Und dann versuchen wir es einfach hier nochmal auf einem direkteren Weg. Der hat jetzt keinen Bock. Oder... ...vielleicht interessiert er uns auch gar nicht. Dann lassen wir ihn einfach liegen. Ne. Wir lassen den einfach da. Mal gucken, kriegen wir den Stoff hier noch? Aber ich weiß nicht, ob der da... Ne, der untersucht da irgendwas, oder? Also da ist jetzt nichts zum Looten. Ne, da blinkt auch nichts. Scheiß drauf. Wir lassen das da liegen. Also wir lassen die Typen hier... Wir könnten... Ihn hier könnten wir platt machen. Dann sieht er uns nicht, weil er guckt so in das Tal oder in diesen Bereich da unten, in den wir müssen. Aber den anderen da, den lassen wir. Stimmt, du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Wir klingeln jetzt noch vor. Aber wir haben den Alunken erwischt. Ein junger, die, der dir den Ruhst geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Ich weiß gar nicht, mit wem schwätzt er denn da die ganze Zeit. Also... Es steht doch nur er. Ne, ne, ne. Du bist ziemlich... Du bist, glaube ich, der hellste Typ hier, der steht. Moment. Wow. Scheiße, du bist echt heller, als ich gedacht habe. Du hast ziemlich schnell gecheckt, dass wir hier waren. Aber ich war sicher... Na gut. Hier schleift ihr. Wow. Wow, wow, wow. Da hat er kurz nochmal den Kopf weggezogen. Da habe ich schon gedacht. Oh Gott. Jetzt haben wir aber gleich hier richtig Pech. Genau. Hier noch die Steine und das Salpeter. Und hier den Typen, den müssen wir einmal umbringen. Hat der einen Helm auf? Ja, der hat einen Helm auf. Ähm. Weil hier gibt es eine Karte. Boah, das... Das meine ich. Im letzten Moment. Bitte, 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 bitte. Oh. All der Schwede. Oh, der Schwede. Den machen wir jetzt platt hier auf jeden Fall. Hat keinen Sinn. Wir sind weg. Absolut. Hier gibt es nichts zu sehen. Der geht mitten durch den Busch. Willst du mich verorschen? Einfach mal ein bisschen früher drauf gemetzelt. Weil die ziehen den Kopf dann nochmal so weg. Und dann kann es dir echt passieren. Dass du den dann nicht triffst. Und jetzt, da hätte er wieder alle alarmiert. Eine Karte von Frankreich. Was haben die Dreckskerle nur vor? Also noch ein Sammelobjekt nach dem Hufeisen. Gab es dann noch einmal hier die Karte. Ja, leider keine Karte, die wir irgendwie so benutzen könnten, ähm... Dass wir hier jetzt mehr sehen würden. Also, ähm... Und vielleicht irgendwie Sachen auch markiert bekommen. Was? Immer noch nichts? Bloß Kinder? Dafür suchen aber jede Menge Männer nach ihnen. Und der Großinquisitor setzt Senior Nikolas ganz schön zu. Hier nochmal Salpete und Lede. So, und dann sind jetzt hier zwei Typen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da einmal hinkommen. Was ist es? Was? Vergiss es! Vergiss es. Boah, das wird jetzt knifflig. Weil hier hinter dem Wagen steht jetzt noch der andere Typ. Ähm, mal gucken. Oh, der hat auch einen Helm auf. Fuck. Ich kann ja nicht die ganzen Typen mit den Helmen jetzt hier platt machen. Also... Okay, da müssen wir jetzt erstmal echt mal überlegen, weil da ist auf jeden Fall noch Zeug, was ich mitnehmen möchte, was ich noch looten möchte. Vielleicht machen wir das Ganze einfach von hier oben. Hier gibt es ja, glaube ich, nur noch diesen einen Dude. Oh, der kommt die da den... Den kleinen... Äh, die Melli kommt da hoch, oder was? Genau. Von hier aus können wir den jetzt platt machen. Da hört der andere nämlich die Schleuder nicht. Ja, du siehst also, das ist jetzt alles doch relativ lange hier schon. Das ganze Kapitel, das zieht sich halt durch die ganzen sneaky Geschichten. Ach, Mann. Ich hätte ihn einfach nicht so früh anvisieren dürfen. Na, komm. Nichts. Muss mich wieder geirrt haben. Ich denke auch. Oh, und der andere kriegt das mit, oder was? Komm schon. Und der andere hat von nichts mitbekommen. Uh, alter Schwede. Okay, hier war nix. Aber hier. Das Zeug von dem Typen nehmen wir nicht mit. Aber hier den Alkohol und das... äh, den Schwefel. Und hier gibt's noch mal Leder und noch mal Stoff. Perfekt. Genau. Und dann war's das auch hier in dem Areal. das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Da! Dann nichts wie raus hier. Ach, weiter! Los! Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Na los! Weiter! So, hier direkt links. Da liegt nochmal Stoff. Vorsichtig! Da ist Lukas! Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Passion der Inquisition. Amicia. So, das alles mitnehmen. Hast du noch was von dem Devorantis? Ja! Dann los! Schieß ihm den Helm vom Kopf! Ah! 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 Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Hey, Lukas! Du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom! Dann sind wir zu Mellys Haus. Und sie hat viel geflucht. Das hab ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Ähm, könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meinst ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Komm, zum Chateau. Wie es aussieht, habt ihr einige Ärger gehabt. Jetzt sind wir schon zu viert. Sag bloß, du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hätte dir mein Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Oder eher die dreieinhalb. Was ist hier passiert? Etwa einen Unfall? Okay, hier gegenüber vom Feuer. Ein Karren Inquisition. Die Rappen. Die Leder. Das ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Alle, Lukas. Wie sollen wir da mal vorbeikommen? Schieb mich doch nicht da hin, ey. Ich hab etwas für dich. Ich hab Ignefer weiterentwickelt. Sehr schön. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Okay, nehmen wir. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Sehr schön. Sehr schön. Ignefer. Hallo? So, hier. Luminosa. Hallo. Hallo. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. So, und einmal in den Wagen. Und der Wagen an sich ist auch nochmal... ...alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Ein, ähm... ...Sammelobjekt in dem Sinne. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was die Vorhaben... Wir verbessern aber hier an der Stelle nichts. Aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Genau, diese Karren, also diese Alchemistenwagen, die sind auf jeden Fall auch nochmal ein Sammelobjekt in dem Sinn. Das wird zwar hier nirgendwo aufgezählt, aber wir müssen davon, ich glaube, insgesamt vier gefunden haben. Ähm, im Verlauf vom Spiel und dann bekommen wir dafür nämlich nochmal eine extra Trophäe. Aber ansonsten können wir hier nichts machen. Das Ackerdukt? Oder wie sagt er immer? Gehen wir das Ackerdukt drauf? Hugo, es heißt Ackerdukt. Oh! A-qu-dukt. A-qu-dukt. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. Ähm, äh, in Ordnung. Okay. Uah! Gut gesehen. Als ob Hugo noch nie gesehen hätte, dass wir die Schleuder für sowas eingesetzt hätten. Kletter hoch. Mhm. Glaub, äh, das was in seinem Kopf da herrscht, das macht ihn wirklich irgendwie so ein bisschen... Was? Ist das alles? Nein, hier ist der Durchgang. Privident. Lucas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein. Privident. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Mhm. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Hier. Ähm, Amicia? Los. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist schon geil. Das sieht schon richtig geil aus hier. Auch gemacht, echt. Wow. Nicht übel. Ist das das Meer? Hier nochmal Steine. Hey, da ist ein Proton. Dieser Ort wurde von Menschen gelübt. Wir sind auf dem richtigen Weg. So, und ich meine, hier gibt's nochmal... Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegen, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Hier. Stoff, genau. Melly, ich brauche deine Hilfe. Genau, macht ihr mal. Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ähm, ja, ja. Lukas and Melly. Macht ihr mal bitte. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Hm. Ja, wir stellen mal nichts her. Ähm. Obwohl wir dann vielleicht das andere da hätten noch einsammeln können, aber das ist jetzt nicht schlimm. Gut wartet. Soll ich einsteigen? Ja, mach mal. Ja, Ugo. Steck ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was? Ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal einen Monster sehen. Mhm. Bist du dir da sicher, Ugo? Gut. Hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich wäre da eher vorsichtig mit dem Wünschen. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. So. Das machen wir mal. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Brutal. Wir drehen ein Viertel und das Boot reißt so ungefähr 50 Kilometer weit. Mit der Viertel drehen. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran. Wir kommen. Und während die nämlich jetzt gleich in dem Boot sitzen und ihre idyllische Fahrt über diesen unterirdischen See genießen können, können wir nämlich hier einmal den Kram einsammeln, der hier hinten nämlich noch liegt. Wir haben noch Steine. Und hier haben wir Salpete und nochmal Seil. Genau. Komm, Melly. Ich glaube, du musst da wieder gucken. Das Schlüsselloch. Oh, yeah. Ach, er macht das schon. Ey, Lukas, du bist ja der Held. Steine. Was ist denn, Lukas? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas. Und dies soll in der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, ähm, irgendwelche Ritter? Warte mal. Und da hätte noch Schwefel sein müssen. Aber Handwerker. Oh, ja. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Wir haben es verpasst. Der Bau ist schon lange her. Stoff und Schwefel war da nämlich. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Und bei den Gedanken, wie die Gänsehaut. Kletter hoch, ich helfe dir. Also schön. Und hier links müsste noch ein bisschen Salpete und, ich meine, Seil liegen. Genau. Salpete haben wir genug dabei. Da können wir halt jetzt nichts machen. Und hier müsste nochmal irgendwie Alkohol gleich kommen. Hier hinten. Genau. Steine und Alkohol. Bei den Steinen habe ich das hier in der Liste bei mir manchmal weggelassen. Da habe ich mir die nicht aufgeschrieben. Einfach aus dem Grund, weil die halt doch sehr, sehr häufig auch wieder auftauchen. Na los, kommt rüber, ihr faulen Kälte. So, bevor wir das jetzt anmachen, mal gucken, ob Lukas das vielleicht schon für uns übernimmt. Wenn er das nämlich macht, dann sparen wir uns einfach ein bisschen Munition. Ich wusste das gerade eben nicht, dass er das übernimmt. Und Lukas? Ja, du bist ja echt der Held, ey. Okay, jetzt machst du nix. Komm, Ugo. Irgendwie schon cool, wie er jedes Mal nach der Hand greift. Ich gehe zuerst. Ja. Okay. So, und hier kommt jetzt erstmal nichts. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Das nächste, was wir nämlich mitnehmen, ist ein Sammlerobjekt. Sind da nicht wieder Ratten. Mellie, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Sieht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ombrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemisten-Legende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Ist schon geil gemacht. Chateau d'Ombrage. So, hier oben einmal nach links abbiegen. Hier gibt es nämlich nochmal eine Tür. Und Mellie muss jetzt einmal aufsperren. Mellie, übernimmst du? Ja. Normalerweise übersieht man das halt schnell und geht dann schon in der anderen Richtung weiter. Ist erledigt. Aber dann verpasst man hier an der Stelle einfach noch ein Sammlerobjekt. Soll das die Wundermedizin sein, von der sie gesprochen hat? Bierräuberessig. Äh, riecht nicht besonders gut. Und hier hätten wir noch ein bisschen Salpete. Hilft es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Genau. Ratten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie. So. Hast du das gesehen? Los, lauf! Das ist doch verrückt! Ja, warum? Ich finde das cool. Das funktioniert, Mellie. Nie. Wieder. Ein Gebäude. Hier noch den Schwefel. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Ugo. Das ist so weit weg. Zu weit oben. Jetzt. Na los, na los. Das müsste helfen. So, dann nehmen wir hier noch den Alkohol und die Steine. Nichts noch nicht. Und hier vorne, das müssen wir jetzt nicht entzünden. Da rennen wir einfach durch. Sobald es das nächste Mal blitzt jetzt. Los, wir werden es schaffen. Scheiße, Scheiße. Warum? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Haha, Lukas. Die haben aber schon ein bisschen am kleinen Fußzeh geknappert, oder? Schatz, gut um Brasch. Oha, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Ugo. Du machst mir echt Angst langsam. Okay. Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rappenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Verschlossen. Melli? Kannst du das übernehmen? Ja, das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Wo? Das Schloss oder da drinnen irgendwie so generell? Hä? Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Ugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Genau, stellt euch mal hier unter. Komm, Ugo. Bist du soweit, Melli? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Hier ist nichts mehr, nee. Ich hab gedacht, da ist noch was zum Sammeln. Steine. Also los. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Ich hab so das Gefühl, Amicia hat schon richtig Spaß an ihrer Rolle gefunden. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Okay. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Oh ja, kein Stress, ne? Wir müssen zwar hier die Platiner spielen. Aber wir müssen es ja jetzt hier auch nicht hetzen lassen, ne? Hey, Melli, komm. Steig ein. Du musst doch... Hä? So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Okay. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Ach so. Melli, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kannst kaum erwarten, da oben zu sein. Ich sehe. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Ah, ja, die müssen in die Grube getrieben werden. Und die sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Kein Stress, ne? Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Sind auch ein gutes Duo eigentlich. Ja. Denkst du, du kriegst das hin? Dreh. Na, schön. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Oh, oh, oh. Das war knapp. Also hatte ich sogar das Gefühl. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Was ist mit dir? Wir werden es schaffen. Dann können sie hier hochklettern? Nein, ich kann ihn nicht hochklettern. Hä? Wait. Achso. Warte mal. Den Wall hochklettern hier. Wir müssen hier nach links. Genau. Und hier oben gibt's auch wieder was zum Sammeln. Genau. Ein bisschen Alkohol. Schwefelstoff. Steine. Sehr gut. So, das da unten haben wir schon angemacht. Melli, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es ist zu vieles. Wir werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich kann sowieso schon klitschnacken. Ja, passt aber doch. Also da ist ja schon... Da ist sie schon ziemlich frei geworden. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube hier... Genau, hier ist noch eine Kiste. Äh, hier gibt's nochmal ein Werkzeug und ein Seil. Und... Ich meine hier... Ne, hier war nix mehr. Hier war aber auch nichts zum Runterklettern. Wir müssen da hinten wieder runter. Aber... Wenn ich das gerade so richtig sehe... Dann sind ja hier schon wieder die Ratten. Jetzt schiebe ich das wieder zurück. Na ja, gut. Neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Ugo? Mir geht's gut, aber man muss... Na, schreien doch. Keine Sorge. Der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja. Na komm. Okay. Das scheint jetzt schon irgendwie richtig zu sein. Gucken wir mal. Ah, jetzt können wir auch hoch. Ich wäre so weit. Sehr gut. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so... Eroberten Amicia die Amazone. Und Melli die Verstohlene. Das Chateau d'Ombrage. Ich habe zu viele Bücher gelesen. Ich... Komm. Ich glaube auch. Wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wald. Ich gebe dir mit diesem hier Decker. Gut. Ich komme runter. Okay, gib mir Deckung. Ähm, was war das? Nichts. Nur... Ein beschissener alter Hebel. Melli, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Okay, nochmal Schwebel und Alkohol. Wir können hier alle zusammen leben. Mir liegen Gebäude irgendwie näher, weißt du? Und eine Fackel. Und dann dürften wir jetzt gleich alle hier einmal soweit fertig haben. Einmal hier hinten die Fackel anmachen. Genau. Und einmal hochklettern. Und jetzt sollte das passen. Hier haben wir noch ein paar Sammelobjekte. Ist halt schon ganz gut gemacht, weil das geht ja hier relativ automatisch. Dadurch, dass wir ja hier eh einmal durchkommen und durchmüssen. So, und wenn... Wenn Melli jetzt... Ähm... Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Das Teil nochmal bewegt. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut. Dann einfach nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein. Meine Geschichte endet anders. Äh? Und jetzt? Doch nochmal hier hin. Los, komm schon. Scheiße, wir haben's fast geschafft. Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut. Ich verstehe. Das stimmt wohl. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melli der Furie. Was? Melli, die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Jawohl. Perfekt. Puh. Und da haben wir auch das Kapitel abgeschlossen. Wunderbar. Ja. Kommt zum Feuer. Wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Genau. Aber heute holen wir uns erstmal die Trophäe dafür, dass wir es. Kapitel Nummer 7 auch abgeschlossen haben. Perfekt. Jo, Kapitel Nummer 8 wird jetzt relativ knapp, relativ kurz. Du bist, du bist schon wach? Ja, ich hab ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Und ganz viele Sachen hat er gefunden. Wir müssen natürlich jetzt erstmal schauen, dass wir hier alles mögliche erstmal mitnehmen. Und interessant an der Stelle, wir haben hier unsere ganzen Sammelobjekte, die wir bisher bekommen haben. Die haben wir hier nochmal angezeigt. Wir nehmen aber jetzt erstmal alles mit, was wir hier irgendwie finden können. Hier gibt es zum Beispiel ein Seil. Dann hier gibt es glaube ich später oder gleich irgendwie nochmal eine Blume. Hier die Blume. Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Genau. Genau, Amicia. Aber wir nehmen, wie gesagt, hier erstmal alles mit. Alles mit, wo wir geht. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Eigentlich ganz cool, dass sie jetzt irgendwie doch für eine kurze Zeit zumindest mal ihr Zuhause hier hat. Oder die haben. Mal gucken. Hier gibt es eine Werkbank. Mal schauen. Haben wir hier was verbessert? Ja, hier haben wir was verbessert. Und zwar die Bänder. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Die Bänder verbessern wir hier einfach mal. Und so können wir auch hier wieder was mitnehmen. Ich sollte bei Hugo bleiben. Mal schauen. Genau, hier können wir nicht weiter. Hier, das Kapitel ist jetzt nicht lang. Aber es gibt halt hier wirklich doch einiges für uns einzusammeln. Deshalb sollten wir hier auf jeden Fall richtig gut gucken, was hier überall liegt. Und abgesehen davon gibt es jetzt auch gleich für uns noch eine Trophäe abzustauben. Und da müssen wir halt auch einfach aufpassen. Mal hier oben noch was mitnehmen. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Guck mal, wir haben jetzt schon 15 von 26. Also, wirklich, es geht richtig, richtig gut voran. So. Und wir gehen jetzt nicht zu Lukas. Ja, komm mit. Schon gut, du kannst kommen. Genau, komm mit, Hugo. Ich zeige dir das. Vor allem, wo will ich hin? Du hast gesagt, du hast so viele tolle Sachen entdeckt. Und warst hier die ganze Zeit unterwegs. Und du warst nicht hier unten, oder? Hugo. Ich glaube, wir müssen echt mal zum Nerven-Docken mit dir. Okay, hier unten gibt es jetzt... Oh, ein Grab. Ein Grab. Wer liegt hier? Ich weiß es nicht. Gehen wir nur kurz hin. Und dann können wir wieder zurückgehen. Bitte entschuldige die Störung. Wir haben zwar keine Kerzen, aber ruht in Frieden. Und danke, dass ihr auf uns aufpasst. Komm, gehen wir. So, und dafür gibt es einmal die Trophäe Tribut. Das ist im Prinzip dafür gewesen, dass wir jetzt einmal hier unten an dem Grab waren. Und sobald im Prinzip einmal das Gespräch hier zwischen Amicia und Hugo stattfindet, wird das Ganze getriggert. Und du erhältst auf jeden Fall dann die Trophäe. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Schwefel, ein bisschen Alkohol. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. Äh, in Ordnung. Und ich und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Noch ein bisschen Salpete, ein bisschen Lede. Hier liegt, meine ich, auch noch was. Hier? Nee, hier war nichts mehr, okay. Hier gab es nur quasi diese Teile da irgendwie, wo sie dann was sagt. Das nehmen wir mit. Das muss es sein. Genau, das haben wir ja gelernt. Je mehr es stinkt, desto besser ist es. So, das stellen wir ihm einmal hin. Hier, sonst noch was? Ähm, ja. Den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut. Dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Ähm, das war eigentlich nicht geplant. Äh. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder, Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Der Zauberer. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Hier oben, wie gesagt, jetzt nehmen wir noch die Blume mit. Die dürfen wir nicht vergessen. Hast du eigentlich Melli gesehen? Nein. Eigentlich. Ich habe sie in meiner Liste. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Komm mal mit hierher. Kannst du immer noch nicht... Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Oh, er kann immer noch nicht zur Blume. Dann kommt das später. Okay. Hugo. Hugo. Aber hier gibt es noch ein Sammelobjekt. Und zwar einmal direkt hier links. Der Schmelztiegel des Alchemisten. Das haben wir auch. So, und hier. Hallo. Wow. Komm mal, Misha, mach mit. Einmal Leder. Direkt hier, wo Melli gestanden hat. Und jetzt machen wir hier heiße Gespräche mit Melli. In der Ecke. So, dass Hugo es auf keinen Fall misspickt. Dieses Chateau ist eine Ruine. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Misha. Und wegen Hugo, ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Misha. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Liebe wohlzusagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amisha, komm bitte. Ja, Hugo. Was hast du gefunden? Alles und nix. So, und jetzt müssen wir einmal hier gucken, hinter Melly, hinter dem Fass. Richtig krass versteckt. Einmal das Buch. Also noch ein Sammelobjekt. Und jetzt müssen wir nur noch zehn Kuriositäten einsammeln. Wir brauchen nur noch drei Geschenke. Und okay, noch neun Blumen. Aber ist schon krass, ne? Also, wie schnell das hier doch vorangeht. Da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Ich folge dir. Hey, der ist echt so schnell. Das gibt's gar nicht. Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Hast du den Baum gesehen? So, okay. Das können wir überspringen. Haben sie hier ihre Ketten hingehauen. Und hier einmal den... Was hast du da gefunden? Hier, Johannes Kraut. Das nächste Sammelobjekt ist Johannes Kraut. Es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Danke. Achso, genau. Hier haben wir einmal das Johannes Kraut. Ich gucke ihm zu, wie er diese scheiß Schmetterlinge fängt. Ähm. Und jetzt überlege ich gerade, wo müssen wir jetzt weiter? Ich glaube nur noch mal zum Melli. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hört zu. Eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei überseht mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung. Werden wir. Roses. Jo. Und da haben wir auch Kapitel Nummer 8 fertig. Unser Zuhause. Ja, ich sag ja, also es geht jetzt wirklich relativ schnell das Ganze. Kapitel 9 wird jetzt wieder eine längere Geschichte. Ähm. Hier die Cutscene. Das überspringen wir an der Stelle erstmal. Und jetzt müsste es normalerweise hier direkt hinter dem Baum. Genau. Gibt es die nächste Blume. Willst du auf den Ball oder was? Oh, mein Bruder. Er steckt ihn mir gerne ins Haar. Und da kriegen wir auch eine Trophäe Kräuterkundle. Also das ist dafür, dass wir jetzt sechs Blumen einmal gefunden haben. Und wir sind jetzt schon bei 26 Prozent. 15 von 36 Trophäen. Läuft gut. Was sind das für Leute auf der Böcke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten. Der Biss wütet hier. Genau. Und wo der Biss wütet? Ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los. Gehen wir. Ein Stock? Melly, übernimmst du? Und den Stock? Ja. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung. Aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte. Mach schon. Ab mit dir. Ja. Okay. Viel Glück. Dir auch. Ein Kapitel, in dem wir jetzt mal wieder ganz alleine unterwegs sind. sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. So, einmal hier hoch. Das vergisst man halt relativ schnell, dass hier oben was liegen kann. Was haben die nur vor? Haben wir aber mitgenommen. Perfekt. So, ich guck mal, dass wir das auch alles hier auf der Liste haben. Okay, okay, okay. Ich muss einmal schauen. Hier sind wir richtig. Hier liegt nix. Hier liegt auch nix. Hier liegt auch nix. Wow. Da drüben. Das muss die Universität sein. Das Licht. Das da hinten, ne? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Auf jeden Fall. Also los. Hey, ihr da drin. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schuss. Wir machen euch verraten. Delsa, lass die Teller stehen und hol lieber warme Kleidung. Verdammte Bourgeoisie. Bourgeoisie. Okay, hier müssen wir nur kurz warten, bis die weg sind. Und dann meine ich hier rechts. Rechts. Nee, nicht rechts. Links, genau. Hier in der Ecke. Hier gibt es einmal was. Und hier muss ich jetzt ein bisschen mehr wieder auf die Liste gucken. Gerade eben in den Kapiteln war das jetzt nicht so schwer. Da konnte ich im Freestyle das Ganze mehr oder weniger hier abfarmen, ablooten. Aber hier kommen jetzt wirklich wieder Dinge. Da muss ich echt ein bisschen mehr drauf schauen. Mal gucken. Jetzt können wir. Wir können vielleicht mal. Wir holen uns mal ein bisschen Feuer noch. Wir brauchen eigentlich. Wir müssen natürlich auch mal hier und da ein bisschen was herstellen. Ups, warte mal. Gucken wir gerade nochmal, ob wir den Kram jetzt hier noch mitnehmen können. Weil es gibt auch noch die Trophäe Alchemist. Und wenn wir immer mal wieder was hergestellt haben, dann erscheint die irgendwann automatisch. Das bedeutet aber, wie gesagt, auch wir müssen halt auch schon ein bisschen gucken, dass wir auch hier und da doch nochmal ein bisschen was craften. Es ist jetzt nicht schlimm. Das wird automatisch irgendwann kommen. Aha. Kriegsrecht? Ich kann es nicht glauben. Warum jetzt? Alkohol. Hier ist Alkohol nochmal. Okay, und dann müssen wir einfach mal gucken. Jetzt machen wir mal hier das Licht an. Das darf der Typ halt nicht mitbekommen, der da gerade eben langgelaufen ist. Der kommt jetzt hier wieder zurück. Das siehst du. Könnten wir uns hier so eine Fackel mal mitnehmen. Wir nehmen das mal mit. Ich weiß jetzt an der Stelle gar nicht mehr so genau, für was wir die hier brauchen. Müssen wir da nochmal nach links, oder? Ah ja, okay. Okay, ansonsten kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen den Stock hier, um dann noch da rüber zu kommen. Theoretisch könnten wir den auch umbringen. Dann würden die Ratten wahrscheinlich auf ihn gehen. Das finde ich an dem Spiel eigentlich auch ganz gut gemacht. Weil es gibt wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, wie du hier halt auch an den ein oder anderen Passagen weiterkommst. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich auch einfach hingehen und könnten jetzt hier an der Stelle ihn killen. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Tut er nicht. Und wir sind einmal durch. Müssen jetzt nur noch hier rüber. Und perfekt. Woo! Okay. Haben diesen Part einmal hinter uns gebracht. Okay, hier gibt es relativ viel, was blinkt. Also wir müssen jetzt auch immer relativ viel sammeln. Scheiße! Wie soll man bei all den Kappen hier in Hordisatz... So, das war schon mal gut, dass wir den auf jeden Fall so schnell hier platt gemacht haben. Er sucht halt jetzt ein bisschen dumm. Bist du dir sicher? Hier. Möglich. Kommt, ihr Ratten! Also hätten wir theoretisch auch anders machen können. Aber dann hätten wir uns, glaube ich, hier einen Stock holen müssen. Und so kommen wir jetzt ja relativ easy hier an den Ratten vorbei. Nehmen hier noch den Schwefel mit. Hier oben liegt nichts mehr. Und hier hinten nehmen wir noch... Ne, können wir nicht mitnehmen, oder? Ja doch, warte mal. Wir können hier was herstellen und dann können wir auch das mitnehmen. Wir sollen mir das ganze Gerümpel fortschaffen. Der letzte Aufruf. Ich hab dir doch gesagt, dass die Zeit drängt. Aber was ist mit Vaters Sache? Aber, aber... So, hier einmal links rum. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Hier gibt's nämlich... Schwefel. Alkohol und nochmal Solpeter. Ist das überall so? Alkohol, Schwefel, Solpeter. Das können wir auch nochmal herstellen. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel von dem ganzen Zeug verschwenden. Ansonsten haben wir nämlich das Problem, dass wir dann an der Werkbank vielleicht das ein oder andere nicht herstellen können. Aber wir gucken mal. Das wird schon passen. Also du siehst, hier gibt's wirklich massig an Kram, den wir hier mitnehmen können. Ich kann hier übrigens auch ein bisschen schneller laufen. Ich muss hier nicht lang kriechen. So, und jetzt einmal hier runter. Schnell. Komm. Das wird nämlich knapp. Wir müssen einmal da hinten in die Ecke, wo die zwei Dudes hier gerade waren. Die zwei Dorfbewohner. Und hier ist nämlich noch eine Kiste. Und das war ganz schön knapp. Hier noch die Kiste. Hier haben wir noch einmal ein Werkzeug. Und Leder und nochmal Alkohol. So, und hier. Ich muss jetzt mal überlegen. Ne, hier haben wir nichts mehr. Okay, jetzt gleich muss ich auf jeden Fall mal auf die schlaue Liste gucken. Ähm. Weil das war jetzt vieles, an was ich mich so erinnern kann. Mal gucken, weil ich meine, hier kommen nämlich auch noch die ein oder anderen Sachen, wo wir nämlich gleich noch eine Trophy vielleicht so bekommen können, beziehungsweise noch was anderes. Okay, hier haben wir Steine. Sehr gut. So, hier gibt es nämlich ein Sammelobjekt. Aber hier kommt gleich ein Typ rein. Meine ich. Gehengte, wenn ich ihn da runterhole. Genau. Oh, das hat er hier draußen mitbekommen. Der hat eine Laterne dabei. Zack. Und das war wichtig, dass wir da jetzt ein bisschen gewartet haben, bis er da an dieser Stelle steht. Weil wir können nämlich jetzt einmal, also einmal gibt es hier noch Schwefel. Ähm, wir können nämlich jetzt einmal hier ganz außen rum und können hier hinten an diese Truhe. Genau. Und hier gibt es nämlich auch noch ein Sammelobjekt. Und zwar das Schaffell. Hier ist jetzt nichts mehr, wir müssen aber nochmal nach oben. Wenn der nämlich zu weit vorne noch in der Nähe von der Tür ist, dann kriegst du den, also dann sind die Ratten auch zu sehr in der Nähe von der Truhe. Und dann wird es schwierig, also da kannst du schon auf jeden Fall vom Timing her das in etwa so machen, wie ich das jetzt gerade gezeigt habe. Hier oben hast du noch zweimal Stopp. Äh, genau. Hier sind noch ein paar, ja, Bewohner, die den anderen Weg gewählt haben. Sie wurden alle hingewiesen. Ne, wahrscheinlich nicht, sonst können sie ja schlecht dann zudecken, oder? Okay, das haben wir. Okay. Hier unten. Salpeter und Schwefel. Salpeter und Schwefel. Und da wäre aber auch ein bisschen Alkohol und Leder weg. Das möchte ich erst mal vermeiden. Hm. Ja, wir machen mal diesen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil, ähm, du musst halt überlegen, was kommt vielleicht noch hier? Jetzt kommt noch mal ein bisschen Seil, aber Alkohol zum Beispiel ist ja auch eher etwas, was, was doch seltener ist. So, hier müssen wir jetzt gucken, also hier müssen wir auf jeden Fall zwei Typen einmal runterholen, ähm, ob es da jetzt wirklich, ähm, ne, wir können, glaube ich, sogar nur diese zwei hier runterholen. Ich glaube, andere könnten wir hier gar nicht runterholen. Das bedeutet nämlich, wenn die hier einmal unten sind, können wir nämlich hier durch. Du siehst jetzt, die Gatten Schweißen jetzt da hinten. Hier noch den Alkohol. Bei uns sagt man, das bappt. So. Wir müssen jetzt einmal gucken. Ich weiß nicht. Ähm, machen wir den jetzt platt? Ah, jetzt läuft er. Ah, no! Oh, 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 oh! Alter Schwede! Das war vielleicht knapp. Also, das war auf keinen Fall so geplant, aber egal. Hauptsache, es hat funktioniert. So, einmal hier hoch. Seil, Steine. Und hier hinten ist nochmal ein Tonbrug, aber den brauchen wir gar nicht. Und hier haben wir aber nichts zum plattmachen. Alter, das war echt, das war echt schon, das war wieder ein bisschen improvisiert. Was ist da unter? Okay, ich glaube, hier können wir einmal durch. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Den Stock haben wir. Hier hinten ist nämlich noch eine Kiste. Denkt an die Schrift. Hat gegner, hat Luke. Hä? Ich habe den Stock gar nicht mitgenommen. Oh Mann. Check ich nicht. Warum hat die den Stock nicht mitgenommen? Jetzt. Weil da hinten ist auf jeden Fall eine Kiste, an die wir noch ran sollten. Da gibt es vielleicht noch das eine oder andere. Müsste ich jetzt gucken. Weiß ich jetzt nicht genau, was da drin ist. Ist auch nicht schlimm, wir werden es ja gleich sehen. Und da drin haben wir Alkohol, Stoff, Stoff, Stoff und Schwefel, Alkohol, Stoff und Schwefel. Wir gucken aber trotzdem mal, Alkohol, Stoff und Schwefel. Wenn wir da was herstellen, können wir beides mitnehmen. Und wir sind wie der, wir sind wie der Safe. Also hier gibt es jetzt den einen Typen, der hier vorne da rumpimmelt. Ähm, wir sollten den vielleicht nach hier drüben ablenken. Dann können die Ratten den hier nämlich gleich fressen. Da hat sich was bewegt, glaube ich. Boah, Alter. Gegen das scheiß Laternen-Ding. Boah. Ei, ei, ei. So, jetzt holt euch den erstmal. Snackt den mal ein bisschen. Wir holen uns hier mal wieder so ein Tongefäß, so ein Topf. So, und jetzt können wir auf jeden Fall... Hä? Ist auf die ohnehose ausgezogen, den Typ. Okay, hier gibt es nicht wirklich was. Außer hier noch die Steine. Okay, und ich überlege gerade nicht, dass wir irgendwo was großartig vergessen. Aber ich meine, das passt alles soweit. Wir haben alles mitgenommen. Okay. Okay, genau. Jetzt müssen wir nämlich hier gleich rechts abbiegen. Wait. Hier. Alkohol und Schwertel. Nehmen wir. Die Universität. Na bitte. Weiter. Ich gucke gerade, weil ich weiß, hier gibt es noch mal so einen Wagen von den Alchemisten. Und ich will den nicht irgendwie verpassen. Ich dachte hier irgendwie rechts, aber das ist scheinbar nicht so gewesen. So, Alkohol und Schwebe. Und weil wir davon immer was gebrauchen können, von diesen Feuerdingern da, nehmen wir das einfach mal. Yes. Perfect. Und hier haben wir noch ein bisschen Leder, ein paar Steine und hier ist noch eine Truhe, genau. Auch noch ein Werkzeug. Okay, und wir gehen mal an die Werkbank und schauen mal, was wir jetzt einmal hier schönes bauen können. Und zwar nehmen wir einmal ganz unten das. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Genau. Ja, ansonsten machen wir jetzt erstmal nichts weiter. Ah, ich überlege gerade. Okay. Nee, wir machen da nichts weiter. Wir werden da später auf jeden Fall noch weitere Möglichkeiten haben. Du hast doch irgendwas dabei, was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amis. Hey. Ich will dich lehren. Das war's. So, hier oben. Ups. Hier haben wir auch nochmal Alkohol-Salpeter. Einmal hier durch. Ein Fenster. Perfekt. Hier habe ich immer gedacht, man müsste da irgendwie durchkriechen. Also, was heißt immer? Als ich das, ähm, mir aufgeschrieben hatte, beziehungsweise einmal so probehalber einen Durchgang gemacht habe. Aber. Da musst du gar nicht durch. Du musst einmal hier in diese Richtung, einmal hier drüber. Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Okay. Also, hier kriegen wir erstmal nichts hin. Und hier können wir aber nur das Leder mitnehmen. Warum seid ihr so aufgeregt? Hier unten. Einmal mit dem Feuer das Ganze erleuchten. Und jetzt finden wir hier dieses Episanguis. Also, das ist Episanguis. Genau. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermahlen. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Und jetzt können wir, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen von dem anderen Kram mitnehmen. Den Alkohol nehmen wir noch mit. Und einmal hier den Episanguis im Einsatz. Oh, fuck. Wir müssen hier andere Ecke schmeißen. Das wollen wir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran. Die Wirkung hat nicht so lange. Ja, das Ding ist, die Länge von dem Episanguis, das können wir auch noch beeinflussen. Da können wir später, glaube ich, nämlich noch ein bisschen was anderes noch einsammeln. Ähm, was heißt einsammeln? Ein bisschen was anderes noch, ähm, verbessern. Oh, Episanguis. Oh, hier haben wir nochmal Steine, Schwefel und Stock. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Okay, jetzt muss ich überlegen, wo schmeißen wir das hin? Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Okay. Und jetzt stumpfen wir die einfach mal alle schön darüber. Aber da sind so ein paar, fuck, da sind so ein paar da geblieben. Ihr müsst alle in die, in die andere Ecke. Jawohl. Alle erwischt. So, jetzt können die uns schon mal hier nicht mehr. Ah, fast alle. Ey, die werden uns doch jetzt, die zwei Pisser jetzt hier nicht auf den Zünder gehen, oder? Ich renne einfach da hoch. Okay. Noch ein paar Steine. Ein bisschen Alkohol. Nein. Erstmal hier runter. Okay. Dann werfen wir den einmal hier hinten in die Ecke. Und hier Stoff, Alkohol und Episanguiz. Hier nochmal ein bisschen schwefen. Ja, komm, stellen wir mal her. Okay, einmal da rüber drehen. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ein Karren. Aber was hat sie jetzt gemeint? Oh, fuck. Da hinten den Karren. Ja, ja, schon klar. Aber wir müssen doch erstmal hier hinten in der Ecke, gibt es nämlich noch was, ähm, zu looten. Hier. Machen wir das so. Ich denke, das passt. Ja. Oh, 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 oh. War aber knapp. Achso. Wait. Jetzt weiß ich wieder wie. Und zwar. Jetzt die Laterne, schnell. Schnell, ja. Ich bin doch da. Jawohl. Oh. Die drei. Die werden uns jetzt das Leben schwer machen, oder? So, ein bisschen Salpeter. Und bevor wir das Ding jetzt da wegschieben, gehen wir einmal hier nach hinten. Und zwar hier in dieser kleinen, ja, in diesem kleinen Teil hier. Als wäre der Ort hier nicht schon düster genug. Stück eines Grabsteins. Genau. Das haben wir auch. Mal schauen. Stück eines Grabsteins. Und jetzt können wir einmal mit der Kiste hier in die andere Richtung fahren. Wie gesagt, wir müssen echt aufpassen. Oder ich muss echt aufpassen, dass wir hier jetzt nicht irgendwie noch was noch großartig vergessen. Aber ich meine, momentan sind wir ganz gut unterwegs. Wir dürften hier nichts vergessen haben. Das Gute ist ja auch, im Hauptmenü, über die Kapitelübersicht, siehst du nochmal, wo du was, in welchem Kapitel vielleicht vergessen hast. Du weißt natürlich nicht, wo das dann liegt. Aber zumindest mal, in welchem Kapitel dir vielleicht noch was fehlt. Weil es kann ganz leicht passieren, dass man da wirklich mal was vergisst. So, wenn wir jetzt hier einmal durch das Tor durch sind, müssen wir nochmal nach links. Und hier gibt es, genau, nochmal Steine, Schwefel, ein Seil. Und ansonsten war es das. Salpeter? Ich habe hier irgendwo noch Salpeter stehen. Hm. I don't know. Bei mir steht jetzt hier irgendwie nochmal Salpeter. Mein Gott. Was ist hier passiert? Ja, was soll denn passiert sein? Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Okay, einmal hier drüber. Schon heftig. Die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Ich kann nichts tun. Die haben die Ratten losgelassen. So ist ja voll schön, ne? Kaum zu glauben. Sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt. Hier. Hier gibt es nochmal Salpeter. Und nochmal... Alkohol. Wir müssten auf jeden Fall fürs Herstellen von Dingen bald mal die Trophäe erhalten. Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Ihr Miesenbiester. Verdammtes Rumgequieke. Das Odoris. Ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quieken. Glaubt mir. Machen Hackfleisch aus euch. Es hat funktioniert. Super. Aber... Das Ding ist... Wir müssen die Ratten da nochmal weglocken. Fuck. Okay. Wir müssen uns kurz drauf gehen lassen hier. Weil das Problem ist... Wir müssen da eigentlich nach rechts... Ich hätte die Ratten nicht da hinlocken dürfen. Sondern... Ähm... Wir müssen den... Den Typen da weglocken. Weil du siehst da hinten schon, da ist eine Kiste. Äh... Warte mal. Jetzt haben wir aber hier nochmal... Das hergestellt. Das nehmen wir wieder mit. Genau. Perfekt. Das hat uns Amicia doch in eine falsche Richtung gelockt. Aufhören. Zack. Äh... Warte mal. Es hat funktioniert. Nee. Okay. Ich hab schon gedacht, die werden jetzt vielleicht automatisch darüber gelockt. Okay. Hier an die Kiste. Seilwerkzeugstoff. Sehr nice. Und hier haben wir auch nochmal Alkohol. Hey! Ich hab mich echt erschrocken. Ich hab mich wirklich erschrocken. Das gibt's doch gar nicht. Ist ja alles schön und gut, dass sie da... Dass sie da vielleicht auch Hunger haben, aber... Oder ich hätte den einfach in eine andere Richtung locken müssen. Das hätte natürlich auch vielleicht funktioniert. Es hat funktioniert. Ah, hier die Kiste. Genau. Düpp, 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 düpp. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, wo geht. Ach, die kommen da nicht hin, wegen dem Licht? Okay, Alkohol mitnehmen, schnell. Und einmal hier durch. Das nennt man Barmherzigkeit. Das nennt man Barmherzigkeit. Hände. Hä? Ne, wirken sie nicht ständig ins Wasser. Die treiben alle zur anderen Seite rüber. Uff, na dann... Mit dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Hm. Genau, so. Was soll der Lärm? Ja, hier, geh mal gucken. Mensch. Ich könnte die Rannen von der Brücke weglocken. Also, was? Hehehehe. Hehehehe. So. Nehmen wir. Hier nehmen wir auch nochmal. Ach, das ist schon voll, unser Inventar. Jo, dann können wir hier nochmal ein bisschen was bauen. Das brauchen wir eh. Okay. Hm, okay. Das ist jetzt schwierig. Da hinten liegt noch was. Ah ne, es geht. Leder und Seil. Das ist schon, das ist schon sehr wichtig, dass wir sowas auf jeden Fall mitnehmen. Weil das sind ja doch eher Sachen, die es selten ergibt. Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich deinen Maul und hör auf rum zu heulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Oder? Hat er nen Helm? Warte mal, er hat nen Helm. Bam! Jawoll! Das ging doch ziemlich gut. Leder. Und nochmal Leder. Der hat Steine. Aber jetzt müssen wir grad mal gucken. Ich meine nämlich hier... Jawoll. Hier müssen wir lang, weil hier gibt's nämlich jetzt glaube ich den... den nächsten Wagen vom Alchemisten. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Danke, Amicia. Und ich weiß, dahinter gibt es nochmal von dem Epis. Und hier gibt's auf jeden Fall nen Haufen Zeug, was wir mitnehmen sollten. Und ich weiß gar nicht, müssen wir hier was verbessern? Sollten wir hier was verbessern? Ähm, grad mal schauen. Genau, hier haben wir die Merkbank. Ja, hier sollten wir auf jeden Fall mal unsere Munitionstasche noch auf das nächste Level bringen. Das sollte mir die Sache erleichtern. Und... Und... Das hier sollten wir auch noch auf das nächste Level bringen. Endlich! Das wird nützlich sein! Genau. Das, was wir hier unten sehen, wegen Alchemie, was hier dazukam, das ist folgendermaßen. Du siehst jetzt hier zum Beispiel, dass das die Wirksamkeitsdauer von Odoris und Luminosa verlängern würde. Aber wir brauchen das auf keinen Fall, um irgendwie die Trophäe für diesen Alchemisten zu bekommen. Also wir müssen wirklich nur hier oben diese Sachen komplett einmal aufgelevelt haben. Das hier unten, das brauchen wir nicht, ja. Hier ist nochmal Werkzeuge, Ignifer-Munition, lenkt Gegner in der Nähe ab, ja. Ähm, aber wie gesagt, das brauchen wir jetzt eigentlich für unsere Trophäe nicht. Und du siehst, wir sind auch schon relativ weit, was das Ganze betrifft, hier mit unseren Sammelgeschichten. Und das Gute ist, dass wir hier auch wirklich diesen anderen Alchemistenwagen noch befunden haben. Ähm, ich guck jetzt einmal, dass wir hier hinten... Genau, das haben wir auch. Jetzt kommen wir hier nochmal zum... Jetzt müssen wir nochmal vom Epis ein bisschen was finden gleich. Und dann ist das Kapitel aber auch schon bald wieder rum. Es gibt noch ein Sammelobjekt, was wir hier holen müssen. Wir hätten den Typen da sogar so ablenken können. Äh, wie? Ähm, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie keine Hobbys hier, Ratten? Hä? Wir sperren die mal da ein, sodass die hier nicht mehr rauskommen aus der Ecke. Dass wir ein bisschen unsere Ruhe haben, können wir dann einfach mal in Ruhe schauen, ob es hier noch irgendwo was gibt. Und jetzt kommen wir auch hier super durch. Perfekt. Hey, du! Es brennt! In mir drin! Was soll ich tun? Ich... Was weiß ich? Wasser! Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Okay, hier unten gibt's jetzt gleich noch ein bisschen was einzusammeln. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Vitalis, der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut trägt euch auch an deinen Händen. Und... Perfekt. Und... Perfekt. Schön, zwei Typen... ... platt gemacht. Wunderbar. Und von dem Typen hier hinten... ... schießen wir auf jeden Fall noch mal die Laterne ab. Du entwischst mir nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Ha! Aber jetzt... Shit! Shit! Jetzt weißt du, wo ich bin. Hä? Das ist halt fuck. Äh, das ist halt fuck. Das ist halt scheiße jetzt. Das ist ein Schildträger, der Typ. Aber... Wenn ich's hinbekomme, dass er hier steht... Jawoll! Okay. Okay, das war gar nicht so... Das war gar nicht so dumm. Das hat eigentlich relativ gut geklappt. Ähm... Jo. Wir schauen mal. Ihn jetzt hier können wir auch relativ easy platt machen. Weil es ist jetzt keiner mehr in der Nähe. Die uns irgendwie interessieren würde, wenn unsere Schleuder hier zu sehr knallt. Zack. Den haben wir. Den nehmen wir mit. Alkohol, Steine und Schwefel. Schwefel, 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 Schwefel. Ja, nehmen wir mal hier. Okay. Und hier müssen wir jetzt gleich aufpassen. Hier gibt es nämlich... Ähm... Neben der Kiste, dass wir hier oben looten müssen. Auch gleich noch ein Sammelobjekt. Also wir haben jetzt nochmal ein Seil und Lede. Sehr gut. Hier gibt's nochmal Salpete. Und nochmal ein bisschen Epis. Und... Da gibt's noch einen Crew. Aber ansonsten nichts wirklich interessantes für uns. Aber hier oben müssen wir jetzt gleich aufpassen. Hier gibt's nämlich ein Trophäe für uns zu holen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir nämlich gleich einmal in diese Bibliothek reinkommen. Ja, endlich. Ähm... Wir müssen jetzt erstmal hier, glaub ich, warten. Genau. Groß Inquisitor. Was zum Teufel machen die da? Scheiße. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Archimisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens. Einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Okay. Wenn ich das richtig sehe, hat der rechte keine... Keinen Helm auf. Aber der linke. Heizchen? Was war das? Wasser! Okay. Hey! Kannst du mich hören? Bam! Perfekt. Ja, es lief doch richtig gut. Alkohol. Und hier gibt es nämlich noch ein Sammelobjekt. Das könnte Lukas gefallen. Perfekt. Neun von elf. Hier, das nehmen wir alles nicht mit. So, und hier gibt es jetzt einmal die Möglichkeit, dass wir hier rechts in das Gebäude reinkommen. Aber dann bekommen wir eine Trophäe nicht. Und zwar, ich glaube, auf die harte Tour oder wie sich die nennt. Wir müssen also einmal schauen, dass wir über den Vordereingang reinkommen. Und da müssen wir jetzt einmal versuchen, wie das Ganze funktioniert. Also, vielleicht können wir sie ja hier einfach mit dem Tonkrug, der hier liegt, mal ablenken. Das wäre natürlich schon mal ganz gut. Mit dem Topf. Ich habe Lärm gehört. Ich sehe nach. Denk an die toten Winkel. Wie in der Ausbildung. Äh, und du läufst nicht weg, oder was? Hä? Schupfer. TOD WIDER?! Seltsam! Ich sehe mal nach! Mach bloß nichts dummes. Funk, warum läuft denn der nicht weg? Ganz schön. Kn freelance Okay, was ich machen kann. Ich kann die natürlich irgendwie weglocken, indem die uns sehen. Das können wir auch probieren. Muss ich jetzt hier natürlich einmal den Hampelmann vor denen machen. Hey, hallo. 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 Der ist nicht schnell, ne? Komm. Was geht denn da hinten wieder? Nicht bewegen, ich mach's kurz und schmerzlos. Ja, kommt ihr mal. Okay. Alter. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich muss doch über die Haupttür rein. Shit. Okay. Dann müssen wir es anders machen. Ich muss doch über den Vordereingang rein. Ja, komm du mal her. Das ist noch nicht vorbei, klar? Ich finde euch. Bitte nicht. Ich kriege euch schon noch. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, komm. Ja. 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 Ich habe gemeint, ich könnte die so irgendwie einfach ablenken. Und wir könnten dann da oben rein. Hm. Müssen wir mal schauen, ob es jetzt funzt. Ja, jetzt klappt's. Ja, und dafür bekommen wir nämlich jetzt nochmal eine Trophäe. Die harte Tour. Also die bekommen wir nur dann, wenn wir einmal durch den Haupteingang reingehen und nicht auf der rechten Seite. Und gleichzeitig haben wir auch noch eine Trophäe bekommen, dafür, dass wir das Kapitel Nummer 9 abgeschlossen haben. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Okay. So, und ich mache aber hier an der Stelle mal ganz kurz eine Pause. Das wirst du jetzt gar nicht merken, weil es geht wahrscheinlich für dich anschließend direkt hier weiter. So, okay. Also wir gehen jetzt als allererstes einmal nicht hier nach rechts, sondern die nächste Tür. Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Und hier nochmal nach rechts. Hier können wir schon mal Salpeter mitnehmen. Dann, genau, einmal hier hinter. Und das wäre jetzt auch der Raum gewesen, über den wir hier einmal, hier gibt's nochmal Stoff, über den wir nämlich reingekommen wären, wenn wir den Seiteneingang benutzt hätten. Und wie gesagt, da gibt's hier einfach auch noch ein bisschen was einzusammeln. Das sollten wir natürlich alles mitnehmen. Ich meine, hier war noch mehr. Oder gab's hier wirklich nur den Stoff? Hey, gab nur den Stoff hier. Okay, ich hatte es in Erinnerung, dass hier auf den Bänken noch was liegt, aber es ist nicht schlimm. So, haben wir das auch gleich nochmal gecheckt. Und jetzt gehen wir nicht hier links, sondern wir gehen hier weiter geradeaus. Und hier hinten ist nämlich nochmal Alkohol. Und hier wäre nochmal Schwefel. Und ich will gerade mal was schauen. Und zwar beim Aufwerten. Du siehst, wir brauchen jetzt auch keine Werkbank mehr, um hier entsprechend was zu leveln. Das ist natürlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, mit was wir das hinbekommen haben. Genau, Amicia braucht kein Werkzeug mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Also das haben wir hier einmal mit dem Level 2 von der Ausrüstung hinbekommen. Was natürlich auch ganz gut ist. So haben wir jetzt das schneller in den Überblick. Wir sehen eigentlich alles hier, was wir jetzt haben, was uns noch fehlt. Also uns fehlt jetzt hier zum Beispiel noch Lede, um den Beutel noch weiter zu verbessern. Oder hier nochmal Seil um die Bände. Und ja, das ist schon mal ganz gut. So sind wir jetzt nicht mehr abhängig von irgendeiner Werkbank, sondern wir können auch wirklich direkt hier weiter. Jo, das bedeutet für uns, wir sind jetzt weiter hier voll auf Kurs. Voll auf Platin-Kurs. Ich bin echt zufrieden von der Zeit. Da, die Banner. Blumen. Ja, da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Falls du dich fragst, was ich hier am Ende in kleinen Pausen mache. Also entweder muss ich mal kurz austreten, oder der Hund. Links Stein. Episangius. Warte mal. Wir verbessern das. Wir verbessern das mal. Beziehungsweise craften das. Und nehmen das hier mit. Das werden wir sowieso immer mal wieder brauchen. Ey. Okay, das geht nicht. Hier gibt es nochmal Stoff. Müssen wir einfach mal ein bisschen gucken. Hier können wir einen ganz normalen Stein benutzen. Ich bin echt froh, wenn wir unseren Beutel gelevelt haben. Weil dann knallt das Ding nicht mehr so. Dann können wir die hier auf jeden Fall mit ein bisschen mehr, ups, mit ein bisschen mehr Abstand glatt machen. Hier erstmal alles mitnehmen, was hier irgendwie noch blinkt. Hier Salpeter und Schwefel. Und meine. Und meine. Hier gab es nichts mehr. Ich habe das zwar auch alles in meiner Liste irgendwo noch mit drin stehen. Was wir wie, wo, wann hier einsammeln. Aber im Endeffekt ist es ja sowieso so, dass wir das ganze Areal irgendwo ein bisschen clean müssen. So. Und hier müssen wir einmal davor. Einmal davor. Jo, perfekt. So, jetzt kommen wir als nächstes in einen Raum. Wo wir. Wo wir zwei Gegner bekommen. So, müssen wir mal gucken. Ich will natürlich, wie gesagt, nichts verpassen. Ähm, warte mal. Hier können wir noch weiter. Hinten ist nämlich noch eine Drohe. Weil natürlich kann das so sein, dass du natürlich an den einzelnen Stellen hier andere Sachen jetzt vielleicht noch brauchst, um irgendwie was weiterentwickeln zu können. Aber. Deshalb möchte ich natürlich auch alles irgendwo abgehen und auch nochmal dir zeigen, wo du welchen Loot natürlich auch finden kannst. Weil das bringt dir natürlich nichts, wenn, wenn ich jetzt, ähm, hier bei mir das alles gepimpt hab, oder gelevelt hab, und du aber dann, oder ich dann aufhöre und kein Loot mehr zeige, und du dann unter Umständen, ähm, und haltet ausschauen auf Dücher mit Rotem, ja vielleicht nichts mehr erfinden zu werden. Das sind Rotem eigentlich. Das sind grünes Itinerat. Ich kann vielleicht nicht leben. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Ich muss dich beeilen. So, er hat einen Helm auf. Er nicht? Das war doch nicht. Alter Schwede, das war knapp. Wuh. Alter, das war echt knapp. Das war ja um Sackhaaresbreite. Alkohol. Sehr gut. Und ich meine, hier liegt auch noch was. Genau, hier liegt nochmal ein bisschen Leder. Einmal schauen. Aber wir haben hier noch nichts, was wir weiter verbessern können. Hm, was liegt hier oben noch? Das konnten wir gerade eben schon nicht mitnehmen. Genau, das war nur Schwefel. Abyssel Schwefel. Okay. Wenigstens kommen die verfluchten Räume. Da sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, okay. Sia, du bist auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Hm. Mit rotem Einband. Das sind sie ja. Jo, hier sind die Rappen. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee, das hat ich hier müssen. Das ist ein Epis. Die nehmen wir erst mal. Können wir nichts mitnehmen. Ja, nicht auf mich hier. Ein paar Steine. Das war ein Geräusch. Hier ist jemand. Der Wolf. Sehr gut. So, jetzt dürfen die auch hier alle draußen sein. Und hier gibt's nämlich für uns gleich, ich meine noch ein Sammelobjekt. drin ist was, genau. Ein Gänseblümchen. Ein Gänseblümchen. Du bist auch weit von so Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Ugo. Wir stellen nochmal ein bisschen Epis her. Episanglius. Können wir nämlich noch ein bisschen was mitnehmen. Dann ist da auch wieder die Tasche voll. Jetzt gucken wir nochmal hier. Da haben wir den Schwefel. Genau. Passt. Wir haben immer noch nicht die Trophäe bekommen, dafür, dass wir so viel Zeug doch eigentlich die ganze Zeit herstellen. Das wundert mich. Das wundert mich wirklich. Eigentlich sollte die irgendwann mal aufkloppen. Okay. Dieses Ding. Wird das am Ende alles bedecken? Leder. Und hier war nix mehr. Hier war nix mehr. Aber ich glaube, sobald wir hier durchgekochen sind. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay. Ja, perfekt. Vorbei. Und hier auch vorbei. Jawohl. Beruhigt euch. Hier ist nur ein bisschen... Ein bisschen Feuer am Loden. Und mal ein bisschen Epis. Okay. Das drehen wir einmal weg. Jetzt können die da hinten durch die Tür. Die können aber nicht zu mir. Und wir können... Wir können jetzt... Wir können die jetzt einmal auf die hetzen. Wir können diese Steine auch so werfen. Und jetzt machen wir hier die Tür wieder zu. Beziehungsweise leuchten da wieder hin. Jetzt können die auch nicht zurückkommen. Ja, das ist echt schon cool mit dem Kram. Den wir da haben. Hier gibt es aber auch nichts mehr für uns. Okay. Und ab in die nächste Tür. Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Eine Werkbank, aber hier kommen keine Gegner. Du bist nicht falsch, Emisia. Alles gut, alles gut. Gut. So. Hier oben könnten wir jetzt die Bände einmal verbessern. Das machen wir auch. Das sollte mir die Sache erleichtern. Weil es muss sowieso irgendwann gemacht werden. Also es passt schon. Und hier nehmen wir noch einfach alles mit, was irgendwie einzusammeln geht. Hier ist nochmal Leder. Ein bisschen Schwefel. Und da haben wir auch die Trophäe Alchemist bekommen. Und die bekommen wir dann, wenn wir 100 Mal Munition hergestellt haben. Okay. Perfekt. Also das ist eine Trophäe. Die wird ganz automatisch im Verlauf vom Spiel bei dir auf jeden Fall aufploppen. Weil du ja sowieso mehrere Sachen einfach herstellen musst. Also mehrere Male irgendwas craften musst. Und dann passt das auch. So, wir gucken mal. Wir brauchen hier auf jeden Fall O-Seil brauchen wir ziemlich viel. Und Leder. Und das... Hier unten brauchen wir Stoff und Salpete. Jo. Aber das wird alles kommen. Das wird alles überhaupt kein Problem. Okay. Jetzt sind wir in der Bücherei. Ich gucke gerade mal, während hier diese Cutscene läuft. Was wir noch alles mitnehmen müssen. Okay. Okay. Eine Neuigkeit. Über unseren Jungen Ego der Ruh. Okay. Passt soweit. Ego der Ruh. Ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Also hier unten siehst du schon, hier gibt es jetzt eine Menge für uns noch mitzunehmen. Als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den bisschen Schach halten? So lange, wie es ihm sein Glaube erlaubt. Das Episanguis. Okay. Die beiden Typen hier, die können wir platt machen. Auch wenn da hinten einer steht. Da bist du ja. Und platt. Der Typ ist schon mal platt. Weil jetzt hier... Oh, jetzt habe ich aus Versehen das Salpeter von dem hier eingesammelt. Jo, können wir uns merken? Ja, es passiert halt. Also wenn ich überlege, dass wir jetzt schon gut vier Stunden oder länger hier on Tour sind. Und das eigentlich noch nie passiert ist. Und jetzt im Prinzip so kurz vor Ende... Also es ist jetzt nicht entscheidend dafür, die ganzen Trophäen zu bekommen. Wir werden das Salpeter so oder so genug finden. Hier haben wir noch mal ein bisschen Schnur. Okay. Aber wie gesagt, hätte jetzt an der Stelle eigentlich nicht so passieren sollen. Aber ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Okay. Oh mein Gott. Was ist das? Warte, 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 warte. Okay, jetzt zeige ich dir gerade, was wir eingesammelt haben. Hier vorne an der Bank, rechts gerade eben. Und zwar Studio vom gehäuteten Menschen. Jo, das haben wir jetzt gerade eben da mitgenommen. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Ja, dann chill. So kommt man natürlich auch drunter. Wenn man die hier irgendwie so wegblockt. Ja, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Oh, da oben liegt aber noch was. Das will ich noch mitnehmen. Oh, fuck. Ich hoffe, der untersucht das jetzt nicht. Nämlich hier liegt noch mal Leder. Na gut. Und Leder ist ja wirklich was, was wir viel brauchen und deshalb auch viel einsammeln sollten. So, das können wir auch noch mal mitnehmen. Was? Ey, da bewegt sich was. Ja, chille, mille. Du checkst das eh nicht. Sag ich doch. Aber die Musik, die geht schon gut ab bei der ganzen Geschichte. Nichts zu berichten. Okay. Das war's. War immer hier lang. Da wäre nochmal Alkohol gewesen. Den du ja mitnehmen kannst. Hier ist nichts, nein. Hey, hier müssen wir jetzt einmal diesen großen... An die Arbeit. Ihr habt den Boden ruiniert. Oh, schule Rüster. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten. Sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Haha, lass dir nicht zu viel Zeit. Und zack, boom. Jawohl. Keine Ahnung, wer du bist. Keine Ahnung, ob der Alkohol, der jetzt hier liegt. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Von dem Gegner jetzt quasi einmal... ...und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Dass wir einmal hier die reinkommenden Gegner... ...alle platt machen. Und währenddessen kommt immer mehr Feuer. Ich glaube, jetzt kommt noch eine. Da kommt. Jawohl. Und hier heißt es jetzt einfach fliehen. Ich meine, hier kommt jetzt nichts, was wir irgendwie einsammeln können. Oder müssen. Wo wir hin müssen. Nicht nachdenken. Lauf. Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Okay. Das war's erstmal. Wir haben ja Leder, Leder und Karpete. Also gut. Wahnsinn. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Mach sofort auf! Roderick, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Warten wir hier oben noch eine Kiste. Davon gibt es hier massenweise. Und da drin ist Salpeter und Schwefel und Alkohol. Salpeter und Schwefel und Alkohol. Werd' mal. Wir gucken erstmal, was wir noch brauchen, um irgendwas hier zu... Da fehlt uns eigentlich nur noch Seil. Und hier fehlt uns noch Stoff und Salpeter. Okay. Wir nehmen... Stoff, Salpeter, Salpeter. Würden wir da verbrauchen. Und da haben wir genug. Das braucht irgendwie alles. Ne, dann lassen wir den Rest mal hier in der Kiste. Ist ja nicht schlimm. Genau. So. Müsste gleich in den Raum kommen. Nehmen wir hier... Genau, diese drei Kurbeln haben. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itilerei hier sein. Hier ist man hinter den Stein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einwand hat. Seil und Salpeter. Perfekt. Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Okay. Und hier müsste es... Hier kamen wir rein. Irgendwie hier hinten rechts müsste noch was sein. Yes. Perfekt. Oh, nochmal Stoff. A little bit Stoff. Und hier hinten müsste noch ein Geheimgang sein. Ja, du siehst, also die Liste, die ich mir gemacht habe, die bringt auf jeden Fall was. Weil ansonsten hätte ich vielleicht jetzt hier... Das lasse ich lieber, wo es ist. Den Teriak. Einmal dieses Gefäß. Hätte ich nämlich einmal vielleicht sonst übersehen. Das wäre natürlich mega shitty. Hier haben wir noch ein Werkzeug und nochmal ein Seil. So, und dann können wir jetzt... ...auch einmal hier den... Dieses Teil rausziehen, weil mehr gibt es nämlich jetzt hier nicht. Hm, interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Okay. Äh... Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Ja, okay. Jetzt den. Den. Ja. Du musst dann weg, Amicia. Hä? Komm, wir gehen weiter. Komme schon. Rodrik? Ist recht. Komm, redet. Geht doch. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Hat nicht lang genug gehalten. Ja, okay. Perfekt. Das ist ganz gut, dass ihr dir wirklich so die letzten paar Meter automatisch macht, weil... ...ansonsten ist halt ein bisschen blöd, wenn du da jedes Mal so bis auf den Millimeter genau das irgendwie... ...machen müsstest du. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Nee, da hinten liegt nicht. Ich war bloß der Lehrling. Aha. Mönche. Die das sanguineis Itinara bewachen. Komm schon, beweg dich. Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ich glaub, du musst das in der Mitte bedienen. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Also los. Hört sich gut an. Oh, nee. Mach mal das andere, Rodrik. Mach mal das hier drüben. Kannst du loslassen. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Ey, los. Halt. Ja. Also los. Sofort. Okay. Ja, genau. Da hinten. Da müssen wir drunter. Und da oben ist nämlich das Buch. Wegen dem wir ja überhaupt erst hier sind. Und dann werden wir das auf jeden Fall auch... ...wern wir auf jeden Fall auch bekommen. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Na, komm schon. Okay. Rodrik. Rodrik? Ist recht. Rodrik? Okay, kannst loslassen. Warte. Warte. Gut so. Fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Jawohl. Da haben wir unser... Haben wir unser Buch fast an der Kante hängen geblieben. Oh Mann. Ich hab's. Okay. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Bereit? Das wird die Hölle. Und will ich schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Allerdings seine Steps hören sich aber auch an. Wie konnten wir nur so sehr die Kontrolle bei dir? Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Jetzt. Roderick, du bist dran. Das ist für mein Vater. Nochmal ein Seil. Machst du das oft? Nein. Aber langsam macht mir das Spaß. Hier nochmal Salpeter. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Steine. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Und hier oben ist nochmal Alkohol. Brauchen wir jetzt an der Stelle aber auch nicht mitnehmen. Er wird mich kommen sehen. Er wird dich nicht kommen sehen. Oh, 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 fuck. Ich habe L2 gedrückt. Was soll der Lärm? Was soll? Erledige ihn. Du bist erledigt. Gute Arbeit. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. So, und ich meine hier hinten. Hier gibt es nämlich noch ein Sammelobjekt. Er sieht manchmal schlecht. Genau, den Lesestein. Und jetzt haben wir schon 10 von 11. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Seil. Perfekt. Es reicht aber immer noch nicht, um das hier oben. Genau, da brauchen wir noch vier Stück. Da kommt, das kommt alles. Das kommt alles mit der Zeit. Können wir uns jetzt nicht verrückt machen. Da sind zwei von den Typen. Nix. Ich hasse es, hier rumzustehen und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Die Wache. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Perfekt. Ja, nicht optimal vom Timing, aber... Ich habe mich für etwas gehen lassen. Ging doch. So, hier haben wir noch mal ein bisschen Schwefel. Hier haben wir Salpete und Schnur. Und genau, hier können wir weiter. Hier kommt nichts mehr. Bitte sag, dass sie nach draußen führt. So, und jetzt kommen wir raus. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche. Feuer. 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 Okay. Oh, scheiße. Meine Güte. Feuer. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der große Izziziter noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rudrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennt. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Ist schon geil. Wie würd ich zusehen, dass so auf einmal alles können, ne? So, und jetzt schauen wir, was wir schon alles hier auf das Feuer zielen herstellen können. Ist schon heftig. Das Feuer. Zack. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Das ändert einfach alles. So, hier hinten haben wir noch mal Alkohol, Leder und noch mal Alkohol. Hier können wir nichts machen. Aber wir können dem seine Fackel hier oben ausmachen. Dem Menschens beste Freund. Die Ratte. Okay. Einmal hier hinter. Und hier haben wir noch mal den nächsten Alchemie-Wagen. Wir müssen jetzt leider einmal hier Leder opfern. Um hier die ganzen Ratten platt zu machen. Ist halt leider so, aber wir müssen auf jeden Fall einmal hier hinten in den Wagen. So, und dann meine ich, gibt es nur noch einen Wagen, den wir später auskundschaften müssen. Und hier brauchen wir noch viermal Stoff. Und hier bräuchten wir noch dreimal Schnur. So, das ist jetzt so. Können wir jetzt leider erstmal nicht beschleunigen. Aber das, das wird alles. Da liegt auch schon wieder was, was wir mitnehmen können. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Hier nochmal Stoff. Und Schwefel. Das haben wir hier. Hier haben wir nochmal Schnur. Das ist der Schnur. Scheiße. Du brennst. Du brennst. Nein. Nein. Alles in Ordnung. Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Das Ding ist nur, ich weiß jetzt nicht, oder wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir die da am elegantesten wegbekommen. Ich könnte natürlich einen jetzt hier ablenken. Ja, das machen wir einfach mal. War klar, dass der kommt. Ja, ey, du hast echt, du findest echt langsam gefallen da dran, glaube ich. Das ist hier die Frage. Wir lassen den ihm vorkommen, oder? Der geht dann wieder zurück und dann hetzen wir einfach Rodrik. Ihn auf den Hals. Sobald er sich umdreht, müssen wir wahrscheinlich schnell sein. rein gar nichts. Komm, dreh dich um. Und Attacke. Du bist erledigt. Boah, das war knapp. Der wollte sich gerade umdrehen. Einer weniger. Der steht nicht wieder auf. Jawohl. Okay, alle platt. Oh. Hier hinten nochmal Stoff. Und Schwefel. So, einmal hier rein. Müssten wir wirklich da rein? Ja. Ja. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Och, was? Was sollen wir tun? Mir nah und pass auf dein Buch auf. Hier. Kümmer dich nicht um sie. Einfach nur Action. Oh Gott. Hilfe. Action Selection. Mach an. Komm schon, komm schon. Fäss mich. Mach an. Verschlossen. Dahinter brennt es. Bleib zurück. Okay. Was tust du da? Öffne sie. Rodrik. Geht's dir gut? Ja. Raus. Wir sind fast da. Scheiße. Nach links. Komm, ey. Oh Gott. Einmal raus. Hier lang. Jo. Und da haben wir Kapitel 10 auch abgeschlossen. Der Weg der Rosen. Perfekt. Jo, da sind wir auch schon in Kapitel 11 angekommen. Wird jetzt auch kein allzu langes Kapitel werden. Jetzt können wir auch überspringen. Okay. Nein, nein, nein. Verflucht. Hier nehmen wir jetzt einfach alles mit. Hey. Ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür. Hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Ja. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte. Spürst du das auch? Nein. Was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Ein Luftzug. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Ich meine, das passt, wo wir jetzt hier langlaufen. Doch, das müsste so stimmen. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Ja. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh. Der Innenhof. Eine Abkürzung. So, hier haben wir auch nochmal Salpeter. Und hier können wir einmal noch... Hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unnötig. Zeil. Warum läuft der so weit vor? Ich glaube, wir müssen hier erstmal schauen. Hier gibt es nämlich, genau, hier gibt es nämlich noch was zum Beispiel. Hier gibt es nochmal Alkohol. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt schon... ...dass wir jetzt die falsche Tür hier oben aufgemacht haben. Amicia, sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Ja, nee, nee. Es passt. Es passt. Es gibt ein Sammelobjekt jetzt noch hier. Also hier müssen wir jetzt auf jeden Fall... ...die ich habe mich noch nie gesehen. Genau. Sie hat sich wohl unter dem Druckraut versteckt. Ugo würde sich bestimmt darüber freuen. Ey. Keine Sorge. Er ist ein aufgewecktes Kerlchen. Ich weiß, aber... Und hier nehmen wir noch alles mit, was irgendwie rumliegt. Achso, warte mal. Genau, ich wollte dir noch zeigen. Die... ...die Blume. Da, hier. Hugos Herbarium. Hier hatten wir noch Lavendel und Gänseblümchen. Und vielleicht hast du es auch gerade eben schon gesehen. Wir können hier den Beutel herstellen. Den können wir jetzt bis zur letzten Stufe entwickeln. Und das bedeutet auf jeden Fall, wir bekommen jetzt noch... Das sollte mir die Sache erleichtern. ...ein Trophäe kein Spielzeug mehr. Also das bekommen wir dafür, dass wir einmal die Schleuder komplett gelevelt haben. Und jetzt gucken wir noch kurz, was wir noch brauchen. Um das letzte hier... Da brauchen wir jetzt noch zweimal Leder und zweimal Stoff. Und ich denke, das werden wir jetzt auf jeden Fall noch im Laufe unserer Reise bekommen. Wir gehen mal hier hoch. Gucken wir mal was. Nein, wir gehen nicht da hoch, weil es nicht geht. Ich meine, hier liegen nämlich auch noch ein paar Sachen. Hier. Ich komme. Hier wäre noch Salpete. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Schnur. Ne, Werkzeug. Ein Werkzeug. Ein Fresco. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hierbleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh Gott! Nein! Ich komme! Brauchst du mich? Ich... Ich rufe dich! Komm schon! Schnell! Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo! Bitte! Es geht um Hugo! Es geht um Hugo! So! Und das war's schon. Das war wirklich ein extrem kurzes Kapitel an der Stelle. Aber, ja, reicht ja manchmal auch. Soll uns recht sein, wenn die Kapitel manchmal nicht so lang sind. Wir sind da. Müssen jetzt mal schauen. Es wird jetzt auf jeden Fall alles noch ein bisschen schneller gehen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Ja, wir kommen wirklich gut voran. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Siehme, die Standarte der Inquisition. Sind Sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Standarte. Hier haben wir nochmal Seil und Alkohol. Müssen wir hier über den Baum stammen. Bloß nicht runterfallen. So, jetzt haben wir hier unten die Pit Circle. Was zum... Was ist mit ihm los? Der Circle of Death. Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Okay, wir brauchen hier gar nichts herstellen. Aber die gehen schon richtig ab jetzt. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Lukas! Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich... Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen Sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt Ihr Verhalten nicht. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Einmal den Wagen hier runterfahren lassen. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Dein Zuhause. Ja, ob du das noch wiedererkennen wirst. So wirklich dein Zuhause. Da bin ich ja mal gespannt. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall gucken. Der Landsitz liegt genau vor uns. Hier gibt es ein Feuer, was wir... ...müssen. Weil hier könnten wir zum Beispiel noch Salpete und Schwefel mitnehmen. Hier gibt es nochmal Alkohol. Nochmal Epis. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Deine. So, und das Ding ist... Hier müssen wir jetzt einmal rein. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. So. Die jagen wir mal hier in die Ecke. Da müssen wir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen arbeiten. Weil unser Epis leider nicht lang genug anhält. Aber du siehst, hier gibt es ordentlich was zu sammeln. Fuck. Es war zu knapp. Hätte ich auf Nummer sicher gehen müssen. Mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Nein. Okay. Wir machen das jetzt ein bisschen schneller. Da. Eine Tür. Hier den Alkohol. Hier waren noch Steine. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Damit brauche ich nicht hier in den Eingang leuchten. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Oder kann ich? Das habe ich noch nie probiert. Ob die dadurch jetzt verschwinden alle? Ja, so ziemlich. Okay, die zwei noch. Oh fuck. Die gehen wir jetzt nicht auf den Sack, oder? Okay. Es passt. Leder. Wir haben hier nämlich noch ein Sammelobjekt. Große Schwester. Finde alle Geschenke für die Weisen. Ja, perfekt. Das haben wir auch gepackt. Die Rohrfeder. Ich kann sie nicht hier lassen. Sie hing sehr an ihr. Den Alkohol nehmen wir noch mit. Jo, und dann haben wir hier drin alles. Jetzt gucken wir mal kurz. Was wir hier noch brauchen. Also noch zweimal Leder. Wir haben natürlich jetzt einmal Leder geopfert, gerade eben, für die Herstellung von dem Zeug, was hier gerade eben uns den Weg freigemacht hat. Aber das ist nicht schlimm. Aber wir müssen jetzt hier nochmal mal das Leder. Wird schon passen, also machen wir uns jetzt mal nicht verrückt. Hier haben wir auf jeden Fall Seil, Salpeter, Stoff und nochmal Leder zurück. Zumindest kriegen wir das Leder zurück, was wir gerade eben einmal aufgebraucht haben, jetzt hier drin. Sehr schön. Okay, und dann gucke ich mal. Das hat alles gepasst. Sehr schön. Sehr schön. Wirklich. Also, ich bin echt zufrieden. Wir kommen hier gut voran. Ähm. Okay. Lukas möchte uns helfen. Oh Gott, hier war eine Fliege. Lukas möchte ich jetzt einmal helfen. Und los, vorwärts. Und hier rum. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Ja, ich weiß nicht. Das System funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Ups. Nein, ich vergesse dich nicht. Aber ich muss erst mal gucken. Hier in der Ecke gibt es noch Zeug, was wir mitnehmen können. Okay, hier gibt es auch noch mal Steine. Und einmal hier zu Lukas. Ups. Danke. Komm rüber. Mein Buddy. Und einmal nach links. Lukas, wir sind nicht alleine. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir diese Typen hier nicht umbringen. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Die Ratten. Die Ratten. Ja, tut mir echt leid. Ich helfe. Also, ich kann dir nicht helfen, aber ich tue dir auch nichts. Also, ich verschone dich da an der Stelle. Und dich auch. Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice der Rune. Nein. Bitte. Oh, hier nochmal Steine. Halt den Mund. Oh, das hätten wir fast vergessen. Ich überlasse dich deinem Schicksal. So, einmal hier rein. Also, wir hätten natürlich... Wir müssen natürlich nicht unbedingt hier rein. Aber hier drin gibt es halt nochmal Zeug, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten. Ähm... Fuck. Das war jetzt ein bisschen dumm. Aber wir machen das nochmal... Wir machen das nochmal aus. Ja, ich würde auch sagen, Lukas, komm mal bis hier rüber. Okay, jetzt... Einmal... Hier rüber. Und... Das Licht wieder an. Perfekt. Jo. Jetzt können wir den ganzen Kram hier mitnehmen, der hier drin ist. Einmal gucken. Was müssten wir jetzt noch vielleicht herstellen? Eigentlich... Okay, das passt. Das passt bisher. Okay, hier nochmal ein bisschen Epis. Hier haben wir nochmal eine Truhe. Da ist Leder drin. Und... Wenn mich nicht alles täuscht... Können wir jetzt das letzte... Nein, können wir noch nicht. Wir können leider jetzt das noch nicht herstellen. Okay. Ja, ich möchte das jetzt nicht aufbrauchen, weil ich hätte jetzt wirklich ganz gern als nächstes das andere hier hergestellt. Ansonsten hätte ich das nämlich jetzt auch nochmal angegangen, dass wir mit dem Epis ein bisschen Länge zurechtkommen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt klappen wird. Ähm... Du hättest sie töten können. Sie sind bereits tot. Und... Ich habe genug Blut an meinen Händen. Mach auf! Und... Ah! Das ist sauknapp. Das ist sauknapp. Okay. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir! Nichts. Irgendjemand! Giraten! Ach, Giraten! Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice der Ruhn. Oh, nein! Bitte! Gnade! Halt den Mund! Ich überlasse dich deinem Schicksal! Okay, nochmal hier rüber. Ich hoffe, das klappt jetzt beim nächsten Anlauf. Weil ich weiß, dass es an der Stelle wirklich das ein oder andere Mal tricky sein kann. Das ist halt scheiße, weil sie die Tür so langsam aufmacht. Alkohol. Boah. Das ist echt schwierig. Okay, warte mal. Was wir probieren können. Wir machen das Licht aus. Wir machen hier die Fackel aus. Wir locken die alle da rüber. Und dann machen wir das Licht wieder an. Einfach mal probieren. Vielleicht geht das ja. Jo. Perfekt. Okay. Hab ich noch nie probiert auf dem Weg, aber umso schöner, wenn es so funktioniert. So, mitfühlend. Die Trophäe bekommen wir dafür, dass wir diese beiden Sterbenden... Ja, wir haben die ja nicht wirklich gerettet. Wir haben die ja einfach nur verschont. Tota? Nein. Bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein. Ich muss ihn sehen. Hm. Ja, ähm... Wo ist er denn? Der Rassenformat hier. Und wo sollen wir hin? Sie sind überall. Willst du lieber hier bleiben? Das heißt hier nicht lange durch. Den Hut. Hört auf. Hört auf. Okay. Wow. Ist es... Ist es vorbei? Ich glaube schon. Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Okay, Fackelträger. Keine Sorge. Ich gehe voraus. Danke. Danke. Wir können die hier abstellen. Hier war glaube ich der Vater, ne? Vater. Ja. Sie haben seinen Körper genommen. Haben ihn mir genommen. Ich hätte ihn begraben sollen. Ich hätte... Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Amicia. Bitte lasst ihn in Frieden ruhen. Oh, nochmal Lede. Amicia, diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Nehmen wir auch. Nur mal ein bisschen Episangius. Und hier müssen wir jetzt gleich im nächsten Raum schauen. Da gibt es nämlich nochmal ein Sammelobjekt. Das müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Sie auch? Ja. Sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Hier hinten in der Kiste. Da müssen wir einmal hin. Gehört er deinem Vater? Ja. Anishelm. Oh, 21 von 26. Er war ein großer Ritter. Dann wird man ihn nicht vergessen. Fast alles. Dann einmal schauen. Das nächste Sammelobjekt wäre dann wieder eine Blume. Da müssen wir ein bisschen die Augen aufhalten. Es ist dort oben. Steine nehmen wir mit. Einmal hier hoch. Ja, also das Zuhause ist kaum wieder zu erkennen hier. Okay. Pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Die Tränke für Ugo müssen da drin sein. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall nochmal Schwefel. Was haben wir hier hinten? Salpete und Stoff. Ah, und ich meine, wir müssten... Genau, wir können jetzt... Hier haben wir den letzten Teil herstellen, den wir noch brauchen. Und zwar für die Ausrüstung. Und dann bekommen wir auch da nochmal eine Trophäe. Das sollte mir die Sache erleichtern. Volle Taschen. Perfekt. Werte die Ausrüstung komplett auf. Haben wir hier gemacht. Hier oben ist nochmal Alkohol. Und das bedeutet, theoretisch, wenn du jetzt auch an der Stelle die Trophäe bekommen haben solltest, musst du jetzt wirklich nicht mehr darauf aufpassen, irgendwie den Hut einzusammeln. Also du nimmst dann einfach nur noch das mit, was du brauchst. Ich werde natürlich jetzt trotzdem im weiteren Verlauf weiter zeigen, wo es hier noch was gibt. Tja, dass wir das auf jeden Fall nochmal gemeinsam abgehen. Ich ziehe es jetzt hier. Schnur, Stoff und so weiter. Das nehme ich alles mit. Können wir auch direkt hier unten nochmal was verbessern. Wobei, wie gesagt, für die Alchemie bekommen wir jetzt eh keine Trophäe mehr. Nehmen wir das jetzt einfach nur noch so mit. Und unseren Zick haben wir jetzt wirklich schon den größten Brocken für unsere Platintrophäe hier einmal abgearbeitet. Da sind auch mehr Gefäße. Es gibt jetzt halt noch die paar Sammelobjekte, aber das ist alles überhaupt nicht so wahnsinnig schwer. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Genau, so. Müssen wir mal gucken. Einmal hier die Kiste. Da gibt es nochmal Alkohol, Spätel und Steine. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Oh nein, Licht da entlang. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Können wir nicht bleiben? Nach rechts! Los! Ja, genau. Ja, ja, ich komme. Hier nochmal Schwefel, Alkohol. Das ist nix mehr. Müssen jetzt gleich in den Garten kommen. Und im Garten gibt es nämlich dann nochmal eine Blume. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Weiter. Das war ganz am Anfang, wo die Mutter hier noch am... am Kochen war, wo wir hier schon geflüchtet sind. Herr im Himmel. Es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Ihr Alkohol. Wir schaffen das. Hier gibt es Steine. Und hier hinten gibt es nochmal, neben dem Epis, Episanzius, gibt es hier nochmal eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Ugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. So, genau. Fingerkraut haben wir auch noch. Perfekt. Einmal hier runter. Und da hinten, siehst du schon, da gibt es nochmal einen Alchemiewagen. Deutet also... Na dann los. Mach mich bereit zu rennen. Wir müssen da auf jeden Fall gucken, dass wir den nochmal besuchen. Lau! So, hier müssen wir durch. Komm schon, los! Hier gibt es nochmal ein bisschen was zum Mitnehmen. Ein bisschen Loot. Hier, ich meine, das ist... Genau. Noch ein Licht. Hier gibt es auch nochmal ein Licht. Machen wir einfach mal alle an. Kann uns ja nicht schaden. Und... Yes, perfekt. Und einmal hier in den Wagen rein. Alter. Lukas! Mann, was machst du denn? Hier alles noch mitnehmen. Hier haben wir nochmal ein Werkzeug. Alles, was du hier drin findest, einfach mitnehmen. Können wir noch was pimpen? Nein, können wir aktuell nicht. Und... Mal schauen. Nein, wir müssen hier unten lang. Hallo? So, fuck. Wir können ja das Licht bedienen. Okay. Ah, warte, 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 warte. Uh. Okay. Du siehst, auch hier gibt es wieder eine Menge Zeug. Ähm... Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Das hier auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Jetzt ist es, wie gesagt, eh nicht mehr so wichtig, ähm... Was wir wie wo entwickeln. Also... Ich kann nicht kommen. Falls du natürlich die Trophäe jetzt, äh... Für die volle Aussage noch nicht bekommen hast. Dann musst du natürlich noch ein bisschen haushalten. Musst immer mal gucken, was kannst du wann wie wo herstellen. Epis. Alte. Lukas, was... Was ist denn... Was ist denn bei dir kaputt? Ich check's nicht. Das ist doch keine Rettungsmission für dich, Lukas. Oh mein Gott. Ich muss vom letzten Kontrollpunkt nochmal neu starten. Keine Ursache. Okay, das war Gott sei Dank eine. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben. Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Komm Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Das sind so wohl. Und wir lassen uns einfach von Lukas schieben. Man macht's bestimmt für ihn auch einfach. Schwer. Na los, streng dich an. Anstrengend. Musst er lachen. Ich hab mein ganzes Leben... In einem Keller verbreitend. Ja, was fließt da runter? Ach, der Boden, wie... Willst du es auch? Ja, das war das Rettenscheiße. Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Aufstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Ich mach dann. Noch eine. Äh, was die schreit. Boah, das war knapp. Ich will hier nicht sterben. Während ich einen Karren schiebe. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es... Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben... ...kau... ...kau... ...verstimmt. Aber ich habe die Schleuder. Also verruhige dich und schieb weiter. Genau das... ...mache ich doch. Ja, ist nicht mehr weit. Weiter so. Ich tue... ...was ich kann. Das liegt da drüben. Die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Mich ist hier. Ich habe gerade gedacht. Alle informieren sich so spät vor mir. Ich denke, dass... ...das... ...was, Lukas? All diese... ...angriffe. Jetzt sind nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt... ...auf der richtigen... ...auf der richtigen Spur. Ja, aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Ja, läuft. Geschafft, Lukas. Wir haben es geschafft. Wir? Wir? Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du, du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber... ...ich glaube... ...ich werde nie wieder laufen können. Na los. Ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los. Gehen wir. Okay. Immer rein in die schicke Bude hier. Diese Stufen. Es fühlt sich an wie früher. Das ist gut. Denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein. Obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. So, einmal gucken. Hier hinten ist nämlich ein Licht. Und in dem... Genau. Hier sind nämlich auch noch mal... Ähm... Ratten hinten drin. Also wir müssen das Licht erstmal ausmachen. Dann müssen wir hier... ...die Ratten hier rüber locken. Und... Ups. Und dann das Licht wieder anmachen. Jo, so muss es passen. Ratten, Amicia. Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Hä? Da habe ich doch. Aber wir brauchen so ne... Wir brauchen so ein Ding hier. Da hat zwar kein Leder mehr, aber... Zack. Hilf mir beim Schieben. Ja, gewiss. Okay. Äh. Hallo? Wir sind in der Lukas her. Okay, wir können durch. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal. Diese Skulpturen. Nein! Nein! Ist er einfach da reingefallen? Scheiße. Das ist das Sudatorium. Scheiße. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Feulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Einmal hier runter. Das Symbol im... Ach, na toll. Hey! Wie riecht's da unten auf? Ein Nest. Ach, beschissen. Die Wuh sind um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ja, ich versuche dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Sech. Viel Glück. Oh, 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 oh. Das war... Das war nichts. Äh, da gehen wir nochmal zurück. Ich hoffe, das reicht noch. Ja. Okay. Ah. Da sind wir einmal falsch gelaufen. Das nehmen wir mit. In Ordnung. Ich gehe weiter. Ah, ein Symbol. Siehst du irgendwas? Ja. Das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Oha, das wird knapp, glaube ich. So schnell ich kann. Ja, doch. Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Wunderbar. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen, dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist nochmal was anderes, oder? Oha. Das ist das Schlimmste. Licht scheint wirklich real zu sein. Feulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas. Jawohl. Warum kriegt sie denn noch? Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na, bitte. Mach mal hier die Funseln an. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien. Dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut. Gut. Amicia, diese Notizen. Das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation. Doch das Elixier ist hoher ständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da. Da ist doch was. Noch ein Fresco. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresco ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Hier gibt es nochmal einen Sammlobjekt. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguine es Itineran. Einen Stammbaum. Dadurch hätten wir jetzt 22 von 26 Kuriositäten. Ja tun. Hier. Auf dieser Schacht ist Hand ein Felix. Du kannst einfach hier alles in dem Raum natürlich als Anmut oder Anmut mitnehmen, was du irgendwie noch bekommen kannst. Öffne sie. Nun gut. Und dann haben wir das Kapitel auch bald schon wieder hinter uns. Öffne sie. Oh, öffne sie. Okay, überspringen wir. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element. Doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopoe. Der Alkofen mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflege zu sagen. Beruhige deinen Herzschlag, wenn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Gehen wir mal in die andere Richtung. Mit dem Vorhang, hat er gesagt. Der Vorhang, da ist es. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterst... Oh Gott. Oh Mann. Das ist absolut... Oh. Lukas, ich hab's. Sehr gut, bring es her. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Ich bin gespannt. Aber das bezählt mir überhaupt nichts. Ah! Weiter. Wir haben es auch geschafft. Wir haben es auch geschafft. Ich komme. So, ich muss ihm das erst springen. Und direkt daneben der Nächste. Aber hat sich leicht verändert. Gut. Aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Amicia, sie werden das Feuerbecken löschen. Oh. Auf keinen Fall. Tacke. Na komm, Lukas. Ah, die hat echt platt gemacht. Nice. Sie wissen, was vor sich geht. Aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern. Zurück an die Arbeit. Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst. Wir müssen Lukas beschützen. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren kalkulieren. Na los. Und die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon. Gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also. Das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Na komm. Er muss erst mal einen riesen Kreis laufen, um zurückzukommen. Oh, Pakt. Oh, Pakt. Und damit müssten wir auch das nächste Kapitel einmal fertig haben. Hier springen wir auch an der Stelle. Und wir haben alles, was bleibt. Also, Kapitel Nummer 12 auch fertig. Und wir sind im Kapitel Nummer 13 angekommen. Ich muss sagen, es ist wirklich mit ein richtig, richtig geiles Spiel. weiter. Ugo! Wo? Kann er nur hin sein. Ähm. Denk nach, Amicia. Ich glaube, Mut ist jetzt momentan erst mal nicht mehr so viel. Gut, jetzt nicht mehr so viel. Ist das ein, ein Dorf? Hier? Ist es möglicherweise ein Traum? Hey, wartet. Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte. Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Claire, wie? Seid ihr das? Habt ihr Ugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart. Da muss man sich nicht auch noch streiten. Und hier drin gibt es nämlich noch ein Sammelobjekt, und zwar die Stoffpuppe. Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Warum spricht sie immer noch? Mein Gott. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius, seid ihr das wirklich? Mireille, wo ist Ugo? Er, er ist fort. Ah, ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergisst sich so leicht. Aber zu leben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Ugo, das ist er. Ugo. Wir mussten das jetzt eh abwarten, dieses Gespräch. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Okay, wir gehen jetzt nicht direkt zu Ugo. Oder Ugo. Sondern wir gehen jetzt direkt hier erstmal nach rechts. Hier drin gibt es nämlich jetzt noch einmal so eine Figur. Eine ist ein... Und es ist nämlich ein weiteres Sammelobjekt. So, und danach können wir jetzt ruhig zu Ugo einmal gehen. Das passt. Ugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Ugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig. Eifersüchtig. Lass mich los. Ugo, nein! Ach, Ugo. Ach, Ugo. Wo bist du? Wo bist du? Okay. Also man merkt ja, das ist ein Traum. Von Amicia. Das ist er. Deshalb haben wir jetzt hier wirklich noch nicht viel zu sammeln. Ugo, lass mich gehen! Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Die Sammlung legt damit, ne? Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht! Ha, das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf. Lacht nur, solange ihr noch könnt. Ah! 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 Amicia! Gehen wir zurück. Na gut, das ist eine Narzisse. Willst du sie? Aber gerne. Du bist mir nicht mehr böse, oder? Ich hatte Angst, Ugo. Ich auch. Aber jetzt ist es vorbei. Madame Narzisse wird auf uns aufpassen. Ja. Genau. Madame Narzisse. Und damit haben wir 10 von 13 Blumen. Mama, Narzisse, das ist Mama. Was? Es kommt von da drüben. Wir müssen gehen. Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Ugo. Ich komme, Mama. Komm zurück. Ich komme. Mama, wo bist du? Nein, Ugo. Da, sie ist da drin. Mama, hör auf. Das ist sie nicht. Mit der Musik ist schon richtig geil. Ugo, ich brauche dich. Also ich muss sagen, generell, das Spiel ist richtig, richtig gut. Das ist nicht Mama, Ugo. Mama, ich kann dich nicht sehen. Nein, nein. Haltet den Mund. Lasst mich gehen. Ich habe es für ihn getan. Und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Oh nein. Nicht sie. Nein. Ugo, bist du das? Da kommt jemand. Ich bin Ugo. Mama. Ich bewege. Ich komme. Aus dem Weg. Lass mich durch. Ugo. Was tust du hier? Komm her. Das ist doch kein Ort für ein Kind. Pass sie nicht an. Das ist deine Schwester. Ugo. Meine Schwester. Ich höre jemanden. Es ist niemand da. Komm. Gehen wir. Gehen wir zu deiner Mutter. Alles klar. Ugo. Ugo. Nicht. Sie werden. Sie werden nicht. Nein. Die arme Amicia. Und wir bekommen nochmal eine Trophäe dafür, dass wir Kapitel 13 jetzt auch abgeschlossen haben. Buße. Und wir kommen ins Kapitel Nummer 14. sehen, dass wir springen an der Stelle auch wieder. Er hat mir wehgetan. Und wir sind als Ugo unterwegs. Ich muss Mama finden. Das bedeutet, wir haben jetzt hier gar nicht viel mit irgendwelchen Loot oder so zu tun. Hört auf. Aber wir müssen hier auf jeden Fall Sammelobjekte mitnehmen, beziehungsweise eine Blume. Und wir können noch eine zweite Trophäe hier bekommen. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals... Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist ein Opfer nicht der Rede wert. Okay, 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 okay. Einmal da durch. Das war knapp. Hat doch gepasst. Wunderbar. Okay, den müssen wir jetzt einfach hinterher gleich. Alter, was für Schwalle. Was quetscht denn der da raus? Ey, ich weiß nicht, will ich das wissen, was das ist? Okay, hier unter den Tisch. Oh, da kommt jemand. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent. Aber die Menge des Ohren... Exzellent. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Also hier brauchst du dir auch keine Gedanken machen, ähm, wegen dem Durchkommen. Hier gibt's gute Checkpoints und das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Ähm, wenn's an der einen oder anderen Stelle mal irgendwie hakt oder irgendwas nicht funktioniert direkt, dann ist das wirklich, wie gesagt, auch nicht schlimm. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir hier mal entdeckt werden. Aber guck mal, wir wurden jetzt auch entdeckt, weil wir so eine scheiß, scheiß Flasche plattgetreten haben. Die sind direkt da, hier die Typen. Ich hab die auch nicht gesehen. Da, hier die blauen Flaschen. Ah, hier. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht... Kaum hab ich's gesagt, hab ich auch schon... Bin ich da reingedritten. Naja, Beobacht. Beobacht. So, einmal hier durch. Jawoll. Der ist echt brutal schnell. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Nichts. Falscher Alarm. Falscher Alarm. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass vitales Körper solche Mengen... Ich hab keine Angst. Keine Angst. Rauch. Stach. Der besteht doch nur noch aus dem Zeug. Ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Komm schon, komm schon. Sei mutig. Geh, go. Sei mutig. Oh, hat er sich in den Kopf gestoßen, der kleine Mann. Ich glaub schon. Oh. Keiner kriegt's mit. We go. Du bist echt flink wie ein Wiesel. Sehr gut. Keiner hat dich gesehen. Wie Melly. Melly. Okay. Wir müssen jetzt einmal warten. Da kommt nämlich gleich ein Nebel. So ein Nebel. So müsste eigentlich so kommen. Warum passiert das nicht? Hä? Seh ich den nur nicht? Oder was ist da los? Waren wir wieder irgendwie zu schnell? Was ist das? Was? Vergiss es. Hä? Also ich höre das Geräusch, aber irgendwie... Hallo? Hä? Keine Ahnung. Also das... Normalerweise kommt da nämlich der Rauch... Oder der Nebel raus. Sobald man einmal hier... Jetzt funktioniert's. Keine Ahnung, warum das nicht getriggert wurde. Aber du siehst ja, das ist kein Problem. Also... Die Checkpoints liegen, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und... Hä? Das ist echt kein Thema. Okay. Es reicht. Ich verlange sofort, Vitalis zu sehen. Der große Inquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst! Monseigneur... Mein Kopf! Pssst! Leise! Hm! Hm! Mama! Wo bist du? Und ihr... Ihr alle folgt ihm auf seinem Park zur Hölle! Er ist eure Faute mit Bedacht. Er ist krank und geacht. Nein! Nein! Er darf mich nicht sehen! Er sieht dich nicht. Mach doch mal keinen Stress, Hugo. Alles easy. Guck. Jetzt läuft er zurück. Und zack. Und du kannst da hinten durch den Schrank. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Rune. Weiter! Sie sprechen über mich. So, jetzt müssen wir echt mal ein bisschen gucken hier. Hier da am besten. Oh, fuck. Ne, 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 ne. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Grund. Was? Was macht das gar nicht sein? Oder? Ja, doch. Und dann zählen wir nach. Diese Fliege hier. Nein, du siehst nix. Du siehst nix. Ich muss nachsehen. Das kann nicht sein. Nun ja, vorsichtig. Was veraltete von Beatrice? Alter, hat er mich gesehen? Scheiße. Ah, aber wir haben auch noch mal dich in den Checkpoint gesetzt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama. Oh, fuck. Shit. Die Forschungstexte von Beatrice de Ruhn sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama. Yo, so passt. So kommen wir vorbei. Scheiße. Siehst du, Amesia, ich hab Mama gefunden. Attacke. Oh. Ja, aber warte mal. Wo geht es denn hier jetzt runter? Hier ist einfach alles zu groß. Der Mann. Wer ist das? Okay. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Jetzt hier können wir gleich ein Sammelobjekt noch mitnehmen. Wir bekämpfen auch die Pest. Und haben auch eine Trophäe bekommen. Nur unsere Methoden sind verschieden. Aber wir kümmern uns erst mal um die Blume, also um das Sammelobjekt. Ah, die Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch. Ad Ignem. Ad Lukem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Okay. Ah, schön, dass der andere Typ wartet, bis der weit genug weg ist, dass wir... Was zum... Ach nein. Zu früh gesagt. Timing ist echt alles hier. Da hat er extra nochmal so rüber geschielt. Wir müssen echt an dem dranbleiben. Mein Gott, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jons. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Der hat wohl Sinn für Humor. Den Weg auftreiben wir. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird denn? Ich bin sicher, da drüben hat sich was bewegt. Alles gut. Nein, du siehst mich nicht. Nein. Oh, fuck. Wir müssen nämlich hier das Sammelobjekt mitnehmen und dann müssen wir ihn so ein bisschen ablenken. Wir können den Himmel sehen. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jons. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Ich hoffe, das passt irgendwie. Er hat wohl Sinn für Humor. Wir können uns hier nicht aufstellen. Das geht nicht. Das fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Ja, das willst du nicht wissen. Das willst du nicht wissen? Nimm's mit, nimm's. Ich darf die Bären nicht berühren. Sie sind gefährlich. Komm, 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 komm. Ach, Ugo. Mach doch einfach schneller. Alter, wie lang braucht er, um so eine fucking Bäre zu pflücken? Er kann sonst alles irgendwie in megamäßiger Geschwindigkeit. Aber das nicht. Das Problem ist, wir müssen nämlich vor dem Rittertypen... Vor Nikolaus müssen wir nämlich... Ach, fuck. Okay. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Senior Nikolaus, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Baa. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Das fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Mhm. Was wird er mit dir machen? Nachtschatten. Oh ja, sehr gut. Er sucht irgendwo da hinten was. Ja, dann nimm doch den Nachtschatten. Ich darf die Bären nicht berühren. Sie sind gefährlich. Alter. Ja, das ist nämlich so... Du musst den Typen so ablenken. Also wir haben jetzt erstmal die Bären hier noch mitgenommen. Das ist halt noch ein Sammelobjekt. Das ist halt wichtig. Und dann müssen wir nämlich einmal vor Sir Nikolas in gleichstehenden Bereich kommen. Und du musst ihn halt hier irgendwie so ablenken, so wie es mir jetzt zum Glück irgendwie gelungen ist. Ähm, so dass du hier einmal durch diese Türen zuerst kommst. Und du musst halt einmal die Bären mitnehmen und dann musst du halt als nächstes hier einmal vor Sir Nikolas durch dieses Tor hier kommen, um jetzt die folgende Trophäe zu erhalten. Wenn du nämlich durch diese Tür gehst, nachdem Sir Nikolas, äh, ja, nachdem Sir Nikolas schon mal hier durch ist, dann kriegst du diese Trophäe nicht. Und das wäre halt echt schade, deshalb war es mir jetzt auch wert, an der Stelle entdeckt zu werden oder einfach nur den Checkpoint neu zu starten. Mach das einfach ein paar Mal und dann wirst du auf jeden Fall hier an der Stelle die Trophäe Lehrling des Hauptmanns mit Sicherheit bekommen. Ja, du siehst, also wir sind echt gut dabei. Okay, und weiter hinterher. Wie gesagt, mit Loot oder sowas, da machst du dir hier in dem Kapitel am besten gar keine Gedanken, weil du wirst hier sowieso nichts einsammeln können. Mal hier durch. Sie muss in der Nähe sein. Sie muss in der Nähe sein. Ach, bitte, lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Mhm. Okay, aber unser Hugo ist wirklich schon flink unterwegs und auch leise und so. Da müssen wir uns gleich verstecken. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gappen hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Und schnell verstecken. Ach, geil. Sir, Nikolas musste einfach nur hier runtergehen, um uns zu zeigen, wo die Mutter ist. Aber okay. Mama? Jo, komm, wir springen mal auch. Ach, du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Ja, 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 ja. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Alles gut, alles gut. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Die Alchemisten wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Eine Autorität. Ergebnisse. Und? Der Wohne hat dir auch eine echte Dame. So weich. Wenn nur Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Hammer, Zange, Brandeisensäge. Alles bereit. Okay, okay, okay. Was vergessen? What? Brandeisensäge? Wenn dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. Der lädt wieder dahinter. Dann lassen wir jetzt einfach mal die Ratten raus. Oh, der ist für die Käfige. Und Attacke. Komm. Schnell, schnell. Hey, der Käfige ist kaputt. Scheiße. Wir müssen weg. Bewegen uns. Sehr gut. Weg mit euch. Jetzt schnell der Schlüssel. Ich muss durch. Ich muss die Ratten vertreiben. You rats. Sie mögen keine Laternen. Oh, es funktioniert. Kusch. Kusch, kusch. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Und hier hinten haben wir den Schlüssel. Ja, siehst du, ob ich hier Mama wird... Oh, mein Kopf. Oh, mein Gott. Hört auf zu schreien. Ach, die Ratten beißen uns. Na, komm, Ugo. So, okay. Mal gucken. Das reicht. Na, das reicht nicht, oder? Ne, das reicht nicht. Müssen wir das Licht nochmal ein bisschen nach hier stellen? Okay, jetzt hier hinten dorthin, wo wir gleich einmal durchkriechen wollen. Wo ist denn das Loch? Da hinten. Okay. Und jetzt wieder nach da. Geschafft. Ganz allein. Wunderbar. Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Sieht echt... Sieht schon irgendwie spooky aus in ihrem... In ihrem Gewand. Sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen. Sehr gut. Mein Kopf ist weg. Siehst, es war die Makula. Doch du hast hier geantwortet. Lass uns gehen. Die Makula. Die Makula. Das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Ugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe. Natürlich hab ich sie gefunden. Oh, Mike. Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? Ich drange sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Übertreib es nicht. Ich versuch's. Nein. 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 So, bis wir durchkommen. So, wunderbar. Hat doch gepasst. Yeah. Wir können die Ratten kontrollieren. Wir sind der neue Rattenfinger. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Ratten. 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 Schwarz. Verdammt. Verdammt. Ratten. Ja, was denn? War doch gut. Diese Ratten. Was zum Teufel haben sie mit ihnen gemacht? Oh, oh, oh. Das sind weiße Ratten. Was? 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 Was haben sie mit diesen Ratten vor? Muss man echt aufpassen. Also manchmal bei dem, bei der Steuerung von den Ratten. Weil das doch schon mal hier und da hängen bleiben kann. Oh, und wenn die uns jetzt wieder auf den Pferden sind. Das sind doch gut, Hugo. Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Ja, jetzt passt es besser. Aber es ist schon geil, wie wir die jetzt kontrollieren. Oder Hugo, unser kleiner Superheld. Mama. Warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Miesia kann es nicht. Nein. Ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erst mal hier herauskommen, ja? Ja, die beste Erklärung. Ja, das ist halt... Liegt halt im Blut, ne? Also... Ist halt ein bisschen anders. Okay. Dann überspringen wir auch. Ich mach's kurz und schmerzlos. Wir haben keine Wahl. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh. Oh nein. Hab ich ihn getötet? Es tut mir leid, Hugo. Angriff! Tötet sie! Mama! Was soll ich tun? Ich hab dir die Wunde des Trägers zu töten. Ich hab dir die Wunde des Trägers zu töten. Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns! Wacht! Mit euch beginnt die Beschwörung. Mama! Oh, Schütze! Lass mich in Ruhe! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Die Bucht! Ha! Sutzlose Nacken! Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet! Halt euch! Halt euch! Prima, Makula! Sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Du spät! Du kommst! Du gewinnst Schwäche! Ja! Schwäche? Ich hab's gefühlt. Wir werden nicht mehr stärker. Du wirst bereit zu schieben! Nein, Hugo! Du hör'n nicht auf ihn! Komm zu mir! Ich bin bereit zu sterben! Das wird keine Ehre sein! Alter! Wow! Boom! Das war knapp! Genug! War echt knapp! Okay! So, da haben wir Kapitel Nummer 14, Blutlinien auch fertig, haben noch ne Trophäe bekommen. Dann sind wir jetzt im Kapitel 15, Andenken. Und jetzt sind wir einmal hier wieder in unserem, in unserer Burg hier sogar. Ja, ne? Komm schon! Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Könntest du bitte aufgehen? Wo ist denn der Lukas? Da ist der Lukas, genau. Ich glaube, Rudrik arbeitet im Innenhof. Kann ich den Lukas wieder mitnehmen. Ähm. So. Und da müssen wir jetzt einmal schauen. Ähm. Au! Ich spüre meine Finger nicht. Oh! Hier. Hier gibt's nämlich... Was machst du denn hier? Genau. Mitten im Winter. Einmal Lede. Und dann gibt's nämlich hier noch die Blume. Ugo hätte dich finden sollen. Perfekt. So. Das bedeutet, uns fehlt jetzt noch genau eine Blume. Und... Ja. Hier. Nehmen wir jetzt einfach erstmal alles mit, was wir noch irgendwie finden können. Hier können wir nichts mitnehmen. Weiter. Ähm. Wie gesagt, normalerweise solltest du an der Stelle auf jeden Fall schon, soweit es geht, alle möglichen, ähm, Trophäen, beziehungsweise alle möglichen Sachen, die du für die Trophäe brauchst, haben alle aufleveln können. Wir gehen trotzdem hier nochmal durch. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Ugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Dann hier oben gibt's, glaube ich, nochmal was. Genau. Hier ist nämlich auch nochmal Seil. Oder Schnur. Ich sag immer Seil. Ähm. Und ich weiß gar nicht, können wir jetzt... Ach guck mal, wir können hier sogar nochmal was verbessern. Und hier unten sogar noch. Das sieht schon viel besser aus. Auch hier den dritten Punkt. Also du siehst, das ist wirklich relativ easy, hier alles zu bekommen. Und ansonsten müssen wir jetzt einmal hier runter. Wirklich? Und was, wenn... Was, wenn, was, wenn, was, wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh. Ähm. Hallo, Amicia. Hey. Tut mir leid. Störe ich? Ähm. Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hört zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du Nervtöten bist. Deswegen. Ich sehe nach Lukas. Der Ärmste hat ein Problem mit seiner Truhe. Aha. Wann immer du willst, Amicia. So. Und was ich dir jetzt hier auf jeden Fall empfehle, falls du wirklich noch das ein oder andere irgendwie leveln musst, dann, ähm, beziehungsweise craften musst, dann schau einfach, dass du jetzt hier auf dem, in dem Bereich wirklich alles Mögliche noch irgendwie einsammelst, was du hier findest. Weil es gibt hier im Prinzip, ja, zwei. Oh, da war noch ein Seil. Es gibt hier nämlich, äh, zwei Phasen. Und das Loot, was du jetzt hier einmal einsammelst, das wird dann nämlich in der zweiten Phase an genau den gleichen Stellen auch wieder vorhanden sein. Und das ist natürlich schon sehr gut. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur zu Rodrik. Oder? Ach nein, Quatsch. Wir müssen zu dem anderen hier hinten. Zum Brasse. Und? Oh. Oh, ja. Oh. Oh, okay. Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Das sollte passen. Wasch. Du magst das, Ignifer, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. Ähm, alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst... So, hier haben wir noch mal ein bisschen Alkohol. Wir machen auf jeden Fall mal hier Riesen. Und hier noch mal ein bisschen Schwefel. Ich glaube, lag hier noch was? Nee, hier lag nichts mehr. Hier dahinter. Hm, nee, hier liegt auch nichts mehr. Ähm, wie gesagt, also falls du wirklich an der Stelle das ein oder andere noch nicht so weit gecraftet haben solltest, findest du halt jetzt hier wirklich noch mal sehr, sehr viele Sachen. Und du siehst auch hier noch mal ein paar Steine. Hier noch mal ein bisschen Alkohol, Schwefel. Ja, ja, hab ich nicht vergessen. Wo ist er denn? Da oben. Da oben müsste er sein. Da oben müssen wir, glaube ich... Nee, von hier kamen wir. Da ist er. So, das ist da unten einmal alles mitgenommen. Sehr schön. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Attacke. Wenn du so weit bist. Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Und? Hast du irgendwelche Wunder vollbracht? Abwarten und Tee trinken. Gut, ich gehe dann mal baden. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Die System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Hier nochmal ein bisschen Seil und also Schnur und Lede. Habe ich das Teil jetzt in die richtige Richtung geschoben? Oh, ich glaube nicht. Ich, ich glaube es nicht. Sonst hätte sie doch was gesagt, oder? Oh mein Gott. Na komm. Da oben läuft Rodrik. Na komm. Amicia. Komm, schiebst du das so langsam? Das ging es beim letzten Mal irgendwie schneller, habe ich so das Gefühl. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Okay, um das kümmere ich mich. Perfekt. Na komm. Da hätten wir nochmal Steine gehabt. Wie gesagt, hier oben gibt es jetzt auch nochmal ein bisschen was einzusammeln. Hier. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Ich stelle mir nur vor, wie du eine Fuß schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall Rad, Frau Gamisia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich stecke drüber an. Gut, ich bin fertig. Okay, perfekt. Das können wir überspringen. Wie konnte der Graben überlaufen? Das ist noch nie passiert. Eieiei, wie konnte das dann passieren? Scheiße, ich habe noch nie so viele gesehen. Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutz dein Feuer, ich warne dir auf meiner Seite einen Weg. So, und jetzt haben wir Phase 2 hier erreicht. Und jetzt können wir hier das ganze Loot im Prinzip nochmal mitnehmen. Können wir nochmal alles mögliche einsammeln. Hier hinten. Oh, oh, oh. Das gibt es doch nicht. Oh, hier noch ein bisschen Schwebel. Und hier unten gibt es auch nochmal was. Nochmal ein Werkzeug und Stoff. Okay. Hier nochmal Leder und Alkohol. Also du siehst, du bist hier wirklich nochmal auf jeden Fall versorgt mit allem Möglichen. Und an der Stelle sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Also, ich verstehe nicht, warum das dann manchmal heißt, man braucht hier zwei Spieldurchgänge, um alles zu leveln. natürlich, wenn du das ein oder andere halt nicht findest oder verpasst, dann ist das natürlich logisch. Aber wenn du halt hier wirklich versuchst, alles Mögliche mitzunehmen, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Hier auch. Siehst du auch? Hier gibt es auch nochmal alles Mögliche, was du mitnehmen kannst. Wir haben die Leiter zerstört. Ich musste der auf den Wald. Heilige Scheiße. Hast du nicht gesagt, dieser Ort wäre sicher? Was war er auch? Das haben wir ja auch gedacht. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss zur Leiter im roten Bereich. Sonst sterbe ich hier. Lamisia, ich schicke dir ein Feuerwerk drüber. Nur zu mir zu erreichen. Gut, ich zähle auf dich. Das sind doch zwei gewesen. Oder? Halt sie durch! Ich bewege das andere zu dir! Beeil dich! Sind zwei gewesen? Amicia! Eieieiei! Keine Sache! Ich hole dich da noch! Warum erzählt er die ganze Zeit, dass er uns da raus holt? Ich habe das Gefühl, wir tun eigentlich selber nur was dafür. Ja, okay. Wer macht die Feuerwerk hier? Ja, nach weh. Anlachen! Ja, geschafft! Oh, das war knapp. Endlich! Einmal hier hoch. Herr im Himmel! Ich dachte schon, das war's! Alles in Ordnung? Ja! Danke! Jetzt liegt es an dir! Das Feuerbetten auf deiner Seite! Ich bringe dich hin! Wie kommst du voran? Gut! Lieber hier oben, als da unten! Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so! Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen! Na, hörbar! Das sind Ratten! Keine Engländer! Danke! Aber sie wissen, was sie tun! Das habe ich erst einmal gesehen! Amicia! Ich glaube, ich brauche deine Hilfe! Scheiße! Wir hätten noch erfahren sollen! Okay! Ja, und jetzt? What the fuck? Ähm... Einfach nur da hinten das? Hä? What the fuck? Okay. Äh... Ich check es irgendwie gerade nicht. Hä? Er wollte doch, dass ich den Shit in die andere Richtung dreh. Von da hinten kamen wir doch. Oh mein Gott. Dadurch, dass halt schon, ähm, in unserem Spieldurchgang an der einen oder anderen Stelle manchmal Sachen auch einfach nicht so funktioniert haben, weiß ich manchmal nicht, ob das jetzt an uns liegt oder am Game, weil irgendwas nicht getriggert wird. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Was passiert hier? Warum jetzt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte er jetzt da drüben wieder sein? Also... Wait, doch, er will die Leiter hoch. Okay. Du verdienst deinen Orden. Das ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Keine Ahnung. Vielleicht war ich auch gerade irgendwie Brain-AfK. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt, wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Okay, den Loot, den gibt's leider nicht. Nochmal. Aber wir sind durch. Das war Ugo. Ich wollte gerade sagen. Warum läuft eigentlich jeder in dem Spiel schneller als Amicia selber? Okay, jetzt müssen wir einfach ein bisschen zurücklaufen. Hör nicht auf ihn, Ugo. Genug. Ich verfüttere sie an deine Ratten. Pass sie nicht an, Mistkerl. Mistkerl, er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein, Ugo ist der einzige Träger. War der einzige Träger. Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors. Okay. Stumm. Stumm das Ding um. Ihr werdet in der Hölle sporen. Okay. Euer Vater hat sich nicht versteckt. Er hat mir die Augen gesehen, als er starrt. Er darf uns nicht sehen. Wir müssen. Das seid ihr ja. Wir müssen hier weg, Amesia. Da seid ihr ja. Meine Klinge ist noch warm. Wie ihr bald herausfinden werdet. Sie müssen doch irgendwo sein. Sie sind hier, dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Höh. Endlich. Und... Einmal die Ratten. Das war aber nur die erste Runde. Das war aber nur die erste Runde. Er hat sie alle getötet. Ah, okay. Der darf uns nicht sehen. Der darf uns nicht sehen. Der darf uns nicht sehen. Oh. Ah, fast, fast. Oh mein Gott. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Nein. Zurück. Zurück zu euch. Es hat gepasst. Darf ihr euch weigern, zur Hölle zu fahren? Bringe ich die Hölle zu euch. Er hat sie alle erwischt. Ja, 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 ja. Wo treibt ihr euch rum? Okay, und die Ratten? Ich bringe euer Blutten noch ein letztes Mal. Oh, Feierabend. Perfekt. Andenken. Ja, da haben wir auch Kapitel Nummer 15 abgeschlossen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 16, der Krönung. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Ugo. So, Freunde. Genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Okay. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rudrik, erst fünf. Okay. Doch, wir müssten nämlich jetzt hier noch... Ich habe nämlich gerade mir Gedanken gemacht, ob wir alle Fragen der Alchemisten bekommen haben. Aber es kommt noch ein, ne? Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Okay. Oh, Melly, warte! Ist sie wütend auf mich? Hier nochmal ein bisschen ebby. Nein. Sie ist wütend auf alles. Aber... Gib ihr ein bisschen Zeit, Ugo. Alkohol. Nochmal ein bisschen Schwefel. Stoff. Salpete. Vorsicht! Hey, glaubt ihr, es hört bereits an? Okay. Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Hier hätten wir nochmal Steine. Der Weg, also unser Weg und der von Melly und ihrem Bruder haben sich jetzt hier getrennt. Beziehungsweise Melly und... Ihren Bruder. Melly und Lukas. Ja, hier hätten wir jetzt nochmal ein bisschen Schwefel. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken. Die Kathedrale, Amicia. Vital ist es dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. So, wir müssen aber jetzt hier erstmal nach rechts. Weil hier gibt es nämlich jetzt den letzten Wagen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das ist ja einer mit einem Helm. Ah, warte mal. Wir können, glaube ich, jetzt sogar mit der Steinschleuder... Genau. Die Typen nämlich direkt einmal killen. Weil wir die Steinschleuder ja so weit entwickelt haben. So, und hier in dem Wagen sollten wir jetzt auch die Trophäe bekommen. Jawohl, Ressourcen ist für alle da. Ressourcen ist für alle da. Ressourcen ist doch Mehrzahl. Also würde ich jetzt behaupten, dass das heißt, wahrscheinlich Ressourcen sind für alle da. Aber egal an der Stelle. Es ist ja nur wichtig, dass wir jetzt hier wirklich auch die Trophäe bekommen haben. Ressourcen ist für alle da. Und die bekommen wir, wenn wir alle fünf Alchemistenkarren einmal gefunden haben. Jo, das haben wir gepackt. Also von daher passt das alles. Genau. So, ich will jetzt nur mal schauen, dass wir bloß nichts vergessen. Sonst müssen wir nämlich hier nochmal in. Okay. Also ich weiß zumindest mal grob, was für eine Stelle jetzt gleich noch kommt. Das ist ein Mist, dass ich die Beschwörung nicht aus nächster Nähe sehen kann. Das Wichtigste ist, dass der große Inquisitor in der Bühne aufhält. Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Rassen. Das sind die Rassen. Oh, wow. Du bist in Sicherheit, Rodrik. Bleib dich frei uns. Bist du sicher? Ja, sie hören auch nicht. Oh. Absolut. Absolutely. So, ich glaube hier, hier, hier. Ah, hier war nämlich nochmal ein bisschen Episangius. Genau. Hier oben haben wir nochmal ein bisschen Salpeter. So, und hier an der Stelle... Hier gibt es nochmal Schweden. Aber wir müssen hier nochmal irgendwie wo rein. Ich glaube hier, genau. Genau, und hier müsste es nämlich noch ein... Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Genau, Sammlerpick geben. Disziplin. Wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Bäh. Bäh. So, hier nochmal ein bisschen Stoff auch. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Achtung, Wachen. Niemand hat Nikolas seit dem Angriff und das Versteck der Kinder gesehen. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Selbst an. War doch immer sein Protégé. Talis hat sich verändert seit der Trägeranwahl. Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Sein Protégé. Oh, okay. Wir brauchen die Ratten. Sie wollen nicht auf mich hören. Oh, warum? Ich finde euch. Sie hören einfach nicht auf mich. Das hat die Scheiße. Ich glaub's nicht. Ihr da. Shit. Los. Ich bin kein Geschick. Stehen bleiben, verdammt. Zurückstehen. Okay, warte mal. Dann machen wir das anders. Jetzt wird er ja gleich... Machen wir das einmal so. Warten wir kurz, dann müsste er sich umdrehen. Und dann fallen wir ihm einfach in den Rücken. Genau. Zack. Läuft auf. Wahrscheinlich, weil die da am Fressen sind. Da haben die keinen Bock. Aber wir hätten hier nochmal welche rausholen können. Okay. Nicht schlimm. Schwefel. Nochmal ein paar Steine. Hier hätten wir auch welche rauslocken können. Also, loote hier einfach den Bereich. So gut es geht. Du siehst, hier liegt nochmal Alkoholstoff. Wahrscheinlich wirst du das an der Stelle, wie ich schon gesagt habe, auch gar nicht mehr brauchen. Und deshalb würde ich auch einfach sagen, wir machen jetzt hier einfach so weiter, dass wir jetzt hier auf jeden Fall... Oh, was hatte ich da? Oh, was hatte ich da? Ich hatte es falsch schon. Ich hatte es falsch schon. Ich hatte es falsch schon. Ist schon cool, wie uns die Ratten jetzt überhaupt nichts mehr machen. Das muss das Ende der Rest sein. Du bist erledigt. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Na komm. Machst du das, Rodrik? Ja. Wow. Durch mit euch. Schnell. Vorsicht. Okay. So. Richtig. Da ist jemand. Ich bin auf jeden Fall hier. Nein. Wat? Amicia. Aha. Nein, nein, nein. Nichts. Vorsicht. Es ist nicht mehr so kalt, oder? Hey, Rodrik. Hey, Rodrik. Oh, der da hinten hätte uns fast gesehen. Das wäre echt brutal knapp. Oh, komm. Oh, komm. Dreh der sich jetzt gar nicht um, oder? Was ist das? Mal schauen. Boah. Alter. Wo kam denn der Pfeil her? Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Was war das? Willkommen. Nein! 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 Oh, das geht aber schneller jetzt. Um einiges. Alter. Wo kommt der denn mit seinem Scheiß Pfeil jetzt daher? Ich muss den... ...Fick Bogenschütze zuerst spielen. Trinkt alles nichts. Komm in. Alter. Schießt sehr gut. Aber mit unserer Schleuder haben wir's auch drauf. Also... Okay. Okay. Passt. Perfekt. Okay. Hier siehst du auch wieder, hier gibt's ne Menge Zeug, was du noch irgendwie einsammeln kannst. Hier nochmal Leder. Wichtig für uns. Ihr lebt. Hörst du, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Aufgang. Ähm... Das brennende Haus? Ja. Wir können nicht zurück. Los. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los. Ins Haus. Los. Wir haben jetzt schon hundertmal losgesagt. So, und hier an der Stelle ist jetzt wichtig, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Dort unten durch die Tür, da gibt es nämlich dann gleich die letzte Blume, die wir einsammeln müssen. Durch die Tür, durch die jetzt nämlich die ganzen Gegner hier kommen. Äh, okay. Fuck. Ich warte hier schon auf den Angriff. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Deckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Ugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Oh, fuck. Dann müssen wir einmal die, die Fackel ausmachen. Perfekt. Nein. Oh, Alter. Wie schnell kommt der da einfach angerannt? Ah, völlig kaputt der Typ. Also ich weiß, wenn wir so'n Teil haben, dann kann uns das auf jeden Fall nochmal das Leben retten. So, als letzter Move. Ah, verschlossen. Ich brech sie auf. Ah, das nächste. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Ugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Oh, fuck. Fuck. Und. Fuck die fuck. Alter, das war echt. Ziemlich knapp. Jawoll. Ich denke schon. Lass es gut sein, Rodrik. Alter, das war echt knapp. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Ach. Oh ja. Oh ja. Das wär echt besser. Okay, jetzt einmal hier durch. Und hier gibt's nochmal Schwefel. Schwefel. Und ich muss jetzt selber mal schauen. Ah, ist ja sie nur. Hier. Da haben wir die letzte Blume. Na komm. Ugo. Sie hat all das überlebt? Ja. Sie ist eine Kriegerin. Sie verteidigt sich. Dann ist sie wie wir. Stimmt. Das ist deine Blume. Danke, Ugo. Das haben wir einmal gemacht. Haben wir gepackt. Ist halt das Ding. Man darf das halt nicht vergessen, dass man hier auf jeden Fall nochmal durch die Tür geht. Weil das kann halt sehr schnell passieren, dass man sich dann einfach umdreht. Und hier weiter geht. Nur dann ist halt das Problem. Zack. Und jetzt ist nämlich hier die Tür zu. Und dann muss wirklich dieses Kapitel nämlich bis zu dem Punkt nochmal neu spielen. Wir werden verbrennen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Helle. Kann halt passieren. So. Einmal hier durch. Hier gibt's auch nochmal ein bisschen Zeug für uns einzusammeln. Nehmen wir alles ganz easy. Schaffst du das? Ja. Die Decke stürzt gleich an. Beruhige dich. Ugo. Hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Ich lüge nie. Das muss der Ausgang sein. Du hast gesehen, hier liegt auch nochmal hier und da ein bisschen was rum. Nicht ruhig für einen Tag der Wunder. Kümmerst du dich um ihn? Verlass dich auf mich. Ein bisschen Schwefel. Ein bisschen Alkohol. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Hier auch nochmal ein bisschen Schwefel. Genau. Hier müssen wir erstmal ein bisschen warten. Na komm. Ach nein. Wir müssen gar nicht warten. Wir müssen die befreien. So war das. Was? Nein. Was hast du getan? Okay. Das war der letzte Move. Oh, hab da. Danke. Der Herr sei mit euch. Oh, bitte. Bitte. Ja, danke. Nein. Nicht in die Richtung. Ah. Die Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier müssen wir nochmal in die Richtung. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Die Kette. Müssen wir hier. Du solltest nicht. Warum? Doch. Ich geh in diesen Ort. Allzu gut. Was ist los, Rodrik? Tut mir echt leid. Der Rodrik. Müssen leider hier durch. Nochmal. Weil hier gibt's für uns ne Trophy. Für dich ein paar Erinnerungen. Aber für uns noch ne Trophy. Nein. Ich wusste es. Rodrik, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Das kann nicht sein. Rodrik. Nichts mehr übrig. Haben sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters. Wo ich aufgewachsen bin. Dort hab ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. So. Und jetzt bekommen wir nämlich ne Trophäe noch dafür. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Jawoll. Der Schmied. Also das bekommen wir dafür, dass wir einmal Rodrik nochmal an die Werkstatt oder an sein Haus da geführt haben. Und da haben wir jetzt auch schon 32 von 36 Trophäen. Also du siehst, wir sind jetzt wirklich bald am Ende. Okay, ich weiß nicht. Rodrik, kommst du nochmal? Also normalerweise kommt der dann von alleine. Da ist er. Okay. Wir karren. Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Und hier müssen wir jetzt mal schauen. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Ja. Okay. Passt so. Also die Bogenschützen hier oben, die könnten wir theoretisch zwar angreifen. Aber das eigentlich bringt eh nix. Ähm. Du änderst deshalb jetzt hier das Geschehen nicht. Also Rodrik muss hier das Ganze einmal so schieben. Und wir müssen uns hier um die Typen kümmern. Perfekt. Das war knapp. Was ist denn los, bitte? Nein. Wir brauchen ihn. Um das Völketer zu erreichen. Haben die auch nach Rodrik getroffen. Und hier kommen jetzt nämlich auch nochmal welche, ne? Amicia, sie sind hinter uns. Bastarde! Ihr Bastarde! Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Oh, fuck. Nein! Hat's doch das Fuckpfeil wieder getroffen, ey. Ach, Mann. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Ach, Mensch. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schäbe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschau. Gut. Dann mal los. Da Wachen, da Wachen, überall Wachen. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Ist irgendwie ein mieser Plan, Rodrik. Das ist dir schon klar, ne? Also ich mein, klar, du hast natürlich jetzt hier schon brutale Arbeit zu leisten. Aber, wir hätten das vielleicht irgendwie anders angehen sollen. Wäre vielleicht irgendwie taktisch ein bisschen klüger gewesen, wenn wir das vielleicht anders gemacht hätten und gar nicht diesen bescheuerten Wagen genommen hätten. Aaaaaahhhh. Bastaade! Amicia! Sie haben ihn getroffen. Rudrik, lass den Karren los, bitte! Nein, wir brauchen ihn. Um das Fellgitter zu erreichen. Bastaade! Nöckle! Ich brauche nur Wir, wir sind da Steh nicht einfach nur rum, komm jetzt, schnell Oh mein Gott, Rodrik Mir geht es schon besser Ich bin direkt hinter dir Gut So, und dann waren wir nur noch zu viert Nein, das glaube ich nicht Das glaube ich einfach nicht Das kann nicht sein Melli, bitte Nein, diese Bastarde müssen bezahlen Sie werden bezahlen Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert Lass mich einfach in Ruhe Sie hat recht, Melli Hat wirklich ganz schön Opfer jetzt Gedeutet schon Es ist vorbei, Ugo Er hat seinen Frieden gefunden Ich ertrage diese verdammten Ratten Nicht länger Mistviecher Aber sie bahnen uns einen Weg Ach ja? Wie denn? Äh, so Ähm, wie machst du? Boah, das Das passiert gerade wirklich Oh ja Alter, hier fliegt so eine Scheißfliege rum Komm 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 Ich hole die Ratten Ey, warum kann ich nicht mit den Ratten Das ist doch nicht vorbei, klar Bitte nicht Wir flachen die Ruhe Gehen du gehen Vorbei Hey, kommt wieder her Wir sind da Ey, warum Ich check's nicht Also manchmal ist das Game Also falls du jetzt wirklich immer noch Irgendwie was bräuchtest zum Sammeln Hier hast du gesehen Hier gibt's auch nochmal das ein oder andere Äh, was hier noch rumliegt Ich erinnere jetzt nicht mehr auf Sit im Detail drauf ein Weil eigentlich Sollte das soweit für dich jetzt auch passen Okay, wir gucken mal Hm, das sind wieder zwei Bogenschützen da oben Vielleicht ganz gut, wenn wir die zuerst ausschalten Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Alter Schwede Wir sind da Die Kathedrale Verdammt Das ist die Hölle Macht euch bereit Ich frag mich immer, ob es irgendwie einen einen einfachen Weg hier gibt Oh, fuck Okay Wir versuchen es jetzt Oder wir machen es jetzt einfach mal Ein bisschen Verdammt Jemand hat was auf mich geschmissen Seid wach da Oh, komm, komm, komm Nein Halt 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 Mir geht's gut Gut gemacht Zack Wenn wir Ratten einfressen, fällt man vom hohen Rock Was? Okay Wir haben die hier alle beseitigt Und jetzt gibt es hier an diesem Wagen Bevor man hier einmal diese Treppe hochgeht Nämlich noch das letzte Sammlerobjekt Das Handbuch des Inquisitors Genau Das Handbuch des Inquisitors Und Yo Wir haben jetzt alle Kuriositäten gefunden Das bedeutet also Wir haben wirklich jetzt alle Sammlerobjekte hier einmal im Spiel bekommen Und Das ist schon echt nicht schlecht Wir sind da Wir sind voll auf Platin-Cools Amicia Es wird auf jeden Fall Gut für uns ausgehen Sehr böses Was denn genau Ist ganz egal, was er vorhat Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen Er fängt gleich an Gehen wir, Ugo Mama ist da Alles klar Wow, Alter Der Bogenschützer Das wird kein gutes Ende nehmen Okay Und The last one Können wir ein bisschen runterkommen lassen Okay Perfekt Gut Gehen wir hinein Auf, auf Finale Grande Das ist eure letzte Chance Dann Ego Ich muss den Träger noch einiges lehren Ach was Wir können schon viel Ebel Na komm Er lässt sie sich neu formieren Das kann ich auch Bist du sicher Dann los, Ugo Das ist unsere einzige Chance Das Blut meines Bruders Ihr seid nicht als ein Vorräume Das kann doch nicht sass werden Ja, ich bin dran Das war ein bisschen voreilig Hä? Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Wow Oh Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Wir können nichts mehr herschleppen Oh Fuck Oh Gott Hat mich das erschrocken Oh Gott Nein Alter Okay Ich will natürlich jetzt auch nicht hundertmal hier sterben Ja Das Licht hält sie nicht auf! Das kann ich auch! Bist du sicher? Dann los wie vor! Das ist unsere einzige Show! Schreibt euch doch an wie Charlie! Ihr habt zu eurer Anhänger im Stich gelassen! Das tut meine Truhen ab! Ihr seid nicht... Ja! Sehr gut wie so! Wir zeigen es ihnen! Seht zu, Beatrice! Werden Zeugen, euer Geschlecht unten geht! Lass sie in Ruhe! Sie sind doch Kinder! Sie sind überbleibend in einer alten Welt! Kassenheit! Der von vorhin, der kam doch irgendwie... Ich hatte das Gefühl, der kam doch irgendwie hinter uns zustande. Vielleicht, weil ich auch einfach ein bisschen zu weit nach vorne gelaufen bin. Wir gewinnen! Ja! Ja! Nur weiter so! Verloren! Verloren! Es gibt euch die Zahlen! Haltet ein! Nein! 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 Oh! Jawohl! Perfekt! Mama! Igo! Komm zurück! Bleib bei Igo! Ich komm' leider nicht bis hierhin! Ich komm' leider nicht bis hierhin! Ich komm' leider nicht bis hierhin! Ich komm' dal셔도 super! Kassel nicht mehrigos! Ich komm' nie zu suchen! Komm' zu mir! Komm' zu mir zu schenken! Kom' zu mir zu schenken! Nein! �as Obriglos! Komm' zu mir! Komm' zu mir! Das erste Blut! Mit Gewissheit und Frieden! Weg von ihnen! Er kann mir aus! Zurück! Der Boden! Der blittert! Länger! Das ist nicht dein Sein! Deine Enkel! Ich weiß, dass wir umgeregt sein! Ich bin groß, du bist dran! Und dein Geld wird aus! Ich bin groß, du bist dran! Lass mich nicht allein im Bauch! Oh Mann! Ach! Ihr erwacht es! Das ist eure letzte Schandtat! Ich habe mein Fleisch geopfert! Auf der Späne... Ach, was ein Berg! Was ein Berg an Racken! Ihr könnt mich töten! Oh! Lauf! Das ist die Vierquote! Ich bin groß! Er fehlt uns! Oh mein Gott! Oh! Ja, 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 ja. Und seine Diener sollen sich mit Stamm für ein Gerieben. Zurück! Der Boden war auf, der Flickert nicht länger! In die Waffe, der Wacht! Nein! Oh mein Gott! Oh Mann. Oh mein Gott. Scherf! Werdet wieder ein! Nicht zurück, den Amesian! Erseht euch! Voll schlack, Sonntag! Geht zurück, meine Schäfchen! Geht zurück zu eurem Meister! Ja, mach ich doch! Ja, voll auf die Zwölf! Geht zurück, meine Schäfchen und Wette! Dafür werdet ihr bezahlen! Kommt zu mir! Werd das erste Blut! Mit Gewissheit und Frieden! Weg von ihnen! Ergaufe um! Alter! Ja, das ist schon brutal gemacht! Geht zurück! Geht zurück! Sie sind wir! Sie werden sich finden! Dies ist nicht dein Sein! Meine Engel! Ich weiß, dass ihr ungerlich seid! Schon bald werdet ihr spraut! Nein, dein Engel! Erzähl los, Amesia! Kommt zu mir zurück! Achso, jetzt muss ich hier noch einmal schräffen! Ah! Wieso war ich, was ist eure letzte Schandtat? Ich habe mein Fleisch geopfert, um der Schmelzpiegel zu werden, da alles bleibt! Runde 3! Ihr könnt mich töten! Direkt laufen? Zutribiert wurde! Er geht euch weg! Oh, was war die Angst? Und beide Diener sollen sich in den Schumpen abhängen! Zurück! Der Poß! Er zittert! Er zittert! Nicht länger! Engel schach! Nicht zurück, den Erwinstern! Kommt zu mir! Jetzt, 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 jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Jawohl! Fall, Dreck, die sich uns anschließt! Meine Engel! Sie sind doch eine Rack rein! Ihr habt keine Rack! Komm! Das war's! Das war's! Das können wir eigentlich auch erstmal überspringen! Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte! Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Ugo! Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du! Das stimmt! Ich kann's kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden! So, so! Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können! Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen! Konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer! Ha! Ich kann nicht mehr... Oh, Amicia! Sieh nur! Willst du den Glück mal versuchen? Ich nicht! Aber meine Schwester ist die Beste! Stimmt's, Amicia? Kriegen wir hin! Sehr schön! Die Regeln sind ganz einfach! Sechs Steine, sechs mögliche Treffer! Triff so viele Ziele wie möglich! Bist du bereit? Bereit! Natürlich! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! So, und wo ist die letzte Nummer? Wo ist denn die Nummer sechs? Ah, hier hinten! Hey, du hast den Bogen raus! Du hast einen Apfel gewonnen! Und unser aller Respekt! Glückwunsch, Amicia! Der Apfel ist für dich, Ugo! Für's Anfeuern! Bitteschön, Ugo! Oh, danke! Ich hab echt Hunger! Natürlich! Hey! Heute feiern wir den dritten Tag ohne Ratten! Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt! Seht euch doch mal um! Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas hab ich noch nie gesehen! Ugo, Lukas wartet auf uns! Wir sollten nicht zu lange hierbleiben! Aber der Jahrmarkt! Ugo! Na gut! Aber wir bleiben nicht mehr! Und auf geht er wieder! Der Running Man! Hey, seht mal! Der Kleine! Durch die Gans! Durch den Haaren! Oder die Hände! Du darfst nicht rein! Warum nicht? Weil es nicht geht! Darum! Hey! Gibt's ein Problem? Ja, gibt es! Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht! Von wichtigen Leuten! Und das gefällt uns hier nicht! Verstanden? Ich verstehe sehr gut! Ugo, komm mit! Okidoki! Aber der Jahrmarkt! Na los! Ja, wir können aber nicht da hin, Ugo! Der Pfundst nicht! Na komm! Hey, Ugo! Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel! 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke! Was? Dir zeige ich's! Ach ja? Das ist Speedy... Dann auf drei! Speedy, Ugo! Eins, zwei, drei! Hey! Ich gucke, wie er wieder abgeht hier, echt! Und du kannst es vergessen! Du kannst den einfach nicht schlagen! Ich bin direkt hinter dir! Du schlägst mich nicht! Nee, aber echt... Schnell wie eine Ratte! Schon gut, schon gut! Du hast gewonnen! Ja! 20 Äpfel! 20 Äpfel! Geschafft, Lukas! Jo! Und wir haben's auch geschafft! Okay, das drücken wir an der Stelle aber auch einfach mal weg! Und... Ich würd' sagen... Ja... Hier das Ganze... Ist dann auch eigentlich ein ganz gutes Ende! Wie gesagt, um die Zeit jetzt halt hinzukommen! Und um auch unter 10 Stunden zu bleiben, geht das halt mit den Cutscenes an der Stelle nicht! Die muss ich halt deshalb auch einfach rausnehmen! Aber hier so diese letzte Fahrt von den beiden! Die können wir uns auf jeden Fall nochmal reinziehen! Findest du mich hübsch? Du bist hässlich! Richtig hässlich! Hässlich? Irgendwie haben die ja natürlich auch über diese Story wieder zueinander gefunden! Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft! Ja, schon cool! Jo, und so fahren sie jetzt in den nächsten Teil! Und ich bin echt mal gespannt, wie's bei... Plug Tail weitergeht! Also wenn dann der zweite Teil kommt! Jo, das überspringen wir jetzt an der Stelle! Und wir bekommen die Trophäe Ritter! Trommelwirbel! Und wir bekommen die Trophäe Unschuld! Und wir haben in einem Durchgang die Platin-Trophäe bekommen! Wir sind jetzt, ich denke so roundabout 6, 6,5 Stunden... 7 Stunden vielleicht... Dadurch, dass ich jetzt mehrere kleine Videos gemacht habe... Muss ich mal gucken, was insgesamt jetzt bei der Zeit rauskommt! Aber wir sind unter den 10 Stunden geblieben! Und wir haben wirklich in einem Durchgang komplett einfach hier die Platin erspielen können! Also es hat mega Spaß gemacht! Es war ein besonderes Game auf jeden Fall! Und echt eine coole Platin zu einem coolen Spiel! Und es hat mich auch mega gefreut, dass du hier mit dabei warst! Dass wir das zusammen erleben konnten! Und ich hoffe natürlich, dass du auf dem Weg auch die Platin-Trophäe erhalten hast! Ja, wenn dem so ist, lass mir doch gerne mal einen Kommentar da! Und wenn dir das Ganze gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn du mich supportest mit einem Daumen nach oben! Und wenn du mehrere von diesen Guides hier auf dem Kanal sehen möchtest, dann lass gerne ein Abo da! So kannst du auf jeden Fall nichts mehr verpassen! In diesem Sinne, es hat mich mega gefreut, mit dir zusammen das Abenteuer jetzt hier bestritten zu haben! Und wir sehen uns einfach im nächsten Video! Hau rein und mach's gut!